Glass sah sich um. Gut 50 Schritt entfernt führte eine sanfte Senke auf drei Seiten hinunter zu einem breiten, trockenen Wasserlauf. Salbei und niedriges Gras lieferten einigermaßen Deckung. Die Senke erinnerte ihn plötzlich an die sanften Hügel am Arkansas River. Er erinnerte sich daran, dass er mal zugeschaut hatte, wie Pornikinder eine Falle bauten. Für die Kinder war es ein Spiel gewesen. Für Glass war dieses Spiel tödlicher Ernst. Er kroch langsam nach unten in die Senke hinab bis zu der Stelle, die ihm wie die Mitte vorkam. Er suchte sich einen scharfkantigen Stein und fing an, in dem harten, sandigen Boden zu graben. Er grub ein Loch mit einem Durchmesser von vier Zoll, das beinahe so tief war wie sein Arm lang. Von der Mitte an nach unten hüllte er das Loch weiter aus, sodass es schließlich die Form einer bauchigen Flasche hatte. Dann verteilte er die ausgehobene Erde, um die Spuren seiner Arbeit zu verwischen. Schwer atmend von der Anstrengung ruhte er sich aus. Als nächstes machte Glass sich auf die Suche nach einem großen, flachen Stein. Etwa vierzig Fuß von dem Loch entfernt wurde er fündig. Er suchte sich auch noch drei kleine Steine, die er in einem Dreieck um das Loch legte. Den flachen Stein legte er auf die kleinen, sodass er ein Dach über dem Loch bildete und die Lücke darunter aussah wie ein gutes Versteck. Er tarnte das Ganze mit einem Ast und kroch dann langsam von dem Loch weg. An mehreren Stellen sah er kleine Kötel. Ein gutes Zeichen. Fünfzig Schritt entfernt hielt er an. Knie und Handflächen waren wund vom Kriechen. Der Oberschenkel schmerzte von der Bewegung und erneut spürte er das schreckliche Reißen, als die verkrusteten Wunden auf dem Rücken wieder anfingen zu bluten. Die Rast verschaffte ihm vorübergehend Linderung, doch jetzt spürte er auch seine Erschöpfung, wie ein dumpfen Schmerz, der aus seinem tiefsten Innern aufstieg und sich dann kreisförmig ausbreitete. Glass kämpfte gegen den Drang, die Augen zu schließen und sich dem lockenden Schlaf hinzugeben. Er wusste, um wieder zu Kräften zu kommen, musste er essen. Glass zwang sich, wieder loszukriechen. Er bewegte sich in einem weiten Kreis um die ausgehobene Grube, brauchte wohl eine halbe Stunde für eine Umrundung. Wieder flehte er, seinen Körper an Rast zu machen, doch er wusste, wenn er jetzt anhielt, wären seine Erfolgsaussichten dahin. Er kroch weiter, in immer kleineren Kreisen Richtung Mitte. Wenn er in einem Gebüsch vorbeikam, hielt er an und rüttelte daran. Alles Getier innerhalb seiner Kreise wurde so nach und nach zu der verborgenen Grube getrieben. Eine Stunde später hatte Glass das Loch erreicht. Er nahm den flachen Stein weg und lauschte. Er hatte einmal gesehen, wie ein Porni-Junge die Hand in eine ähnliche Falle steckte und sie dann schreiend herauszog mit einer Klapperschlange daran. Er sah sich nach einem geeigneten Ast um, fand einen langen mit einem stumpfen Ende und stieß damit ein paar Mal in das Loch. Als er sicher war, dass alles in seiner Falle tot war, griff er hinein. Nacheinander zog er vier tote Mäuse und zwei Erdhörnchen heraus. Diese Jagdweise war alles andere als ruhmreich, aber Glass war hochbeglückt über die Beute. Die Senke bot einigermaßen Deckung und Glass beschloss, ein Feuer zu riskieren. Er wusste, dass es möglich war, indem man zwei Stöcke aneinander rieb, Feuer zu machen, hatte es aber noch nie probiert. Er vermutete, dass es ewig dauern würde, falls es überhaupt funktionierte. Er baute einen Bogen und eine Spindel, ein einfaches Gerät zum Feuermachen. Es bestand aus drei Teilen, einem flachen Stück Holz mit einem Loch, in das die Spindel gesetzt wurde. Einem runden Spindelstock, von etwa dreiviertel Zoll dicke und acht Zoll Länge, und einem Bogen, wie der eines Cellos, um die Spindel zu drehen. Glass suchte in der Senke nach den Einzelteilen. Ein flaches Holzstück und zwei Stöcke für die Spindel und den Bogen waren leicht zu finden. Eine Schnur für den Bogen. Er hatte keine. Riemen an meiner Tasche. Er holte das Rasiermesser heraus, schnitt den Riemen von der Tasche und band ihn an die Enden des Stocks. Dann schnitzte er in das flache Holzstück eine Vertiefung, die ein klein wenig größer war als der Spindelstock. Anschließend sammelte er Zunder und Brennbares. Aus der Jagdtasche nahm er die Schusspflaster und franzte die Lappen an den Rändern auf. Er hatte auch Rohrkolbenwatte aufbewahrt. Diesen Zunder häufelte er locker in einer flachen Mulde, gab dann trockenes Gras dazu. Zu den paar Stücken trockenes Holz, die er in der Umgebung gefunden hatte, fügte er Bison-Dung, der nach Wochen in der Sonne knochentrocken war. Sobald er alles beisammen hatte, nahm Glasbogen und Spindel. Er füllte die Vertiefung in dem flachen Stück Holz mit Zunder, setzte den Spindelstock hinein und schlang die Bogenschnur darum. Die rechte Hand, die noch mit dem schützenden Wollstreifen umwickelt war, legte er oben auf den Spindelstock. Mit der linken bewegte er den Bogen vor und zurück. Dadurch rotierte die Spindel in der Vertiefung und die Reibung erzeugte Hitze. Sogleich stellte sich heraus, wo der Nachteil seiner Vorrichtung lag. Das eine Ende der Spindel rieb in der Vertiefung auf dem Holz, also da, wo er das Feuer entzünden wollte. Das andere Ende jedoch drehte sich unangenehm in der Handfläche. Glas fiel ein, dass die Pony das obere Ende der Spindel mit einem Handteller großen Stück Holz festhielten. Er machte sich erneut auf die Suche und fand ein passendes Stück, in das er mit dem Rasiermesser eine Vertiefung schnitt. Da er mit der linken Hand ungeschickt war, brauchte er einige Anläufe, um den richtigen Rhythmus zu finden und den Bogen gleichmäßig zu bewegen, ohne dass ihm der Spindelstock entglitt. Doch schon bald drehte er die Spindel schnell und gleichmäßig. Nach einigen Minuten stieg erster Rauch aus der Vertiefung und plötzlich flammte der Zunder auf. Er griff rasch nach der Rohrkolbenwatte und hielt sie hinter der schützenden, hohlen Hand in die Flamme. Als die Watte Feuer fing, zündete er damit den Zunder in der kleinen Mulde an. Der Wind fegte ihm über den Rücken und einen Moment lang hatte er Panik, das Feuer würde wieder ausgeblasen. Doch der Zunder loderte auf und dann auch das trockene Gras. Minuten später warf er den Bison-Dung auf ein kleines, prasselndes Lagerfeuer. Nachdem er die kleinen Nager abgezogen und ausgeweitet hatte, war nicht mehr viel übrig. Dennoch war es frisches Fleisch. So zeitaufwendig seine Falle auch gewesen war, sie war immerhin leicht zu bauen. Als er an dem winzigen Brustkorb des letzten Tieres herumnagte, hatte Glass noch immer Heißhunger. Er beschloss, am nächsten Tag früher Rast zu machen, vielleicht zwei Gruben mit etwas Abstand zueinander auszuheben. Es ärgerte ihn, dass er dann langsamer vorankommen würde. Wie lange konnte er den Arikara am Grant, der eine ihrer Hauptrouten war, noch aus dem Weg gehen? Lass das. Schau nicht zu weit nach vorn. Das Ziel jedes Tages ist der nächste Morgen. Nach dem Essen war das Feuer das Risiko nicht länger wert. Er löschte es mit Sand und legte sich schlafen. 15. September 1823 Zwei schroffe Berge rahmten das Tal, das vor Glas lag, und zwang den Grand River, sich zu einer schmalen Rinne zu verengen. Glass erinnerte sich noch von ihrem Wegfluss aufwärts an die auffälligen Spitzkuppen. Während er am Grand entlang weiter Richtung Osten kroch, wurden eindeutige Orientierungspunkte immer seltener. Das Meer des Präriegrases schien selbst die Pappeln verschluckt zu haben. Henry und die Pelzbrigade hatten an den Zwillingskuppen kampiert, und Glass hatte vor, an derselben Stelle zu rasten, in der Hoffnung, dass sie vielleicht irgendetwas Nützliches zurückgelassen hatten. Außerdem erinnerte er sich, dass das hohe Ufer unweit der Berge guten Schutz bot. Am westlichen Horizont türmten sich drohend schwarze Gewitterwolken auf. In zwei Stunden wäre das Unwetter genau über ihm, und bis dahin wollte er sich verschanzt haben. Glass kroch den Fluss hinunter bis zum Lagerplatz. Ein Ring aus rußgeschwärzten Steinen fasste eine frische Feuerstelle ein. Er war sicher, dass die Pelzbrigade ohne Feuer kampiert hatte und fragte sich, wer ihnen gefolgt war. Er nahm Jagdtasche und Wolldecke vom Rücken und trank dann lange aus dem Fluss. Hinter ihm bildete das Ufer die schützende Wand, an die er sich erinnerte. Er blickte flussauf und flussab und hielt nach Anzeichen von Indianern Ausschau, enttäuscht, dass die Vegetation so spärlich war. Wie immer knurrte ihm der Magen und er fragte sich, ob er hier geschützt genug war, um eine Mausefalle auszuheben. Ist das die Mühe wert? Er wog die Vorteile eines Unterschlupfs gegen die Vorteile von Nahrung ab. Er ernährte sich zwar kläglich von Nagetieren, wusste aber, dass er damit auf der Stelle trat. Es reichte gerade zum Überleben, nicht aber, um zu Kräften zu kommen. Ein leichter Wind kündigte die nahenden Wolken an, streifte ihm kühl über den verschwitzten Rücken. Glass wandte sich vom Fluss ab und kroch das Steilufer hoch, um zu sehen, wie weit das Gewitter noch entfernt war. Der Anblick, der sich ihm bot, als er über den Uferrand spähte, verschlug ihm den Atem. Tausende Bisons grasten in dem Tal unterhalb des Berges, verwandelten die Präerie eine gute Meile weit in ein schwarzes Meer. Ein riesiger Bulle stand keine fünfzig Schritt vor ihm Wache. Das Tier hatte eine Widerrisshöhe von knapp sieben Fuß. Der zottelige, gelbbraune Fellumhang vorne betonte den mächtigen Kopf und die kräftigen Schultern, sodass die Hörner fast überflüssig wirkten. Der Bulle schnaubte und schnüffelte, gereizt durch den böigen Wind. Hinter dem Bullen wälzte sich eine Kuh auf dem Rücken und wirbelte eine Staubwolke auf. Ein Dutzend weiterer Kühe und Kälber weiderte unbekümmert in der Nähe. Glass hatte seine ersten Bisons in Texas zu Gesicht bekommen. Seitdem hatte er sie zahllose Male gesehen in kleinen und großen Herden. Doch der Anblick der Tiere erfüllte ihn noch immer mit Ehrfurcht. Ehrfurcht vor ihrer schier unbegrenzten Anzahl. Ehrfurcht vor der Prärie, die sie ernährte. Gut hundert Schrittstrom abwärts von Glass beobachtete ein Rudel von acht Wölfen ebenfalls den großen Bullen und die Gruppe, die er bewachte. Der Leitwolf hockte neben einem Salbei-Busch. Schon den ganzen Nachmittag hatte er geduldig auf den Moment gewartet, der nun gekommen war. Darauf, dass sich zwischen der Gruppe und der übrigen Herde eine Lücke auftat. Eine verhängnisvolle Schwachstelle. Plötzlich richtete sich der Leitwolf auf. Es war ein hochgewachsenes, aber schmalbrüstiges Tier. Die Beine wirkten unelegant, knorrig und als würden sie irgendwie nicht zu dem kohlschwarzen Körper passen. Seine zwei Jungen rangelten verspielt unweit vom Fluss. Einige der Wölfe lagen da und schliefen friedlich. Alles in allem sahen sie eher aus wie ein Rudel Hofhunde, nicht wie Raubtiere. Doch bei der plötzlichen Bewegung des Leitwolfs wurden sie alle munter. Erst als die Wölfe sich in Trab setzten, wurde ihre tödliche Kraft deutlich. Diese Kraft rührte nicht von Muskeln oder Schnelligkeit her. Nein, sie beruhte eher auf einer zielstrebigen Klugheit, die sie sich sehr bewusst und unnachgiebig bewegen ließ. Die einzelnen Tiere schlossen sich zu einer tödlichen Einheit zusammen. Das Leittier trabte ein Stück auf die Lücke zu und jagte dann plötzlich in vollem Lauf los. Das Rudel schwärmte hinter ihm aus, mit einer Präzision und Entschlossenheit, die Glass beinahe militärisch anmutete. Die Wölfe stürmten in die Lücke. Sogar die Jungtiere schienen den Zweck des Manövers zu begreifen. Die Bisons am Rand der Hauptherde wichen zurück, scheuchten ihre Kälber vor sich her, ehe sie sich nach außen umwandten, Schulter an Schulter in einer Linie gegen die Wölfe. Durch die Bewegung der Hauptherde weitete sich die Lücke, sodass der Bulle und ein Dutzend anderer Bisons nun isoliert waren. Der große Bulle griff an, nahm einen Wolf auf die Hörner und schleuderte das jaulende Tier zwanzig Fuß weit. Die Wölfe fletschten die Zähne und knurrten, schnappten mit grausamen Fängen nach ungeschützten Flanken. Die meisten der Abgedrängten stürmten instinktiv Richtung Hauptherde, spürten, dass sie inmitten der großen Masse sicherer wären. Der Leitwolf biss in die zarte Keule eines Kalbs. Verstört rannte das Kalb von der Herde weg auf das steile Flussufer zu. Das Rudel erkannte den tödlichen Fehler und nahm augenblicklich die Verfolgung auf. Brüllend hetzte das Kalb in wilder Flucht auf das Ufer zu, stürzte über den Rand und brach sich bei der Landung ein Bein. Verzweifelt versuchte es wieder hochzukommen. Das gebrochene Bein baumelte kraftlos herab und knickte ein, als das Kalb es aufsetzen wollte. Das Tier fiel hin und sofort war das Rudel über ihm. Fänge bohrten sich in jeden Teil des Körpers. Der Leitwolf schlug die Zähne in die zarte Kehle und riss. Der Todeskampf des Kalbs fand höchstens siebzig Schritt flussabwärts von Glas statt. Er sah mit einer Mischung aus Faszination und Furcht zu, war froh, dass der Wind nicht aus seiner Richtung kam. Das Rudel war ganz und gar mit dem Kalb beschäftigt. Der Leitwolf und sein Weibchen fraßen zuerst. Die blutverschmierten Schnauzen tief in dem weichen Kalbsbauch. Sie ließen die Jungen fressen, aber nicht die anderen. Hin und wieder schlich sich ein anderer Wolf an die Beute heran, wurde aber gleich wieder durch ein Schnappen oder Fauchen von dem großen schwarzen Männchen verscheucht. Während Glas das Kalb und die Wölfe beobachtete, überschlugen sich seine Gedanken. Das Kalb war im Frühjahr geboren worden. Es hatte sich den Sommer über in der Prärie gemästet und wog jetzt bestimmt an die 150 Pfund. 150 Pfund frisches Fleisch. Nach der kargen Kost der letzten zwei Wochen konnte Glas sich einen solchen Überfluss kaum vorstellen. Er hatte zunächst gehofft, das Rudel werde ihm genug Reste übrig lassen. Doch jetzt musste er mit ansehen, wie der Festschmaus beunruhigend schnell dahinschwand. Offensichtlich satt wandten sich der Leitwolf und sein Weibchen schließlich von dem Kadaver ab und trabten mit einem abgetrennten Hinterbein im Maul zu ihren Jungen. Die vier anderen Wölfe fielen über das tote Tier her. Mit wachsender Verzweiflung überlegte Glas, was er tun konnte. Wenn er zu lange wartete, bliebe wohl kaum etwas für ihn übrig. Sollte er sich weiterhin von Mäusen und Wurzeln ernähren? Selbst wenn er wie bisher genug Beute machte, um am Leben zu bleiben, nahm das Fallenbauen einfach zu viel Zeit in Anspruch. Er schätzte, dass er noch keine 30 Meilen zurückgelegt hatte. Bei dem Tempo könnte er von Glück sagen, wenn er Fort Brasso erreichte, bevor die Kälte einsetzte. Und natürlich war jeder Tag, den er gut sichtbar dem Fluss folgte, ein Tag, an dem er von Indianern entdeckt werden konnte. Er brauchte dringend die Kraft, die das Bisonfleisch ihm geben würde. Er wusste nicht, welcher Fügung er diese Gelegenheit verdankte. Das hier ist meine Chance. Wenn er von dem Kalb etwas abhaben wollte, musste er darum kämpfen, und zwar sofort. Er suchte die Umgebung nach irgendetwas ab, was sich als Waffe eignen würde. Er sah bloß Steine, Treibholz und Salbei. Ein Knüppel. Er fragte sich kurz, ob er die Wölfe damit vertreiben könnte. Wohl kaum. Er konnte in seinem Zustand nicht fest genug zuschlagen, um großen Schaden anzurichten. Und auf den Knien büßte er jeden Vorteil ein, den er durch seine Körpergröße hätte. Salbei. Er erinnerte sich an das kurze, aber imposante Auflodern von dürren Salbei-Zweigen. Eine Fackel. Hastig machte er sich auf die Suche nach einer geeigneten Stelle für ein Feuer. Das Frühjahrshochwasser hatte einen großen Pappelstamm gegen das steile Ufer geworfen, der nun einen natürlichen Windschutz bildete. Glass hob daneben im Sand eine flache Grube aus. Er holte Bogen und Spindel hervor. Aus der Jagdhasche nahm er das letzte Schusspflaster und ein großes Stück Rohrkolbenwatte. Glass blickte zu den Wölfen hinüber, die immer noch an dem Kalb rissen. Verdammt. Er sah sich nach irgendwas Brennbarem um. Der Fluss hatte außer dem Stamm nur wenig von der Pappel übrig gelassen. Glass fand einen abgestorbenen Salbei-Busch und brach fünf große Äste ab, die er neben der Feuerstelle aufhäufte. Glass setzte Bogen und Spindel in der geschützten Mulde auf den gut platzierten Zunder. Er begann, den Bogen zu bewegen, zunächst langsam, dann in schnellerem Rhythmus. Nach wenigen Minuten hatte er ein kleines Feuer entfacht. Er blickte wieder zu dem Wolfsrudel hinüber. Der Leitwolf, sein Weibchen und die beiden Jungen saßen zusammen gut zwanzig Schritt hinter dem Kalb. Nachdem sie sich sattgefressen hatten, begnügten sie sich jetzt damit seelenruhig an dem schmackhaften Mark des Hinterbeins zu kauen. Glass hoffte, sie würden sich aus dem bevorstehenden Kampf heraushalten. Damit blieben die vier Wölfe, die noch bei dem Kadaver waren. Die Luponni verehrten den Wolf. Wie schon ihr Name besagte. Wegen seiner Kraft und vor allem wegen seiner Schleue. Glass hatte Pornni auf der Wolfsjagd begleitet. Die Fälle der Tiere spielten bei den Stammesfesten eine wichtige Rolle. Aber das, worauf er sich jetzt vorbereitete, hatte er noch nie getan. Nur mit einer Salbeifackel bewaffnet zu einem Wolfsrudel kriechen, um ihm die Beute abspenstig zu machen. Die fünf Salbeiäste waren verdreht wie riesige arthritische Hände. Zahlreiche kleine Zweige ragten von den Ästen ab, die meisten bedeckt mit dürren Fetzen Rinde und spröden blaugrünen Blättern. Glass nahm einen der Äste und hielt ihn ins Feuer. Sogleich loderte an dessen Spitze eine einfußhohe Flamme auf. Er verbrannt so schnell. Glass fragte sich, ob der Ast bis zu den Wölfen halten würde, und erst recht, ob er dann noch als Waffe zu gebrauchen wäre. Er beschloss, auf Nummer sicher zu gehen. Er würde die anderen Äste unangezündet mitnehmen, als Reservemunition, die er nach Bedarf abbrennen würde. Glass spähte wieder zu den Wölfen hinüber. Sie kamen ihm auf einmal größer vor. Er zögerte einen Moment. Es gab kein Zurück, beschloss er. Das ist meine Chance. Mit dem brennenden Salbeiast in einer Hand und den vier Nachschubästen in der anderen kroch Glass am Ufer entlang auf die Wölfe zu. Als er fünfzig Schritt entfernt war, blickten der Wettwolf und sein Weibchen von dem Hinterbein auf und starrten dieses seltsame Tier an, das sich dem Bisonkalb näherte. Für sie war Glass eine Kuriosität, keine Herausforderung. Schließlich hatten sie sich schon den Bauch vollgeschlagen. Als er auf zwanzig Schritt herangekommen war, drehte sich der Wind, und die vier Tiere an dem da war, rochen den Rauch. Sie starrten zu ihm herüber. Glass verharrte, jetzt Auge in Auge mit vier Wölfen. Mit einigem Abstand war es ein leichtes gewesen, die Wölfe als bloße Hunde zu betrachten. Aus der Nähe hatten sie keine Ähnlichkeit mit ihren Zahmenverwandten. Ein weißer Wolf zeigte seine blutigen Zähne. Ein tiefes Knurren drang aus seiner Kehle und er machte einen halben Schritt auf Glass zu. Er duckte sich, eine Bewegung, die irgendwie abwehrend und angriffslustig zugleich wirkte. Der weiße Wolf hatte mit widerstreitenden Instinkten zu kämpfen. Der eine wollte die Beute verteidigen, der andere hatte Angst vor Feuer. Ein zweiter Wolf, dem fast ein ganzes Ohr fehlte, baute sich neben dem ersten auf. Die beiden anderen rissen weiter an dem Bisonkadaver, anscheinend froh, das Kalb ganz für sich allein zu haben. Der brennende Ast ein Glas rechter Hand fing an zu flackern. Der weiße Wolf machte einen weiteren Schritt auf Glass zu, der sich je an das widerliche Gefühl erinnerte, wie die Zähne des Bären an seinem Fleisch rissen. Was hab ich mir bloß dabei gedacht? Plötzlich blitzte helles Licht auf. Eine kurze Pause. Und dann rollte der tiefe Basston eines Donners durch das Tal. Ein Regentropfen klatschte Glass ins Gesicht und Wind riss an der Flamme. Um Gottes Willen. Nicht jetzt. Er musste rasch handeln. Der weiße Wolf war bereit zum Angriff. Konnten sie tatsächlich Angst wittern? Er musste das Unerwartete tun. Er musste als erster angreifen. Er packte die vier Salbeiäste in der rechten Hand zu dem brennenden Ast in der linken. Flammen schossen in die Höhe, verschlangen hungrig den trockenen Brennstoff. Er musste die Äste jetzt mit beiden Händen zusammenhalten und konnte sich nicht mehr mit der linken abstützen. Höllische Schmerzen strahlten von seinem rechten Oberschenkel aus, als er das Gewicht auf das verletzte Bein verlagerte und er wäre beinahe umgefallen. Er schaffte es, den Oberkörper aufzurichten und auf den Knien vorwärts zu taumeln zu einer Art Angriff. Er stieß den lautesten Laut aus, den er herausbrachte. Ein unheimliches Heulen und schwang dabei die brennenden Fackeln wie ein Feuerschwert. So rutschte er auf die Wölfe zu. Er stieß die Fackel in Richtung des Wolfs mit dem fehlenden Ohr. Flammen versenkten das Gesicht des Tieres und es wich jaulend zurück. Der weiße Wolf sprang Glass von der Seite an und schlug ihm die Zähne in die rechte Schulter. Nur wenige Zoll trennten Glass' Gesicht von dem des Wolfs und er konnte den blutigen Atem des Tieres riechen. Mit Mühe gelang es Glass, das Gleichgewicht zu halten. Er riss die Arme herum und verbrannte dem Wolf mit der Fackel Bauch und Leister. Der Wolf ließ Glass' Schulter los und zog sich ein wenig zurück. Glass hörte von hinten ein Knurren und duckte sich instinktiv. Der einohrige Wolf flog über seinen Kopf hinweg und verfehlte knapp Glass' Hals, stieß ihn aber auf die Seite. Der Aufprall auf die Erde, der ihm stechende Schmerzen durch Rücken, Kehle und Schulter jagte, ließ ihn aufstöhnen. Das Fackelbündel rutschte ihm aus der Hand und verteilte sich auf dem Sand. Glass griff hektisch nach den Ästen, um sie aufzuheben, er sie erloschen. Gleichzeitig rappelte er sich wieder hoch auf die Knie. Die zwei Wölfe umkreisten ihn langsam, warteten auf den richtigen Moment, vorsichtiger jetzt, wo sie Bekanntschaft mit den Flammen gemacht hatten. Ich darf sie nicht hinter mich lassen. Wieder zuckte ein Blitz am Himmel, diesmal rascher gefolgt von einem Donnerschlag. Das Gewitter war fast über Glas. Jeden Moment würde es in Strömen regnen. Die Zeit reicht nicht. Auch ohne Regen würde die Fackel nicht mehr lange brennen. Der weiße und der einohrige Wolf kamen näher. Auch sie spürten anscheinend, dass der Kampf sich bald entscheiden würde. Glass stieß wieder mit der Fackel nach ihnen. Sie hielten Innewichen aber nicht zurück. Glass hatte sich bis auf zwei, drei Schritte an das Kalb herangearbeitet. Die zwei Wölfe, die noch an dem Kadaver fraßen, schafften es, eine Keule abzureißen und zogen sich dann zurück. Zum ersten Mal bemerkte Glass die dürren Salbeibüsche rings um den Kadaver. Würden sie brennen? Die Augen auf die zwei Wölfe gerichtet, hielt Glass die Fackel an den Salbei direkt neben dem Kalb. Es hatte seit Wochen nicht geregnet. Der Strauch war trocken wie Zunder und fing auf Anhieb Feuer. Sofort schossen die Flammen bis zwei Fuß hoch. Glass setzte zwei weitere Sträucher in Brand und schon war der Kadaver von drei brennenden Büschen umgeben. Wie Moses kniete sich Glass auf das tote Tier und schwenkte die Reste seiner Fackel. Es blitzte und donnerte. Wind peitschte die Flammen um den Salbeistrauch. Es schregnete jetzt, doch noch nicht stark genug, um das Feuer zu löschen. Die Wirkung war eindrucksvoll. Der weiße Wolf und der einohrige Wolf blickten sich um. Das Leittier, sein Weibchen und die Jungen trabten davon. Da ihre Bäuche gefüllt waren und ein Unwetter losbrach, wollten sie in ihrer Höhle Schutz suchen. Die zwei anderen Wölfe folgten ihnen und schleiften dabei das Kalbsbein hinter sich her. Der weiße Wolf duckte sich, als wollte er erneut angreifen. Doch plötzlich drehte der einohrige Wolf sich um und lief hinter dem Rudel her. Der weiße Wolf stutzte und schätzte die Lage neu ein. Er kannte seine Stellung im Rudel. Andere führten und er folgte. Andere suchten die Jagdbeute aus und er half sie zu Tode zu hetzen. Andere fraßen zuerst und er begnügte sich mit dem, was sie übrig ließen. Der Wolf hatte nie zuvor so ein Tier gesehen wie das da vor ihm, doch er verstand genau, welchen Platz es in der Beißordnung einnahm. Ein weiterer Donnerschlag erschütterte die Luft und es regnete heftiger. Der weiße Wolf warf einen letzten Blick auf das Bisonkalb, den Mann und den rauchenden Salbei. Dann drehte er sich um und lief hinter den anderen her. Gläser die Wölfe über den Rand des Steilufers verschwinden. Um ihn herum stieg Qualm auf, als ein Regen das Feuer löschte. Noch eine Minute, dann war er schutzlos. Er staunte über das Glück, das er gehabt hatte, und warf rasch einen Blick auf die Bisswunde an seiner Schulter. Blut sickerte aus zwei Löchern, aber sie waren nicht tief. Das Kalb lag grotesk verdreht da. Mit brutaler Wirksamkeit hatten die Raubtierzähne den Kadaver aufgerissen. Frisches Blut sammelte sich unter der offenen Kehle, glänzte unheimlich rot auf dem hellen, gelbbraunen Sand. Die Wölfe hatten vor allem die nährstoffreichen Innereien gefressen, nach denen auch Glas lächzte. Er rollte das Kalb auf den Rücken und war kurz enttäuscht, als er sah, dass von der Leber nichts mehr übrig war. Verschwunden waren auch Gallenblase, Lunge und Herz. Doch ein Stück Darm hing noch aus dem Tier. Glas nahm das Rasiermesser aus der Jagdhasche, folgte dem verschlungenen Organ in die Körperhöhle und schnitt dicht am Magen ein zweifußlanges Stück ab. Angesichts der plötzlichen Menge an Nahrung konnte er sich nicht mehr halten, fügte das abgetrennte Stück Darm zum Mund und bis hinein. Die Wölfe hatten Glas zwar die begehrtesten Organe weggeschnappt, aber dafür hatten sie ihm die Beute schon halb gehäutet. Glas wandte sich der Kehle zu, wo er mit Hilfe des Rasiermessers die weiche Haut zurückziehen konnte. Das Kalb war gut genährt, zartes weißes Fett haftete am Muskel des kurzen Halses. Die Trapper nannten dieses Fett Vlies und betrachteten es als Delikatesse. Er schnitt Stücke davon ab und stopfte sie sich in den Mund, schluckte sie fast unzerkaut. Jedes Schlucken ließ das qualvolle Feuer in seiner Kehle wieder aufflammen, doch der Hunger war stärker als der Schmerz. Er schlug sich im strömenden Regen den Bauch voll, bis er immerhin so weit gesättigt war, dass er an andere Gefahren denken konnte. Glas kletterte erneut an den Rand des Steilufers und suchte den Horizont ab. Bisons grasten friedlich in vereinzelten Grüppchen, doch es waren nirgendwo Wölfe oder Indianer zu sehen. Regen und Donner hatten ebenso schnell wieder aufgehört, wie sie gekommen waren. Die Nachmittagssonne brach durch die dunklen Wolken und sandte schillernde Strahlen zur Erde. Glas konnte sein Glück kaum fassen. Die Wölfe hatten sich ihren Teil geholt, doch da unten lag noch ein gewaltiger Vorrat. Er machte sich keine Illusionen über seine Lage, aber verhungern würde er nicht. Glas kampierte drei Tage an dem Steilufer neben dem Kalb. In den ersten Stunden machte er nicht einmal Feuer, sondern vertilgte so viele dünne Streifen von dem herrlich frischen Fleisch, wie er nur konnte. Schließlich unterbrach er seinen Schmaus und machte ein kleines Feuer zum Rösten und Trocknen dicht an der Böschung, damit man es möglichst nicht sah. Er baute Gestelle aus den grünen Zweigen von Weiden, die in der Nähe standen. Stunde für Stunde zerteilte er den Tierkörper mit dem stumpfen Rasiermesser, hängte Fleisch über die Gestelle und hielt das Feuer in Gang. Nach drei Tagen hatte er gut fünfzehn Pfund Dörffleisch beisammen, womit er nötigenfalls zwei Wochen lang auskäme. Noch länger, wenn er seinen Speiseplan zwischendurch ergänzen konnte. Eine Köstlichkeit hatten die Wölfe ihm gelassen. Die Zunge. Es war für ihn ein königlicher Genuss. Die Rippen und verbliebenen Beinknochen röstete er nacheinander auf dem Feuer und brach sie dann auf, um an das nahrhafte, frische Mark heranzukommen. Mit dem stumpfen Rasiermesser zog Glass das Fell ab. Eine Arbeit, die in Minuten hätte erledigt werden können, nahm damit Stunden in Anspruch, was ihm Zeit ließ, verbittert an die beiden Männer zu denken, die ihm sein Messer gestohlen hatten. Um das Fell richtig zu bearbeiten, fehlte ihm die Zeit und das Werkzeug, doch es gelang ihm, eine primitive Paar Fläsch zurechtzuschneiden, bevor die Haut zu steifem Rohleder trocknete. Er brauchte die Tasche, um das Dörffleisch zu tragen. Am dritten Tag machte Glass sich auf die Suche nach einem langen Ast, der sich als Krücke eignete. Im Kampf mit den Wölfen hatte er überrascht festgestellt, wie viel Gewicht sein verletztes Bein tragen konnte. Er hatte das Bein in den letzten zwei Tagen trainiert, hatte es gedehnt und immer wieder belastet. Er glaubte jetzt, mit einer Krücke aufrecht gehen zu können, was nach den drei Wochen, die er wie ein lahmer Hund durch die Landschaft gekrochen war, eine Wohltat wäre. Als er einen Pappelast in der richtigen Länge und Form gefunden hatte, trennte er einen langen Streifen von der Hudson Bay-Decke und wickelte ihn zur Polsterung um das obere Ende der Krücke. Die Wolldecke war Streifen für Streifen kleiner geworden und maß höchstens noch einmal zwei Fuß. Mit dem Rasiermesser schnitt Glass eine Öffnung in die Mitte des Tuchs, groß genug, um den Kopf hindurchstecken zu können. Das Ergebnis verdiente zwar nicht gerade die Bezeichnung Umhang, doch es würde immerhin seine Schultern bedecken und verhindern, dass die Parfleschtasche ihm in die Haut schnitt. Am letzten Abend an den Zwillingsbergen lag wieder eine frostige Kühle in der Luft. Die letzten Streifen von dem zerlegten Kalb trockneten auf den Gestellen über der roten Glut. Das Feuer warf einen wohligen Schein über sein Lager, eine kleine Oase licht inmitten der schwarzen, mondlosen Ebene. Glass lutschte das Mark aus den letzten Rippen. Als er den Knochen ins Feuer warf, bemerkte er plötzlich, dass er keinen Hunger mehr hatte. Er genoss die durchdringende Wärme des Feuers, ein Luxus, der ihm vorerst nicht mehr vergönnt sein würde. Drei Tage Nahrung hatten seinem geschundenen Körper gut getan. Er beugte probeweise das rechte Bein. Die Muskeln waren verkrampft und schmerzten, aber sie taten ihren Dienst. Auch die Schulter war besser geworden. Sein Arm hatte zwar noch keine Kraft, war aber wieder einigermaßen beweglich. Er hatte immer noch Angst, seine Kehle zu berühren. Die Nahtenden ragten noch heraus, aber die Haut war zusammengewachsen. Er fragte sich, ob er die Enden mit dem Rasiermesser abschneiden sollte, traute sich aber nicht. Abgesehen von dem kläglichen Versuch, die Wölfe anzubrüllen, hatte er seine Stimme seit Tagen nicht mehr ausprobiert. Er würde es auch jetzt nicht tun. Sein Überleben in den kommenden Wochen hing nicht von seiner Stimme ab. Wenn sie für immer hinüber war, dann sei's drum. Er war schon froh, dass er wieder ohne allzu große Schmerzen schlucken konnte. Glass wusste, dass Bisonkalb war ein Glücksfall gewesen, doch er schätzte seine Lage realistisch ein. Er hatte erneut einen Kampf überstanden, aber er war allein und ohne Waffen. Zwischen ihm und Fort Brasso lagen 300 Meilen offene Prärie. Zwei Indianerstämme, der eine möglicherweise feindselig und der andere ganz bestimmt, folgten demselben Fluss, an den er sich zur Orientierung halten musste. Und natürlich waren Indianer, wie Glass schmerzlich erfahren hatte, nicht die einzige Gefahr, die ihm drohte. Er wusste, dass er schlafen sollte. Mit der neuen Krücke hoffte er, am nächsten Tag zehn oder fünfzehn Meilen zu schaffen, doch er wollte diesen flüchtigen Moment der Zufriedenheit noch ein wenig länger auskosten. Satt, ausgeruht und warm. Glass griff in seine Jagdtasche und holte die Bärenkralle heraus. Er drehte sie langsam im letzten Licht des Feuers, betrachtete wieder fasziniert das getrocknete Blut an der Spitze. Sein Blut, wie er jetzt begriff. Er nahm das Rasiermesser und ritzte in das untere Ende der Kralle eine schmale Rille, die er sorgsam vertiefte. Dann zog er die Halskette mit den Habichtsfüßen aus der Tasche. Er wickelte die Schnur der Kette um die Rille, die er unten in die Kralle geschnitten hatte, und band sie mit einem Knoten fest. Schließlich legte er sich die Kette um den Hals und verknotete sie im Nacken. Ihm gefiel der Gedanke, dass die Kralle, die ihm die Wunden beigebracht hatte, jetzt leblos um seinen Hals hing. »Glücksbringer«, dachte er und schlief ein. 16. September 1823 »Verdammt!« John Fitzgerald blickte auf den Fluss vor sich, oder genauer gesagt, auf die Flussbiegung. Jim Bridger trat neben ihn. »Biegte er etwa Richtung Osten?« Ohne Vorwarnung schlug Fitzgerald dem Jungen mit dem Handrücken auf den Mund. Bridger fiel nach hinten, landete auf dem Gesäß und sah fassungslos zu Fitzgerald hoch. »Wofür war das denn?« »Meinst du, ich sehe nicht selbst, dass der Fluss nach Osten abbiegt? Wenn ich dich als Kundschafter brauche, sei ich dir Bescheid. Ansonsten sperre gefälligst die Augen auf und halt deinen verdammten Mund.« Bridger hatte natürlich recht. Seit über hundert Meilen war der Fluss, dem sie folgten, stur nach Norden geflossen, genau in die Richtungen, die sie wollten. Fitzgerald kannte nicht mal den Namen des Flusses, wusste aber, dass hier alles irgendwann in den Missouri mündete. Wenn der Fluss weiter in Richtung Norden geflossen wäre, hätte er sie bis auf einen Tagesmarsch an Fort Union heranführen müssen. Fitzgerald hatte sogar die Hoffnung gehegt, dass sie tatsächlich am Yellowstone waren, obwohl Bridger behauptete, dafür seien sie zu weit östlich. In jedem Fall hatte Fitzgerald gehofft, dem Fluss folgen zu können, bis sie auf dem Missouri stießen. In Wahrheit hatte er kein geografisches Gespür für das weite, leere Land, das vor ihm lag. Seit sie vom Oberlauf des Grand abgewichen waren, wies die Landschaft kaum irgendwelche Orientierungspunkte auf. Der Horizont erstreckte sich endlos weit. Vor ihnen lag ein Meer aus bleichem Gras und den immer gleichen sanften Hügeln. Der Fluss wies ihnen nicht nur die Richtung, sondern versorgte sie auch mit Wasser. Dennoch hatte Fitzgerald keine Lust, nach Osten zu gehen. Die neue Richtung des Flusses, soweit das Auge reichte. Die Zeit blieb ihr Feind. Je länger sie getrennt von Henry und der Brigade allein unterwegs waren, desto größer die Gefahr, dass ihnen etwas zustieß. Sie standen einige Minuten lang da, während Fitzgerald geradeaus starrte und grübelte. Schließlich holte Bridger tief Luft und sagte, wir sollten uns Richtung Nordwesten halten. Fitzgerald wollte ihn schon zurechtweisen, war aber ratlos, was sie sonst machen sollten. Er deutete auf das trockene Grasland, das sich bis zum Horizont erstreckte. Dann weißt du anscheinend, wo wir da draußen Wasser finden. Nein, aber wir brauchen nicht viel Wasser bei diesem Wetter. Bridger witterte Fitzgeralds Unentschlossenheit und fühlte sich entsprechend bestärkt in seiner eigenen Meinung. Anders als Fitzgerald besaß er tatsächlich einen guten Orientierungssinn in offenem Gelände. Er hatte schon immer einen inneren Kompass gehabt, der ihn sicher durch unbekanntes Terrain leitete. Ich glaube, wir sind höchstens noch zwei Tage von Missouri entfernt und vielleicht genauso nah am Vor. Fitzgerald unterdrückte den Drang, Bridger erneut zu schlagen. Er dachte sogar wieder daran, den Jungen zu töten. Er hätte es schon am Grant getan, wenn er auf die zweite Waffe hätte verzichten können. Zwei Schützen waren wenig, aber immer noch besser als einer allein. Hör zu, Junge. Wir beide müssen uns über was einig sein, bevor wir wieder zu den anderen stoßen. Bridger hatte dieses Gespräch kommen sehen, seit sie Glass im Stich gelassen hatten. Er senkte den Blick, schämte sich bereits für das, was nun kommen würde. Wir haben für den guten alten Glass getan, was wir konnten, sind länger bei ihm geblieben, als es die meisten getan hätten. Siebzig Dollar sind nicht genug, um sich dafür von den Arikara skalpieren zu lassen. Als Bridger nichts sagte, fuhr Fitzgerald fort. Glass war praktisch ein toter Mann, seit dieser Grizzly ihn massakriert hat. Wir haben ihn bloß nicht begraben. Bridger blickte noch immer weg. In Fitzgerald stieg wieder die Wut hoch. Weißt du was, Bridger? Mir ist scheißegal, was du davon hältst, was wir gemacht haben. Aber eins sage ich dir, wenn du auch nur ein Wort ausplauderst, schütze ich dir den Hals auf. 17. September 1823 Captain Andrew Henry nahm sich nicht die Zeit, die unberührte Pracht des Tals zu bewundern, das sich vor ihm ausbreitete. Die hohe Klippe über den Zusammenfluss von Missouri und Yellowstone River, wo er mit seinen sieben Begleitern stand, bot Aussicht auf einen weiten Horizont, der von einem flachen Plateau begrenzt wurde. Davor erhoben sich sanfte Kuppen wie flaxblonde Wellen zwischen dem steilen Hang und dem Missouri. Am nahen Ufer waren die meisten Bäume gefällt worden, doch auf der anderen Seite des Flusses ragten dicke Pappeln empor, die gegen den Herbst ankämpften, um erlaubt, noch eine Weile zu behalten. Henry nahm sich auch nicht die Zeit, über die philosophische Bedeutung des Zusammenfließens zweier Flüsse zu sinnieren. Er stellte sich nicht die hohen Bergwiesen vor, wo das Wasser so rein wie flüssiger Diamant seiner Reise begonnen hatte. Ja, er hielt sich nicht einmal damit auf, den günstigen Standort des Vores am Schnittpunkt von zwei großen Handelswegen zu bewundern. Captain Henrys Gedanken kreisten nicht um das, was er sah, sondern um das, was er nicht sah. Er sah keine Pferde. Er sah Männer, die sich hin und her bewegten, und er sah den Rauch eines großen Feuers, aber nicht ein einziges Pferd, nicht einmal ein verdammtes Maultier. Er schoss mit seinem Gewehr in die Luft, ebenso sehr aus Verdrossenheit wie zum Gruß. Die Männer im Lager verharrten und hielten Ausschau nach dem Schützen. Zwei Schüsse antworteten. Henry und seine sieben Männer stapften hinunter ins Tal auf Fort Union zu. Acht Wochen waren vergangen, seit Henry Fort Union verlassen hatte, um Ashley bei dem Arikara-Dorf zu Hilfe zu eilen. Henry hatte zwei Anweisungen hinterlassen. Fallen in den umliegenden Flüssen aufstellen und die Pferde um jeden Preis bewachen. Captain Henry schien vom Pech verfolgt zu sein. Pick nahm sein Gewehr von der rechten Schulter, die sich anfühlte, als hätte es eine dauerhafte Delle im Fleisch hinterlassen. Er wollte es auf die linke Schulter legen, doch da hatte er schon eine Druckstelle vom Riemen der Jagdtasche. Schließlich trug er die Waffe einfach vor dem Bauch, eine Entscheidung, die ihn an den quälenden Schmerz in den Armen erinnerte. Pick dachte an die bequeme Strommatratze im Hinterzimmer der Fassbinderwerkstatt in St. Louis und kam erneut zu dem Schluss, dass es ein schrecklicher Fehler gewesen war, sich Captain Henry anzuschließen. In den ersten zwanzig Jahren seines Lebens war Pick nicht ein einziges Mal mehr als zwei Meilen am Stück gegangen. In den letzten sechs Wochen war kein Tag verstrichen, an dem er weniger als zwanzig Meilen gelaufen war und manchmal waren es sogar dreißig Meilen oder noch mehr. Zwei Tage zuvor hatte Pick die Sohlen seines dritten Parmokashins durchgelaufen. Durch große Löcher drang morgens der frostige Tau. Steine schnitten ihm die Haut auf und zu allem Übel trat er auch noch auf einen Feigenkaktus. Mehrmals hatte er vergeblich versucht, die haarfeinen Stacheln mit seinem Häutungsmesser herauszubekommen und jetzt ließ ein eiterner Zeh ihn bei jedem Schritt zusammenzucken. Obendrein war er in seinem Leben noch nie so hungrig gewesen. Er sehnte sich, nach dem schlichten Vergnügen, ein Stück Brot in Bratensauce zu tunken oder die Zähne in eine fette Hähnchenkeule zu schlagen. Wehmütig dachte er zurück an den üppigen Blechteller voll leckerem Essen, das die Frau des Fassbinders dreimal am Tag zubereitete. Jetzt bestand sein Frühstück aus kaltem Dörrfleisch und davon nicht einmal viel. Mittags machten sie nur kurz Rast und dann gab es wieder kaltes Dörrfleisch. Da der Käpt'n Gewehrschüsse vermeiden wollte, bestand auch das Abendessen überwiegend aus kaltem Dörrfleisch. Und wenn es doch mal frisches Wild gab, hatte Pick Mühe, die großen Fleischbrocken mit dem Messer zu zersäbeln oder die Knochen zu zerbrechen, damit er in das Mark herankam. In der Wildnis war Essen mit verdammt viel Arbeit verbunden und von dem ganzen Kraftaufwand war er gleich danach wieder hungrig. Bei jedem Magenknurren stellte Pick seine Entscheidung in die Wildnis zu gehen in Frage. Die Reichtüme, die er sich erhofft hatte, blieben so unerreichbar wie eh und je. Er hatte seit sechs Monaten keine Biberfalle mehr aufgestellt. Als sie jetzt in das Vorschlurften, fehlten nicht bloß Pferde. Wo sind die Fälle? Ein paar Biberpelze hingen an Weidenrahmen von den Palisaden, zusammen mit einigen Bison, Hirsch und Wolfsfällen. Aber es war, weiß Gott, nicht die Goldgrube, die sie erwartet hatten. Ein Mann namens Stubby Bill trat vor und streckte Henry zur Begrüßung die Hand entgegen. Henry ignorierte die Hand. Wo zum Teufel sind die Pferde? Stubby Bills Hand hing einen Moment einsam in der Luft. Schließlich ließ er sie fallen. Die Blackfoot haben sie gestohlen, Käpt'n. Schon mal was von Wachen gehört? Wir hatten Wachen aufgestellt, Käpt'n. Aber die Rothäute sind wie aus dem Nichts aufgetaucht und haben die Herde in Panik versetzt. Habt ihr sie verfolgt? Stubby Bill schüttelte langsam den Kopf. Mit dem Blackfoot haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Es war eine leise, aber wirkungsvolle Erinnerung. Käpt'n Henry seufzte tief. Wie viele Pferde sind noch übrig? Sieben. Naja, fünf und zwei Maultiere. Murphy ist mit einem Trupp zum Beaver Creek und hat sie alle mitgenommen. Viel habt ihr ja anscheinend nicht gefangen. Wir tun, was wir können, Käpt'n. Aber die ganze Umgebung rund um das vorerst leer gejagt. Und um weiter wegzukommen, fehlen uns die Pferde. Jim Bridger lag zusammengerollt unter einer verschlissenen Wolldecke. Am nächsten Morgen würde Frost den Boden bedecken und der Junge spürte, wie ihm die feuchte Kälte tief in die Knochen drang. Sie schliefen wieder ohne Feuer. Allmählich gewann seine Erschöpfung die Oberhand über sein Unbehagen und er schlief ein. Im Traum stand er am Rand eines tiefen Abgrunds. Der Himmel war lila schwarz wie am späten Abend. Es war fast dunkel, aber die Umgebung wurde noch von einem schwachen Leuchten erhellt. Die Erscheinung tauchte zunächst als verschwommene Form auf, noch in weiter Ferne. Sie näherte sich ihm langsam, unaufhaltsam. Ihre Konturen wurden deutlicher, je näher sie kam, bis ein verdrehter und humpelnder Körper zu erkennen war. Bridger wollte fliehen, doch der Abgrund hinter ihm machte eine Flucht unmöglich. Als die Gestalt nur noch zehn Schritte entfernt war, konnte er das entsetzliche Gesicht sehen. Es war unnatürlich verzerrt, wie eine Maske. Narben zogen sich kreuz und quer über Wangen und Stirn. Nase und Ohren waren wahllos angeordnet, ohne Rücksicht auf Ebenmaß und Symmetrie. Das Gesicht wurde umrahmt von einer verfilzten Mähne und einem zotteligen Bart, was den Eindruck verstärkte, dass dieses Wesen davor ihm kein Mensch mehr war. Als das Gespenst noch näher trat, begannen seine Augen zu lodern und banden Bridger mit einem hasserfüllten Blick. Das Gespenst hob seinen Arm wie der Schnitter seine Sense und stach Bridger ein Messer tief in die Brust. Das Messer durch stieß das Brustbein mit unerwarteter Wucht. Bridger taumelte rückwärts, blickte ein letztes Mal in die lodernen Augen und stürzte in den Abgrund. Während er fiel, starrte er auf das Messer in seiner Brust. Er war nicht überrascht, als er die silberne Kappe am Knauf erkannte. Es war Glassmesser. In gewisser Weise war es eine Erleichterung zu sterben, dachte er. Leichter als mit der Schuld zu leben. Bridger spülte einen festen Schlag gegen die Rippen. Er schlug erschrocken die Augen auf und sah Fitzgerald über ihm stehen. Weiter geht's, Junge. 5. Oktober 1823 Die verkohlten Überreste des Arikara-Dorfes erinnerten Hugh Glass an Skelette. Es war unheimlich, zwischen ihnen umherzugehen. Dieser Ort, der vor kurzem noch so lebendig gewesen war, Heimat von 500 Familien, lag nun tot da wie ein Friedhof, ein ruhiges Grabmal auf dem hohen Steilufer über dem Missouri. Das Dorf lag acht Meilen nördlich von der Mündung des Grand in den Missouri, Fort Brasso 70 Meilen südlich. Glass hatte zwei Gründe für seine Entscheidung, zunächst nach Norden zu gehen. Er hatte kein Dörffleisch mehr und war erneut auf Wurzeln und Beeren angewiesen. Glass erinnerte sich an die üppigen Maisfelder rings um die Arikara-Dörfer und wollte dort Nahrung suchen. Er hoffte zudem, dass er in dem Dorf alles Notwendige für den Bau eines Floßes finden würde. Mit dem Floß könnte er sich gemächlich stromabwärts zum Fort Brasso treiben lassen. Während er langsam durchs Dorf ging, bestätigte sich seine Hoffnung. Baumaterialien waren reichlich vorhanden. Die Hütten und Palisaden lieferten tausende geeignete Baumstämme. Etwa in der Mitte des Dorfs blieb Glass stehen und spähte in eine große Hütte, die offenbar als eine Art Gemeinschaftsgebäude gedient hatte. Plötzlich sah er eine Bewegung in dem dunklen Innern. Er stolperte einen Schritt zurück mit rasendem Herzen. Vorsichtig lugte er erneut hinein und wartete, bis seine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnten. Da er keine Krücke mehr brauchte, hatte er den Pappelast unten angespitzt zu einem primitiven Speer. Er hielt ihn wurfbereit. Ein kleiner Hund, ein Welpe, winselte mitten in der Hütte. Erleichtert und froh über die Aussicht auf frisches Fleisch, machte Glass einen langsamen Schritt vorwärts. Er drehte das stumpfe Ende des Speers nach vorn. Wenn er den Hund näher locken könnte, würde er ihm mit einem raschen Schlag den Schädel zertrümmern. Nicht nötig, das Fleisch zu verderben. Doch der Hund witterte die Gefahr und flitzte in den dunklen hinteren Teil des Raums. Glass folgte ihm mit schnellen Schritten, blieb aber erschrocken stehen, als der Hund in die Arme einer alten Squaw sprang. Die Frau lag auf einer Pritsche, zusammengerollt auf einer zerlumpten Wolldecke. Sie hielt den Welpen wie ein Baby. Sie hatte das Gesicht im Fell des Tieres vergraben und nur ihr weißes Haar war im Dämmerlicht zu sehen. Sie schrie auf und fing an hysterisch zu wehklagen. Dann nahm das Jammergeschrei ein Muster an, wurde zu einem beängstigenden und unheilvollen Singsang. Ihr Todesgesang? Die Schultern und Arme, die den kleinen Hund hielten, waren kaum mehr als lederne alte Haut, die schlaff auf Knochen hing. Als seine Augen sich umgewöhnt hatten, sah Glass, dass sie von Unrat umgeben war. Ein großer Tontopf enthielt Wasser, aber Essbares war nirgends zu sehen. Wieso hat sie keinen Mais gesammelt? Glass hatte auf dem Weg ins Dorf ein paar Kolben aufgelesen. Die Sue und das Wild hatten fast die ganze Ernte verbraucht, aber es waren doch sicher noch Reste da. Ist sie gelähmt? Er griff in seine paar Fläsch und zog einen Maiskolben heraus. Er riss die Blätter ab und bückte sich, um ihn der Alten anzubieten. Glass hockte da und hielt ihr den Maiskolben hin, während die Frau weiter wehklagte. Nach einer Weile schnüffelte der Hund an dem Kolben und begann ihn abzulecken. Glass streckte eine Hand aus und berührte die Frau am Kopf, streichelte ihr sanft über das weiße Haar. Schließlich verstummte sie und drehte das Gesicht zum Licht, das durch die Tür hereinströmte. Glass keuchte auf. Ihre Augen waren ganz weiß, völlig blind. Jetzt begriff er, warum die Alte zurückgelassen worden war, als die Arikara mitten in der Nacht flohen. Glass nahm die Hand der Alten und legte sie behutsam um den Maiskolben. Sie murmelte irgendetwas, was er nicht verstand, und führte den Kolben zum Mund. Glass sah, dass sie keine Zähne hatte, sondern den rohen Mais zwischen das Zahnfleisch presste. Der süße Saft weckte anscheinend ihren Hunger, und sie versuchte vergeblich, den Kolben abzunagen. Sie braucht Brühe. Er sah sich in der Hütte um. Ein rostiger Kessel stand neben der Feuerstelle mitten im Raum. Er warf einen Blick auf das Wasser in dem großen Tontopf. Es war modrig und Ablagerungen trieben auf der Oberfläche. Er nahm den Topf und ging damit nach draußen. Er schüttete das Wasser aus und füllte den Topf an einem kleinen Bach, der durchs Dorf floss. Am Bach entdeckte er einen weiteren Hund, und diesen verschonte er nicht. Bald darauf flackerte mitten in der Hütte ein Feuer. Einen Teil des Fleisches röstete er am Spieß über den Flammen, den anderen kochte er in dem Kessel. Er warf Mais in den Topf mit dem Hundefleisch und sah sich dann weiter im Dorf um. Viele Lehmhütten waren von dem Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, und Glass fand zu seiner Freude etliche Taue für den Floßbau. Er fand auch eine Blechtasse und eine Schöpfkelle aus Büffelhorn. Als er zurück in die große Hütte kam, lutschte die blinde Alte noch immer an dem Maiskolben. Glass ging zu dem Kessel und füllte die Blechtasse mit Brühe, die er dann neben die Frau auf die Pritsche stellte. Der Welpe, den der Geruch seines am Spieß röstenden Artgenossen unruhig machte, duckte sich zu Füßen der Frau. Auch die Frau roch das Fleisch. Sie nahm die Tasse und trank die Brühe gierig, sobald die Temperatur es erlaubte. Glass füllte die Tasse erneut und gab diesmal Fleischstückchen dazu, die er mit dem Rasiermesser kleingeschnitten hatte. Erst nachdem er die Tasse dreimal gefüllt hatte, war die Frau satt und schlief ein. Er zog er die Wolldecke über die knochigen Schultern. Glass ging zum Feuer und aß von dem gerösteten Hund. Für die Porni waren Hunde eine Köstlichkeit und sie ließen sich ab und zu einen Hundebraten schmecken wie weißer ein Spanferkel. Glass wäre ein Bison natürlich lieber gewesen, aber in seiner gegenwärtigen Lage war ein Hund immer noch besser als nichts. Er fischte Mais aus dem Topf und aß ihn, bewahrte jedoch die Brühe und das getrocknete Fleisch für die Squaw auf. Er hatte gut eine Stunde gegessen, als die alte Frau aufschrie. Glass eilte zu ihr. Sie sagte immer und immer wieder, »He towe he! He towe he!« Diesmal sprach sie nicht in dem ängstlichen Ton ihres Todesgesangs, sondern mit leiser Stimme. Einer Stimme, die verzweifelt versuchte, etwas Wichtiges mitzuteilen. Die Worte sagten Glass nichts. Da ihm nichts anderes einfiel, nahm er die Hand der Frau. Sie drückte sich schwach und zog sie an ihre Wange. Sie saßen eine Weile so da. Ihre blinden Augen schlossen sich und sie dämmerte in den Schlaf hinüber. Am nächsten Morgen war sie tot. Glass brachte fast den ganzen Morgen damit zu, für die Tote ein primitives Hochgestellen mit Blick auf den Missouri zu errichten. Als er fertig war, ging er zurück in die Hütte und wickelte die alte Frau in ihre Decke. Er trug sie zu dem Gestell und der Hund trottete mitleiderregend hinter Dreien, wie in einem bizarren Trauerzug. In den Wochen seit dem Kampf mit den Wölfen war Glass' Schulter ähnlich gut verheilt wie sein verletztes Bein. Dennoch zuckte er zusammen, als er den Leichnam auf das Gestell hievte. Er spürte die vertrauten, beunruhigenden Stiche entlang der Wirbelsäule. Sein Rücken machte ihm nach wie vor Sorgen. Mit etwas Glück wäre er in ein paar Tagen in Fort Brasso. Irgendwer würde ihn dort ordentlich verarzten. Alte Bräuche aus einer weit zurückliegenden Zeit kamen ihm in den Sinn, und er blieb einen Moment neben dem Gestell stehen. Er fragte sich, welche Worte auf der Beerdigung seiner Mutter gesprochen worden waren, welche Worte für Elisabeth. Er stellte sich aufgeworfene Erde neben einem offenen Grab vor. Die Vorstellung einer Erdbestattung hatte für ihn immer etwas Bedrückendes, Kaltes gehabt. Ihm gefiel die indianische Sitte, die Toten hoch aufzubahren, als würden sie dem Himmel überreicht. Der Hund knurrte plötzlich und Glass fuhr herum. Vier Indianer kamen langsam aus dem Dorf auf ihn zugeritten, waren höchstens noch siebzig Meter entfernt. An ihrer Kleidung und den Haaren erkannte Glass sie auf Anhieb als Sue. Panik erfasste ihn, und er schätzte die Entfernung zu dem dichten Gehölz vor dem Steilufer ab. Er dachte zurück an seine erste Begegnung mit den Pawnee und beschloss zu bleiben, wo er war. Es war etwas über einen Monat her, dass die Trapper und die Sue bei der Belagerung gegen die Arikara Verbündete gewesen waren. Glass erinnerte sich, dass die Sue sich aus Empörung über Colonel Leavenworth-Taktik aus dem Kampf zurückgezogen hatten, was die Männer der Rocky Mountain Fur Company gut hatten nachvollziehen können. Ist von diesem Bündnis vielleicht noch etwas übrig? Er blieb also stehen, versuchte, möglichst viel Selbstbewusstsein auszustrahlen und blickte den Indianern entgegen. Sie waren jung, drei waren noch halbe Kinder, der vierte war älter, vielleicht Mitte zwanzig. Die jüngeren Krieger kamen argwöhnisch heran, die Waffen einsatzbereit, als würden sie sich einem fremden Tier nähern. Der ältere Sue ritt eine halbe Pferdelänge vor den anderen. Er hatte ein Gewehr in der Hand, aber er hielt es beiläufig, hatte den Lauf quer über den Hals seines mächtigen, erdfarbenen Hengstes gelegt. Auf der Hinterhand des Pferdes prangte das Brandzeichen US, eins von Leavenworth-Pferden. Unter anderen Bedingungen hätte Glass das Pech des Kernels erheiternd gefunden. Der ältere Sue zügelte sein Pferd drei Schritte vor Glass und betrachtete ihn von Kopf bis Fuß. Dann schaute er auf das Bestattungsgestell hinter ihm. Er verstand nicht, was dieser entstellte, dreckige Weiße mit der toten Arikara-Squad zu tun hatte. Aus der Ferne hatten sie beobachtet, mit welcher Anstrengung der Mann ihren Leichnam auf das Gestell gewuchtet hatte. Es ergab keinen Sinn. Der Indianer schwang sein Bein über den großen Hengst und glitt behändet zu Boden. Er blieb vor Glass stehen und musterte ihn mit dunklen, durchdringenden Augen. Glass spürte, wie ihm flau im Magen wurde, doch er hielt dem Blick stand. Dem Indianer gelang mühelos, was Glass nur vortäuschen konnte. Ein zutiefst selbstbewusstes Auftreten. Sein Name war Yellow Horse. Er war groß, über einen Meter achtzig, hatte breite Schultern und eine tadellose Haltung, die seinen kräftigen Hals und die starke Brust betonte. Im straff geflochtenen Haar trug er drei Adlerfedern, mit Kerben für jeden Feind, den er im Kampf getötet hatte. Zwei Zierbänder schmückten die Brust seiner Hirschlederjacke. Glass fiel auf, wie kunstvoll sie gearbeitet waren. Hunderte verwobene Stachelschweinstacheln, die leuchtend Zinnoberrot und Indigo-Blau gefärbt waren. Während die beiden Männer einander gegenüberstanden, hob der Indianer langsam die Hand und griff nach Glass' Halskette, drehte und wendete die riesige Bärenkralle neugierig in den Fingern. Er ließ die Kralle wieder los und studierte die Narben in Glass' Schädel und Kehle. Der Indianer stieß leicht gegen Glass' Schulter, damit er sich umdrehte und sah sich dann die Wunden unter dem zerrissenen Hemd an. Er sagte etwas zu den drei anderen, während er Glass' Rücken inspizierte. Glass hörte, wie die anderen Krieger von ihren Pferden stiegen und näher kamen, und dann sprachen sie aufgeregt miteinander, während sie seinen Rücken hier und da befingerten. Was machen sie da? Es waren die tiefen, parallelen Wunden auf Glass' Rücken, die die Sue faszinierten. Sie hatten schon viele Wunden gesehen, aber so etwas noch nie. In den tiefen Rissen wimmelte es von Maden. Einer der Indianer bekam einen sich windenden weißen Wurm zu fassen. Er zeigte ihn Glass. Glass schrie entsetzt auf und fing an, hektisch an den Fetzen seines Hemdes zu reißen und nach den Wunden zu greifen, die er nicht erreichen konnte. Dann fiel er auf Hände und Knie und erbrach sich. Die Indianer setzten Glass hinter einem der jungen Krieger auf ein Pferd und ritten aus dem Arikara-Dorf. Der Hund der alten Frau lief hinter ihnen her. Einer der Indianer hielt an, sprang vom Pferd und lockte den Hund zu sich. Mit der stumpfen Seite eines Tomahawks schlug er dem Hund den Schädel ein, packte das Tier bei den Hinterbeinen und stieg schnell wieder auf. Das Schuhlager lag ein kleines Stück südlich des Grant. Die Ankunft der vier Krieger mit einem weißen Mann löste helle Aufregung aus, und Scharen von Indianern folgten ihnen wie eine Parade zwischen den Tipis hindurch. Yellow Horse führte die Prozession zu einem niedrigen Tipi, das etwas abseits des Lagers stand. Das Tipi war mit wilden Mustern bedeckt. Blitze, die aus schwarzen Wolken zuckten, Bisons in geometrischen Formen um eine Sonne herum angeordnet, menschenähnliche Gestalten, die um ein Feuer tanzten. Yellow Horse rief einen Gruß, und einige Augenblicke später kam ein uralter, knorriger Mann aus dem Tipi hervor. Er blinzelte in die helle Sonne, obwohl die Augen, auch wenn er sie nicht zusammenknifft, zwischen tiefen Falten verschwanden. Die obere Hälfte seines Gesichts war schwarz bemalt, und er hatte sich einen toten, verdorrten Raben hinters rechte Ohr gebunden. Trotz des kühlen Oktobertages war sein Oberkörper nackt, und unterhalb der Taille trug er nur einen Lendenschutz. Die Haut hing ihm schlaff von der eingefallenen Brust und war mit schwarzen und weißen Streifen bemalt. Yellow Horse sprang vom Pferd und bedeutete Glass ebenfalls abzusitzen. Glass gehorchte steif, da die Wunden von dem ungewohnten Ritt wieder schmerzten. Yellow Horse erzählte dem Medizinmann von dem seltsamen Weißen, den sie in den Überresten des Arikara-Dorfes gefunden hatten, während er dabei war, die Seele der alten Squaw freizulassen. Er erzählte dem Medizinmann auch, dass der weiße Mann keine Angst gezeigt hatte, als sie sich ihm näherten, obwohl er als einzige Waffe nur einen angespitzten Stock bei sich trug. Er erzählte von dem bärenkrallen Halsband und den Wunden am Hals und auf dem Rücken des Mannes. Der Medizinmann sagte nichts während Yellow Horse' langer Erklärung, doch seine Augen spähten eindringlich aus der Maske seines zerfurchten Gesichts. Die Indianer, die sich aus Neugier versammelt hatten, lauschten gespannt und ein Raunen ging durch die Menge, als Yellow Horse die Maden im Rücken des Verwundeten beschrieb. Als Yellow Horse fertig war, trat der Medizinmann zu Glass. Der schrumpelige alte Mann reichte Glass knapp bis zum Kinn, sodass er genau die richtige Größe hatte, um sich die Bärenkralle anzusehen. Er berührte mit dem Daumen die Spitze, als wollte er die Echtheit prüfen. Die altersschwachen Hände zitterten leicht, als er sie nach den blassrosa Narben ausstreckte, die von Glass' rechter Schulter zur Kehle verliefen. Schließlich drehte er Glass um und sah sich den Rücken an. Er packte den Kragen des zerfledderten Hemds und riss daran. Der Stoff leistete nur wenig Widerstand. Die Indianer drängten sich näher, um mit eigenen Augen zu sehen, was Yellow Horse beschrieben hatte. Sofort brachen sie ein aufgeregtes Geplappern ihrer fremdartigen Sprache aus. Glass wurde erneut schlecht, als er sich den Anblick vorstellte, der diese Erregung auslöste. Der Medizinmann sagte etwas und die Indianer verstummten. Er drehte sich um und verschwand in sein Tipi. Als er kurz darauf wieder herauskam, hatte er die Arme voll mit allerlei Kalebassen und perlenbesetzten Beuteln. Er wandte sich Glass zu und bedeutete ihm, sich Bäuchlings auf die Erde zu legen. Neben Glass breitete er ein prächtiges weißes Fell aus und legte eine Reihe von Heilmitteln darauf. Glass hatte keine Ahnung, was die Behältnisse enthielten. Mir egal. Für ihn zählte nur eins. Schaff mir die Bieste vom Leib. Der Medizinmann sagte etwas zu einem der jungen Krieger, der davonlief und wenig später mit einem schwarzen Topf voll Wasser wiederkam. Unterdessen schnupperte der Medizinmann an der größten Kalebasse und gab Zutaten aus den verschiedenen Beuteln hinein. Während er arbeitete, verfiel er in einen leisen Sing-Sang, das einzige Geräusch, während die Zuschauer ehrfurchtsvoll schwiegen. Die Hauptzutat in der großen Kalebasse war Bison-Urin, der während der Jagd im letzten Sommer der Blase eines großen Bullen entnommen worden war. Zu dem Urin gab er Erlenwurzel und Schießpulver. Das Ergebnis roch so beißend wie Terpentin. Der Medizinmann gab Glass ein kurzes Stück Holz, sechs Zoll lang. Glass brauchte einen Moment, ehe er verstand, wozu es gedacht war. Er holte tief Luft und klemmte sich den Stock zwischen die Zähne. Glass wappnete sich innerlich und der Medizinmann goss. Das Mittel löste den heftigsten Schmerz, aus dem Glass je gespürt hatte, wie geschmolzenes Eisen in einer Form aus menschlichem Fleisch. Zuerst war der Schmerz klar abgegrenzt, während die Flüssigkeit in jede der fünf Wunden drang, langsam und quälend. Schon bald jedoch verwandelte sich die spitze Feuerzunge in eine weitere Welle von Schmerz, die mit dem rasenden Schlag seines Herzens pulsierte. Glass presste die Zähne tief in das weiche Holz des Stocks. Er versuchte, sich die reinigende Wirkung der Behandlung vorzustellen, doch die Unmittelbarkeit der Schmerzen hielt ihn gefangen. Das Mittel erzielte die gewünschte Wirkung. Zu Dutzenden kamen die sich windenden weißen Tiere an die Oberfläche. Nach einigen Minuten nahm der Medizinmann einen großen Schöpflöffel voll Wasser und spülte die Würmer und die brennende Flüssigkeit von Glass' Rücken. Glass schnappte nach Luft, als der Schmerz langsam nachließ. Er hatte gerade erst wieder Atem geschöpft, als der Medizinmann erneut Flüssigkeit aus der großen Kalebasser goss. Nachdem er das Mittel viermal angewendet und die letzten Spuren weggespült hatte, packte der Medizinmann einen dampfenden Brei aus Kiefern und Lärchennadeln auf die Wunden. Yellow Horse half Glass ins Tipi des Medizinmanns. Eine Squaw brachte frisch zubereitetes Wildfleisch. Trotz seines brennenden Rückens schlug Glass sich den Bauch voll, legte sich dann auf eine Bison-Felldecke und fiel in einen tiefen Schlaf. Er schlief fast zwei volle Tage mehr oder weniger durch. Wenn er einmal wach wurde, standen stets frisches Essen und Wasser neben ihm. Der Medizinmann versorgte seinen Rücken und wechselte zweimal die Umschläge. Nach den höllischen Schmerzen von dem Heilmittel fühlte sich die feuchte Wärme der Umschläge an wie die tröstliche Berührung einer mütterlichen Hand. Als Glass am frühen Morgen des dritten Tages aufwachte, fiel schwaches Dämmerlicht ins Tipi, und in der Stille waren nur das Rascheln von Pferden und die Rufe von Trauertauben zu hören. Der Medizinmann schlief noch, eine Bison-Decke über die knochige Brust gezogen. Neben Glass lag ordentlich gefaltet ein Stapel Wildlederkleidung, Breaches, perlenbesetzte Mokassins und eine schlichte Hirschlederjacke. Er stand langsam auf und zog sich an. Die Pawnee betrachteten die Sue als ihre Todfeinde. Während seiner Zeit in Kansas hatte Glass sogar einmal in einem kleinen Scharmützel gegen eine Gruppe Sue-Jäger gekämpft. Jetzt sah er die Dinge anders. Wie konnte er etwas anderes als Dankbarkeit empfinden für die barmherzige Hilfe, die Yellow Horse und der Medizinmann ihm geleistet hatten? Der Medizinmann regte sich und setzte sich auf, als er Glass sah. Er sagte etwas, was Glass nicht verstand. Einige Minuten später kam Yellow Horse. Er schien froh darüber, dass Glass wieder auf den Beinen war. Die zwei Indianer begutachteten seinen Rücken und schienen sich anerkennend über das zu äußern, was sie sahen. Als sie fertig waren, deutete Glass auf seinen Rücken und zog fragend die Augenbrauen hoch. Geht es gut aus? Yellow Horse spitzte die Lippen und nickte. Später am Tag trafen sie sich in Yellow Horse Tippi. Mit einem Mischmasch aus Zeichensprache und Zeichnungen in den Sand versuchte Glass den beiden verständlich zu machen, woher er kam und wohin er wollte. Yellow Horse schien vor Brasso zu verstehen, denn er malte eine Karte und zeigte genau auf die Stelle am Zusammenfluss von Missouri und White River, wo das vorlag. Glass nickte heftig mit dem Kopf. Yellow Horse sagte irgendetwas zu den Kriegern, die sich im Tippi versammelt hatten. Glass verstand kein Wort und als er am Abend schlafen ging, überlegte er, ob er sich einfach allein auf den Weg machen sollte. Am nächsten Morgen weckte ihn das Geräusch von Pferden vor dem Tippi des Medizinmannes. Als er hinausging, sah er Yellow Horse und die drei jungen Krieger aus dem Arikara-Dorf. Sie saßen auf Pferden und einer der Krieger hielt die Zügel eines reiterlosen Pinto. Yellow Horse sagte etwas und deutete auf den Pinto. Die Sonne lugte gerade über den Horizont, als die vier losritten in Richtung Fort Brasso. 6. Oktober 1823 Jim Bridgers Orientierungssinn trug nicht. Er hatte Recht gehabt, als er Fitzgerald drängte und nicht weiter dem Little Missouri River zu folgender nach Osten abbog, sondern nach Nordwesten zu gehen. Der westliche Horizont verschluckte den letzten Rest Sonne, als die beiden Männer einen Gewehrschuss abfeuerten, um Fort Union ihre Ankunft zu signalisieren. Captain Henry schickte ihnen einen Reiter entgegen, um sie zu begrüßen. Als Fitzgerald und Bridgers vorkamen, wurden sie von den Männern der Rocky Mountain Fur Company mit düsterer Achtung empfangen. Fitzgerald trug Glass' Gewehr, als wäre es das ehrenvolle Abzeichen ihres gefallenen Kameraden. Jean Poutrin bekreuzigte sich, als die Anstatt vorbei paradierte, und einige der Männer nahmen den Hut ab. Ob unvermeidlich oder nicht, den Männern fiel es schwer, glastot hinzunehmen. Sie versammelten sich in ihrer Baracke, um sich hinauslaufen würde. Ich war, weiß Gott, kein Freund von ihm, aber ich habe Achtung vor jedem Mann, der so kämpft, wie er gekämpft hat. Wir haben ihn tief vergraben und reichlich Steine draufgelegt, damit ihn die Tiere nicht kriegen. Um ehrlich zu sein, Captain, ich wollte auf der Stelle los, aber Bridger meinte, wir sollten noch ein Kreuz fürs Grab machen. Bridger blickte auf, entsetzt über diese letzte Ausschmückung. Zwanzig Augenpaare blickten ihn bewundernd an, und einige Männer nickten feierlich. Gott, bitte keinen Respekt. Jetzt hatte er das, wonach er sich immer gesehnt hatte, und das war mehr, als er ertragen konnte. Ganz gleich, was passierte, er musste sich von der schrecklichen Last ihrer Lüge reinigen. Seiner Lüge. Er spürte Fitzgeralds eiskalten Blick. Mir doch egal. Er öffnete den Mund, um zu sprechen, doch ehe er die richtigen Worte fand, sagte Captain Henry. Ich wusste, du würdest deinem Mann stehen, Bridger. Wieder nickten einige Männer der Brigade anerkennt. Was hab ich getan? Er sah zu Boden. 9. Oktober 1823 Fort Brasso wurde der Bezeichnung vor selbst bei großzügiger Betrachtung kaum gerecht. Vielleicht war Eitelkeit der Beweggrund für den Namen gewesen, um einen Familiennamen aufzuwerten. Oder vielleicht die Hoffnung, durch die bloße Kraft des Namens Angreifer abzuschrecken. Wie auch immer, der Name versprach mehr, als er hielt. Fort Brasso bestand aus einer einzigen Blockhütte, einer primitiven Anlegestelle und einer Stange zum Anbinden von Pferden. Die schmalen Schießschlitze der Hütte waren der einzige Beweis dafür, dass beim Bau kriegerische Gesichtspunkte berücksichtigt worden waren, und sie hielten eher Licht ab als Pfeile. Auf der Lichtung rings um das Vor standen ein paar Tipis, von denen einige vorübergehend von Indianern aufgeschlagen worden waren, die Tauschgeschäfte machen wollten, und andere dauerhaft bewohnt waren von trunksüchtigen Jenkten zu. Wer den Fluss befuhr, machte für die Nacht hier fest. Die meisten kampierten unter freiem Himmel, doch die Wohlhabenderen gönnten sich schon mal für ein Viertel Dollar ein Plätzchen auf einer Strohmatratze in der Hütte. Die Hütte selbst war teils Kramladen und teils Saloon. Im schwach beleuchteten Innern nahm man vor allem Gerüche wahr. Tagealten Rauch, den fettigen Moschausduft frischer Felle, offene Fässer mit gepökeltem Kabeljau. Abgesehen vom Geschwafel Betrunkener war vor allem das ständige Surren von Fliegen und das gelegentliche Schnarchen vom Schlafboden unter dem Dach zu hören. Der Namenspatron des Fours, Kiowa Brasso, spähte den fünf näher kommenden Reitern durch dicke Brillengläser entgegen, die seine Augen unnatürlich groß wirken ließen. Mit Erleichterung erkannte er das Gesicht von Yellow Horse. Kiowa hatte sich besorgt gefragt, auf welche Seite die Sue sich nun schlagen würden. William Ashley hatte fast einen ganzen Monat in Fort Brasso verbracht, um die Zukunft seiner Rocky Mountain Fur Company zu planen. Im Kampf gegen die Arikara waren die Sue Verbündete gewesen, bis sie Colonel Leavenworth halbherzige Taktik leid waren. Mitten in Leavenworth Belagerung setzten sie sich plötzlich ab, nahmen sich aber auch noch die Zeit, Ashley und der US Army Pferde zu stehlen. Ashley betrachtete den Rückzug der Sue als Verrat. Kiowa hegte insgeheim Verständnis für das Verhalten der Sue, sah allerdings keinen Anlass, den Gründer der Rocky Mountain Fur Company zu vergrämen. Schließlich waren Ashley und seine Männer mit Abstand Kiowas beste Kunden, denn sie kauften ihm praktisch seinen ganzen Bestand an Vorräten ab. Letztlich jedoch war Fort Brasso auf den Handel mit den Indianerstämmen angewiesen. Und seit der dramatischen Veränderung in den Beziehungen zu den Arikara waren die Sue noch wichtiger geworden. Kiowa befürchtete, dass die Verachtung der Sue für Leavenworth sich auf ihn und seinen Handelsposten ausweiten könne. Die Ankunft von Yellow Horse und zwei anderen Sue-Kriegern war ein gutes Zeichen, zumal sie einen Weißen mitbrachten, der offenbar in ihrer Obhut gewesen war. Eine kleine Menge aus Indianern und durchreisenden Voyageurs versammelte sich, um die Neuankömmlinge zu begrüßen. Sie blickten vor allem auf den Weißen Mann mit den grässlichen Narben im Gesicht und auf dem Kopf. Brasso redete Yellow Horse auf Sue an, und Yellow Horse erzählte, was er über den Weißen Mann wusste. Glass wurde unbehaglich zumute, als sich Dutzende gaffene Augenpaare auf ihn richteten. Wer von den Umstehenden zusprach, lauschte gebannt Yellow Horse' Schilderung, wie er Glass gefunden hatte, allein ohne irgendeine Waffe, schwer verletzt von einem Bären. Die Übrigen konnten sich nur fragen, was der Weiße Schreckliches erlebt haben musste. Kiowa hörte sich Yellow Horse' Geschichte an, bevor er den Weißen selbst fragte. Wer sind Sie? Der Weiße schien, um Worte zu ringen, weil er glaubte, nicht verstanden worden zu sein, wechselte Brasso ins Französische. Qui est vous? Glass schluckte und räusperte sich vorsichtig. Er erinnerte sich an Kiowa von ihrem kurzen Halt auf ihrem Weg den Fluss hoch. Kiowa erinnerte sich offenbar nicht an ihn. Glass fiel ein, dass sein Äußeres sich drastisch verändert hatte. You, Glass. Es sprechend hat ihm weh und seine Stimme klang wie ein jämmerliches Krächzen. Und von Ashleys Leuten. Sie haben Monsieur Ashley knapp verpasst. Er hat Jet Stewart mit 15 Mann nach Westen geschickt und ist dann zurück nach Saint-Louis, um eine neue Brigade zusammenzustellen. Kiowa hielt inne, weil er dachte, der verwundete Mann würde dann vielleicht mehr erzählen. Als der Mann keine Anstalten machte, noch irgendetwas zu sagen, riss einem einäugigen Schotten der Geduldsfaden und er fragte Barsch, Was ist mit ihnen passiert? Glass sprach langsam und drückte sich so sparsam wie möglich aus. Ein Grizzly hat mich am Oberlauf des Grant angegriffen. Er hasste das jämmerliche Krächzen, das aus seiner Kehle kam. Aber er sprach weiter. Captain Henry hat mich mit zwei Männern zurückgelassen. Er stockte erneut, legte eine Hand an den Hals. Sind abgehauen mit meiner Ausrüstung. Und die Schuhe haben Sie den ganzen Weg hierher gebracht? fragte der Schotte. Kiowa, der den Schmerz in Gleis' Gesicht sah, antwortete für ihn. »Yellow Ors hat ihn allein in einem Arikara-Dorf gefunden. Widersprechen Sie mir, wenn ich mich irre, Monsieur Glass. Aber ich nehme an, Sie haben es ganz allein den Grand drunter geschafft?« Glass nickte. Der einäugige Schotte wollte eine weitere Frage stellen, doch Kiowa fiel ihm ins Wort. »Monsieur Glass kann seine Geschichte später erzählen. Ich würde sagen, er hat es verdient, erst mal was zu essen und auszuschlaffen.« Durch die Brille wirkte Kiowas Gesicht klug und gutmütig. Er fasste Glass an der Schulter und führte ihn in die Hütte. Drinnen setzte er Glass an einen langen Tisch und sagte etwas auf Sue zu seiner Frau. Sie füllte aus einem großen, gusseisernen Topf einen Teller mit Eintopf. Glass verschlang das Essen gierig, nahm noch zweimal großzügig nach. Kiowa setzte sich ihm gegenüber, sah ihm in dem dämmerigen Licht geduldig zu und scheuchte die Schaulustigen fort. Als Glass fertig war, fiel ihm etwas ein und er sagte zu Kiowa, »Ich kann nicht bezahlen.« »Ich hab mir schon gedacht, dass Sie nicht viel Bares dabei haben. Es schließt meine Erkriegen in meinem Fonds Kredit.« Glass nickte dankbar. Kiowa fuhr fort. »Ich kann Sie ausrüsten und Ihnen einen Platz auf dem nächsten Boot nach St. Louis verschaffen.« Glass schüttelte den Kopf. »Ich will nicht nach St. Louis.« Kiowa war verblüfft. »Wohin denn sonst?« »Fort Union.« »Fort Union? Wir haben Oktober. Selbst wenn Sie es an den Arikara vorbeischaffen, kommen Sie nicht vor Dezember bei den Mondandörfern an. Und von da sind es immer noch 300 Meilen bis Fort Union. Wollen Sie mitten im Winter den Missouri hochstapfen?« Glass antwortete nicht. Ein Hals tat ihm weh. Außerdem wollte er keine Erlaubnis einholen. Er nahm einen Schluck Wasser aus einer großen Blechtasse, dankte Kiowa für das Essen und stieg die wackelige Leiter zum Dachboden hinauf. Auf halbem Weg stockte er, kehrte um und ging nach draußen. Glass fand Yellow Horse ein Stück vom Vor entfernt am Ufer des White River, wo er mit den anderen zu lagerte. Sie hatten ihre Pferde versorgt, ein paar Tauschgeschäfte gemacht und wollten am nächsten Morgen zurückreiten. Yellow Horse miet das vor, so gut er konnte. Kiowa und seine Zoo-Frau hatten ihn immer redlich behandelt, aber der Ort bedrückte ihn. Er empfand Verachtung und sogar Scham für die dreckigen Indianer, die in der Umgebung des Forres kampierten und ihre Frauen und Töchter für den nächsten Schluck Whisky zur Prostitution anboten. Es war ein beängstigendes Übel, das Männer dazu brachte, ihr altes Leben aufzugeben und in solcher Schande zu leben. Aber er fand den Handelsposten auch noch in anderer Hinsicht äußerst beunruhigend. Er staunte, was für hochwertige Waren die Weißen herstellen konnten, von den Feuerwaffen und Äxten bis hin zu den feinen Stoffen und Kleidungsstücken. Doch er verspürte auch eine nagende Furcht vor einem Volk, das solche Dinge herstellen konnte, über Fähigkeiten verfügte, die er nicht verstand. Und dann waren da noch die Geschichten über die großen Dörfer der Weißen im Osten. Dörfer, in denen mehr Menschen lebten, als es Bisons in der Prärie gab. Er bezweifelte, dass diese Geschichten wahr sein konnten, doch mit jedem Jahr kamen mehr Händler her. Und jetzt der Kampf zwischen den Arikara und den Soldaten. Andererseits, der Zorn der Weißen hatte sich auf die Arikara gerichtet, einen Stamm, für den auch er kein Wohlwollen empfand, und die Weißen Soldaten waren Feiglinge und Dummköpfe gewesen. Er wusste selbst nicht, wo er sein Unbehagen rührte. Für sich betrachtet schien nichts von all dem besonders bedrohlich. Doch Yellow Horse spürte, dass diese einzelnen Fäden irgendwo zusammenkamen und sich zu einer Warnung verflochten, die er noch nicht ganz erfassen konnte. Yellow Horse erhob sich, als er Glass auf das heruntergebrannte Lagerfeuer zukommen sah, das ihre Gesichter erhellte. Glass hatte überlegt, den Zoo für ihre Helfer eine Bezahlung anzubieten, doch irgendetwas sagte ihm, dass Yellow Horse das als Kränkung auffassen würde. Er dachte an ein kleines Geschenk, ein Strang Tabak oder ein Messer. Derlei Kleinigkeiten wären aber kein angemessener Ausdruck seiner Dankbarkeit. Und so trat er auf Yellow Horse zu, nahm seine Bärenkrallenkette ab und legte sie dem Indianer um den Hals. Yellow Horse starrte ihn einen Moment lang an. Glass erwiderte den Blick, nickte, drehte sich um und ging zurück zur Hütte. Als Glass wieder auf den Dachboden stieg, schliefen bereits zwei Voyageurs auf den großen Strommatratzen. In einer Ecke unter den Balken lag ein schäbiges Fell ausgebreitet. Glass ließ sich darauf nieder und schlief augenblicklich ein. Am nächsten Morgen wurde er durch eine laute Unterhaltung auf Französisch geweckt, die aus dem offenen Raum unten heraufdrang, mit fröhlichem Lachen durchsetzt, und Glass sah, dass er jetzt allein war. Er blieb noch eine Weile liegen und genoss den Luxus von Schutz und Wärme. Er drehte sich vom Bauch auf den Rücken. Die brutale Behandlung des Medizinmannes hatte gewirkt. Auch wenn sein Rücken noch nicht vollständig verheilt war, so war er doch immerhin die widerlichen Maden los. Er streckte nacheinander die Glieder aus, als wollte er die komplizierten Einzelteile einer neu erworbenen Maschine ausprobieren. Sein Bein konnte jetzt das volle Körpergewicht tragen, auch wenn er beim Gehen noch deutlich humpelte. Und Arm und Schulter waren wieder voll beweglich, auch wenn er darin noch nicht die alte Kraft hatte. Er nahm an, dass der Rückstoß einer Büchse heftige Schmerzen verursachen würde, doch er war zuversichtlich, sie zumindest bedienen zu können. Eine Büchse. Er war dankbar für Kaiowas Bereitschaft, ihn auszurüsten. Doch was er wollte, war seine Büchse. Seine Büchse und Rache an den Männern, die sie gestohlen hatten. Die Freude darüber, Fort Brasso erreicht zu haben, schlug in Ernüchterung um. Immerhin war es ein Meilenstein, doch für Glass war es nun einmal keine Ziellinie, die er triumphierend überqueren konnte, sondern eine Startlinie, die es entschlossen zu passieren galt. Mit neuer Ausrüstung und einem Körper, der zunehmend gesundete, hatte er jetzt Vorteile, die ihm in den letzten sechs Wochen gefehlt hatten. Dennoch, sein Ziel lag in weiter Ferne. Während er noch so da lag, bemerkte er ein Eimer Wasser auf einem Tisch. Die Tür unten ging auf, und ein gesprungener Spiegel an der Wand warf das Morgenlicht zurück. Glass erhob sich und ging langsam zu dem Spiegel. Er war nicht wirklich entsetzt über das Bild, das sich ihm bot. Er war darauf gefasst gewesen, dass er anders aussah. Dennoch, es war seltsam, endlich die Wunden zu sehen, die er sich wochenlang nur hatte vorstellen können. Drei parallele Krallenspuren zogen sich durch den dichten Bart auf seiner Wange. Sie erinnerten Glass an Kriegsbemalungen. Kein Wunder, dass die Susu beeindruckt gewesen waren. Blassrosa Narbengewebe verlief rings um die Kopfhaut, und oben auf dem Kopf hatte er etliche Scharten. Wo Haare wuchsen, war das vertraute Braun jetzt mit Grau vermischt, vor allem am Bart. Besonders genau besah er sich seine Kehle. Auch da markierten breite, parallele Linien den Weg der Krallen. Narbenwülste verrieten, wo die Nähte verknotet worden waren. Glass hob seine Hirschlederjacke an, um sich den Rücken anzuschauen, doch in dem dunklen Spiegel waren nur die Umrisse der langen Wunden zu erkennen. Noch immer spukte ihm die Vorstellung von den Maden durch den Kopf. Er wandte sich vom Spiegel ab und stieg die Leiter hinunter. Ein Dutzend Männer hatte sich in dem Raum unten versammelt. Sie saßen dicht gedrängt um den langen Tisch. Die Unterhaltung erstarb, als Glass die Leiter herunterkam. Kiowa begrüßte ihn auf Englisch. Die Leichtigkeit, mit der der Franzose zwischen den Sprachen hin und her wechseln konnte, war für einen Händler in dem babylonischen Sprachgewirr hier draußen ein großer Vorteil. »Guten Morgen, Monsieur Glass. Wir haben gerade über Sie gesprochen.« Glass nickte, sagte aber nichts. »Sie haben Glück«, fuhr Kiowa fort. »Ich habe vielleicht einen Platz auf einem Boot für Sie gefunden, das Strom aufwärts fährt.« Glass war sofort ganz ohr. »Darf ich vorstellen? Antoine Langevin.« Ein kleiner Mann mit einem langen Schnurrbart stand höflich vom Tisch auf und reichte Glass die Hand. Glass war überrascht über den kräftigen Händedruck des kleinen Mannes. »Langevin ist gestern hier angekommen. Wie Sie, Monsieur Glass, hatte auch er eine interessante Geschichte zu erzählen. Monsieur Langevin war oben am Fluss bei den Mondand-Dörfern. Er sagt, die Arikara haben nur eine Meile südlich von den Mondand ein neues Dorf errichtet auf deren Land.« Langevin sagte etwas auf Französisch, was Glass nicht verstand. »Dazu komme ich gleich Langevin,« sagte Kiowa gereizt. Er ließ sich nicht gern unterbrechen. »Ich dachte, unser Freund wüsste gern was über die Hintergründe.« Kiowa fuhr mit seiner Erklärung fort. »Wie Sie sich vorstellen können, fürchten unsere Freunde, die Mondand, dass die neuen Nachbarn ihnen Ärger bescheren könnten. Als Bedingung für die Inanspruchnahme ihres Territoriums haben die Mondand den Arikara die Zusicherung abverlangt, dass sie ihre Angriffe auf die Weißen einstellen.« Kiowa nahm seine Brille ab, putzte die Gläser mit einem Hemdzipfel und setzte sie sich wieder auf die rote Nase. »Womit ich zu meiner eigenen Lage komme. Mein kleines Fort ist auf Flussverkehr angewiesen. Ich brauche Trappe und Händler wie Sie, die den Missouri rauf und runter fahren. Ich war froh über den längeren Aufenthalt von Monsieur Ashley und seinen Männern, aber dieser Kampf gegen die Arikara wird mir das Geschäft ruinieren. Deshalb habe ich Langevin gebeten, mit einer Abordnung den Missouri hochzufahren. Sie werden Geschenke mitnehmen und wieder Beziehungen zu den Arikara knüpfen. »Falls Sie Erfolg haben, schicken wir die Nachricht nach Saint-Louis, dass der Missouri wieder für den Handel offen ist. Auf Langevans Batard ist Platz für sechs Männer und genug Proviant. Das da ist Toussaint Chabonneau.« Kiowa deutete auf einen anderen Mann am Tisch. Glass kannte den Namen und betrachtete den Ehemann von Sacagawea neugierig. »Toussaint hat für Louis und Clark übersetzt. Er spricht Menden, Arikara und alles, was ihr sonst noch gebrauchen könnt. »Und ich spreche Englisch«, sagte Chabonneau mit starkem französischem Einschlag. Kiowas Englisch war fast akzentfrei, doch bei Chabonneau schwang die Melodie seiner Muttersprache mit. Glass schüttelte Chabonneau die Hand. »Das ist Andrew MacDonald«, Kiowa deutete auf den einäugigen Schotten vom Vortag. Glass fiel auf, dass dem Schotten nicht nur ein Auge fehlte, sondern auch ein gehöriger Teil der Nasenspitze. »Gut möglich, dass er der dämlichste Mann ist, dem ich je begegnet bin«, sagte Kiowa. »Aber er kann den ganzen Tag paddeln, ohne auch nur einmal Rast zu machen. Wir nennen ihn Professeur.« Professeur legte den Kopf schief, um Kiowa mit seinem gesunden Auge anzusehen. Er blinzelte, als er meinte, seinen Namen zu hören, auch wenn ihm die Ironie offensichtlich entging. »Und schließlich Dominique Catoire«, Kiowa deutete auf einen Voyageur, der eine dünne Tonpfeife rauchte. Dominique erhob sich, schüttelte Glass die Hand und sagte »Enchanté«. »Dominiques Bruder ist Louis Catoire, König der Putain. Der fährt auch mit, falls wir es schaffen, ihn und seine Andouille aus dem Hurenzelt zu locken. Wir nennen Louis »la Vierge«. Die Männer um den Tisch lachten. »Womit wir zu ihnen kommen? Die Voyageur rudern flussaufwärts. Sie wollen also möglichst wenig Gewicht im Boot. Sie brauchen einen Jäger, der Fleisch fürs Lager beschafft. Ich nehme an, sie sind ziemlich gut darin, Essbares zu finden. Wahrscheinlich sogar noch besser, wenn sie erst ein Gewehr haben.« Glass bejahte mit einem Kopfnicken. »Es gibt noch einen Grund, warum unsere Abordnung ein zusätzliches Gewehr gebrauchen kann«, fuhr Kiowa fort. »Dominique hat Gerüchte gehört, dass ein Arikara-Häuptling namens Elkstang sich vom Hauptstamm getrennt hat. Er führt jetzt eine kleine Schar Krieger und ihre Familien irgendwo zwischen den Menden und dem Grund an. Wir wissen nicht, wo sie sind, aber er hat geschworen, den Angriff auf das Arikara-Dorf zu rächen.« Glass dachte an die verkohlten Reste des Dorfes und nickte. »Sind Sie dabei?« Eigentlich wollte Glass sich nicht durch Mitreisende behindern lassen. Er hatte geplant, dem Missouri allein hochzugehen, zu Fuß. Er wollte noch am selben Tag aufbrechen und es gefiel ihm gar nicht, warten zu müssen. Dennoch erkannte er die günstige Gelegenheit. Mehrere Männer bedeuteten mehr Sicherheit, wenn sie etwas taugten. Die Männer in Kiowas Abordnung machten einen erfahrenen Eindruck und Glass wusste, dass es keine besseren Flussschiffe gab als die raubeinigen Voyageurs. Er wusste außerdem, dass er noch nicht ganz genesen war und zu Fuß nur langsam vorankäme. Auch mit dem Batard wären sie stromaufwärts zwar nicht gerade schnell, aber wenn die anderen paddelten und er gemütlich mitfuhr, konnte er sich einen weiteren Monat erholen. Glass legte eine Hand an die Kehle. Ich bin dabei. Langevin sagte etwas auf Französisch zu Kiowa. Kiowa hörte aufmerksam zu und wandte sich dann an Glass. Langevin sagt, er braucht noch den heutigen Tag, um das Batard auf Vordermann zu bringen. Ihr brischt morgen in aller Frühe auf. Eschen Sie was und dann rüsten wir Sie aus. Kiowa bewahrte seine Waren entlang der hinteren Wand der Hütte auf. Ein Brett über zwei leeren Fässern diente als Theke. Glass' Augenmerk richtete sich zunächst auf eine Langwaffe. Es gab fünf Waffen zur Auswahl. Drei waren rostige Steinschlossgewehre älterer Herstellung, eindeutig für den Tauschhandel mit den Indianern bestimmt. Die Wahl zwischen den beiden übrigen Gewehren schien zunächst auf der Hand zu liegen. Das eine war ein klassisches, langes Kentucky-Gewehr, wunderschön gearbeitet, mit einem polierten Walnussschaft. Das andere war ein verwittertes Model 1803, ein US-Infanteriegewehr, dessen Schaft gebrochen gewesen und mit Rohleder repariert worden war. Glass nahm die beiden Waffen und ging mit ihnen nach draußen, begleitet von Kiowa. Glass hatte eine wichtige Entscheidung zu treffen und er wollte die Waffen bei Tageslicht in Augenschein nehmen. Kiowa blickte erwartungsvoll, während Glass sich das Kentucky-Gewehr ansah. Das ist eine sehr schöne Waffe, sagte Kiowa. Die Deutschen können ums Verrecken nicht kochen, aber sie sind großartige Büchsenmacher. Glass pflichtete ihm bei. Er hatte schon immer eine Schwäche für die eleganten Formen der Kentucky-Gewehre. Doch die Waffe hatte zwei Nachteile. Erstens ihr kleines Kaliber, das Glass auf 32 schätzte. Zweitens ihre Länge, wodurch sie schwer zu tragen und umständlich zu laden war. Es war die ideale Waffe für einen Gutsbesitzer, der in Virginia Eichhörnchen jagte. Glass brauchte etwas anderes. Er reichte Kiowa das Kentucky-Gewehr und nahm das Model 1803. Die gleiche Waffe, die viele der Soldaten in Lewis und Clarks Corps of Discovery dabei hatten. Glass inspizierte zunächst den reparierten Schaft. Man hatte nasses Rohleder straff um die Bruchstelle genäht und dann trocknen lassen. Dabei war es hart geworden und geschrumpft und bildete nun mit dem Schaft ein zwar hässliches, aber unverwüstliches Ganzes. Als nächstes sah er sich Schloss und Abzug an. Alles war frisch eingefettet und Rost war nirgends zu sehen. Er fuhr mit der Hand langsam über den Halbschaft, dann weiter über die ganze Länge des kurzen Laufs. Er steckte einen Finger in das weite Loch der Mündung, beeindruckt von dem wuchtigen 53er-Kaliber. »Ihnen gefällt das dicke Schießeisen, was?« Glass nickte. »Ein dickes Schießeisen ist was Feines,« sagte Kiowa. »Probieren Sie's mal aus!« Kiowa lächelte sarkastisch. »Mit dem Kaliber können Sie einen Bären töten!« Er reichte Glass Pulverhorn und Pulvermaß. Glass schüttete eine volle Ladung von 13 Gramm ins Horn und dann in die Mündung. Kiowa reichte ihm eine 53er-Kugel und ein eingefettetes Schusspflaster aus seiner Westentasche. Glass wickelte die Kugel in das Pflaster und klopfte sie in die Mündung. Er zog den Ladestock heraus und drückte die Kugel nach unten bis aufs Pulver. Dann goss er Pulver in die Pfanne, spannte den Hahn und suchte nach einem Ziel. Gut 50 Schritt entfernt hockte ein Eichhörnchen seelenruhig in der Astgabel einer großen Pappel. Glass nahm das Tier ins Visier und drückte ab. Nur der Bruchteil einer Sekunde verstrich zwischen der Zündung in der Pfanne und der satten Explosion tief im Lauf. Rauch erfüllte die Luft und verbarg das Ziel. Bei dem heftigen Rückstoß verzog Glass das Gesicht. Während der Pulverdampf verflog, schlenderte Kiowa gemächlich zum Fuß der Pappel. Er bückte sich und hob die Überreste des Eichhörnchens auf, von dem kaum mehr als der buschige Schwanz übrig war. Er kehrte zu Glass zurück und warf ihm den Schwanz vor die Füße. Ich glaub, für Eichhörnchen ist das Ding nicht geeignet. Diesmal lächelte Glass. Die nehme ich. Sie gingen zurück in die Hütte und Glass suchte sich aus, was er sonst noch an Ausrüstung brauchte. Er wählte eine 53er Pistole als Ergänzung zu dem Gewehr. Eine Kugelform, Blei, Pulver und Feuersteine. Einen Tomahawk und ein großes Häutungsmesser. Einen dicken Ledergürtel für die Waffen. Zwei rote Baumwollhemden, die er unter der Hirschlederjacke trug. Einen großen Hudson Bay Kapuzenumhang, eine Wollmütze und Fäustlinge. Fünf Pfund Salz und drei Stränge Tabak. Nadel und Faden, Schnur. Als Behältnis für seine Neuanschaffungen suchte er sich eine gefranste Ledertasche mit kunstvoller Federkehlstickerei aus. Ihm war aufgefallen, dass die Voyageurs an der Talia alle kleine Beutel für Pfeife und Tabak trugen. So einen nahm er auch noch, weil sie ganz nützlich zum Verstauen von Feuerstein und Stahl waren. Als Glass fertig war, fühlte er sich reich wie ein König. Nach sechs Wochen mit nichts als der Kleidung, die er am Leib trug, fühlte er sich mit der neuen Ausrüstung bestens gewappnet für sämtliche Schlachten, die ihn erwarten mochten. Kiowa rechnete aus, was er ihm schuldete. Hundertfünfundzwanzig Dollar Glass schrieb einen Brief an William Ashley. Zehnter Oktober 1823 Sehr geehrter Mr. Ashley, meine Ausrüstung wurde von zwei Männern aus unserer Brigade gestohlen, mit denen ich noch abrechnen werde. Mr. Brasso hat mir auf den Namen der Rocky Mountain Fur Company Kredit für eine neue Ausrüstung gewährt. Ich habe mir erlaubt, die Waren als Vorschuss auf meinen Lohn zu erwerben. Ich habe vor, mir zurückzuholen, was mir gehört, und ich schwöre, meine Schulden bei ihnen zu begleichen. Ihr ergebenster Diener Hugh Glass Ich schicke ihren Brief zusammen mit der Rechnung ab, sagte Kiowa. Am Abend aß Glass zusammen mit Kiowa und vier seiner fünf neuen Begleiter ein herzhaftes Mal. Der fünfte, Louis Lavierge Catois, war noch immer nicht zurück aus dem Hurenzelt. Sein Bruder Dominique erzählte, dass Lavierge seit ihrer Ankunft in Fort Brasso entweder Soff oder bei den Huren war. Wenn sie Glass nicht unmittelbar ansprachen, unterhielten sich die Voyageurs überwiegend auf Französisch. Glass erkannte hier und da ein paar Wörter oder Wendungen aus seiner Zeit in Campeche, verstand aber nicht genug, um dem Gespräch folgen zu können. Sorgt dafür, dass dein Bruder morgen früh bereit ist, sagte Langevin. Ich brauche ihn. Er wird bereit sein. Und vergesst nicht euren Auftrag, sagte Kiowa. Überwintert mir bloß nicht bei den Menden. Ich brauche die Bestätigung, dass die Arikara keine Händler mehr angreifen. Wenn ich bis Neujahr nichts von euch gehört habe, kann ich St. Louis nicht mehr rechtzeitig für die Frühjahrsplanung verständigen. Ich bin kein Anfänger, sagte Langevin. Sie erfahren schon rechtzeitig, was Sie wissen wollen. Apropos wissen wollen. Kiowa wechselte vom Französischen ins Englische. Wir alle würden gern wissen, was genau mit Ihnen passiert ist, Monsieur Glass. Sofort flackerte selbst im trüben Auge des Professor Interesse auf. Glass blickte in die Runde. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Kiowa übersetzte und die Voyageurs lachten, als sie hörten, was Glass gesagt hatte. Kiowa lachte auch und sagte dann, Bei allem Respekt, mon ami, ihr Gesicht spricht Wände, aber wir würden gern die Einzelheit inhören. Die Voyageurs, die sich auf eine spannende Erzählung einstellten, stopften frischen Tabak in ihre langen Pfeifen. Kiowa zog eine verzierte silberne Schnupftabakdose aus seiner Westentasche und nahm eine Prise. Glass hob die Hand an die Kehle. Er schämte sich noch immer wegen seiner dünnen Stimme. Ein großer Grizzly hat mich am Grand angegriffen. Captain Henry hat John Fitzgerald und Jim Bridger bei mir gelassen. Sie sollten warten, bis ich tot bin und mich dann begraben. Stattdessen haben sie mich ausgeraubt. Ich will mir zurückholen, was mir gehört und für Gerechtigkeit sorgen. Glass verstummte. Kiowa übersetzte. Langes, erwartungsvolles Schweigen trat ein. Schließlich fragte der Professor, Erzählt ihr nicht weiter? Nichts für ungut, Monsieur, sagte Toussaint Chabonneau. Aber eine große Rekonteur sind sie nicht. Glass blickte ihn an, blieb aber stumm. Kiowa ergriff das Wort. Es ist ihre Sache, wenn sie die Einzelheit in ihres Kampfes mit dem Bären für sich behalten wollen. Aber ich lasse sie nicht eher gehen, bis sie mir mehr über den Grand erzählt haben. Kiowa hatte schon früh verstanden, dass es in seinem Gewerbe nicht nur um Waren ging, sondern auch um Auskünfte. Kiowas Vor lag am Zusammenfluss von Missouri und White River. Daher kannte er den White gut. Auch den Cheyenne River weiter nördlich. Von Indianern hatte er einiges über den Grand erfahren, doch genaueres wusste er nicht. Kiowa sagte etwas auf Sue zu seiner Frau, und sie brachte ihm ein zerlesenes Buch, was sie beide behandelten, als wäre es die Familienbibel. Auf dem abgegriffenen Buchdeckel stand ein langer Titel. Kiowa rückte seine Brille zurecht und las den Titel vor. Geschichte der Expedition? Glass fiel ihm ins Wort. Unter dem Kommando von Käpt'n Lewis und Käpt'n Clark. Kiowa sah begeistert auf. Ah bon, unser verwundeter Reisender ist belesen. Auch Glass war begeistert und vergaß sogar kurz die Schmerzen, die ihm das Sprechen bereitete. Herausgegeben von Paul Allen erschienen 1814 in Philadelphia. Dann kennen Sie auch Käpt'n Clarks Karte? Glass nickte. Er erinnerte sich noch gut an die Spannung, mit der die Veröffentlichung der Memoiren und der Karte erwartet worden war. Genau wie die Landkarten, die seine Kindheitsträume prägten, hatte Glass die Geschichte der Expedition das erste Mal in den Büros von Ross, Thorn & Sons in Philadelphia gesehen. Kiowa legte das Buch auf den Tisch und klappte die Seiten mit Clarks Karte auf. Die Überschrift lautete Zur Vorbereitung auf die Expedition hatte Clark sich gründlich mit Kartografie und ihren Hilfsmitteln befasst. Seine Karte war ein Wunderwerk ihrer Zeit und übertraf alles zuvor dagewesen an Ausführlichkeit und Genauigkeit. Sie zeigte die Zuflüsse in den Missouri von St. Louis bis nach Three Forks, doch hinter der jeweiligen Mündung hörte die Genauigkeit auf. Nur wenig war über den Verlauf und die Quellen der Zuflüsse bekannt. Es gab einige Ausnahmen. Die 1814 gedruckte Karte konnte bereits die Entdeckungen berücksichtigen, die Drouillard und Coulter im Yellowstone Basin gemacht hatten. Sie zeigte die Route der Pike-Expedition durch die südlichen Rockies. Kiowa hatte den Platt eingezeichnet, einschließlich einer groben Schätzung, wo der Fluss sich nach Norden und Süden hingabelte. Und am Yellowstone war die Stelle von Manuel Lisas verlassenem Fohr an der Mündung des Bighorn River markiert. Glass studierte das Dokument begierig. Ihn interessierte aber nicht Clarks Karte an sich. Die hatte er sich in langen Stunden bei Ross, Thorn & Sons und zuletzt in St. Louis gründlich eingeprägt. Glass interessierten die Angaben, die Kiowa hinzugefügt hatte, die Bleistiftergänzungen, die den Wissenszuwachs der letzten zehn Jahre zeigten. Es ging vor allem um Wasserläufe und die Namen erzählten Geschichten über die Orte. Manche Namen erinnerten an Kämpfe. War Creek, Lens Creek, Bear in the Lodge Creek. Andere beschrieben die jeweilige Flora und Fauna. Antelope Creek, Beaver Creek, Pine Creek, Rosebud Creek. Wieder andere beschrieben den eigentlichen Wasserlauf. Deep Creek, Rapid Creek, Platt Creek, Sulphur Creek, Sweetwater. Einige wenige klangen etwas mysteriöser. Madison Lodge Creek, Castle Creek, Kayapaha. Kiowa überschüttete Glass mit Fragen. Wie viele Tage waren sie den Grand hochgegangen, bis sie die obere Gabelung erreichten? Wo mündeten Bäche in den Fluss? Welche Orientierungspunkte gab es? Welche Spuren von Bibern und anderem Wild? Wie viel Wald? Wie weit war es bis zu den zwei Spitzkuppen? Gab es Spuren von Indianern? Von welchen Stämmen? Kiowa notierte die neuen Angaben mit einem spitzen Bleistift. Auch Glass stellte Fragen. Er hatte die Karte zwar grob im Kopf, aber da er plante, das Land allein zu durchqueren, musste er möglichst viel in Erfahrung bringen. Wie viele Meilen waren es von den Mandendörfern zum Fort Union? Welches waren die Hauptzuflüsse oberhalb der Mandendörfer? Und wie viele Meilen lagen zwischen ihnen? Wie war das Gelände? Wann fror der Missouri zu? Wo konnte er Zeit sparen, wenn er an den Flussbiegungen querfeld einging? Glass zeichnete wichtige Teile von Clarks Karte ab, damit er sich bei Bedarf daran orientieren konnte. Er konzentrierte sich auf das Land zwischen den Mandendörfern und Fort Union und trug außerdem den Verlauf des Yellowstone und des Missouri über mehrere hundert Meilen jenseits von Fort Union in seine Karte ein. Die anderen standen nach und nach vom Tisch auf, doch Kiowa und Glass redeten im trüben Licht der Öllampe noch bis tief in die Nacht. Kiowa, der nur selten Gelegenheit zu einem solchen Gespräch hatte, ließ Glass nicht schlafen gehen. Er staunte, als Glass ihm erzählte, dass er zu Fuß vom Golf von Mexiko bis nach St. Louis gewandert war. Er holte neues Papier und ließ sich von Glass eine grobe Karte der Prärien in Texas und Kansas aufzeichnen. Ein Mann wie sie wäre ein Gewinn für mich und meinen Handelsposten. Reisende dürsten nach derart von Auskünften, wie sie sie geben können. Glass schüttelte den Kopf. »Ernsthaft, mon ami, wie wär's, wenn Sie den Winter über hierbleiben? Ich stelle Sie ein.« Kiowa hätte allein schon für die Gesellschaft mit Freuden bezahlt. Glass schüttelte wieder den Kopf, diesmal entschiedener. »Ich habe was Drängendes zu erledigen.« »Eigentlich ein ziemlich störrischtes Vorhaben, oder? Für einen Mann mit Ihren Fähigkeiten, mitten im Winter durch Lusianer zu stapfen. »Verfolgen Sie die Verräter doch lieber im Frühjahr, wenn Ihnen dann noch danach ist.« Die Wärme schien aus dem Raum zu entweichen, als wäre an einem eisigen Wintertag eine Tür geöffnet worden. Glass blickte sein Gegenüber mit funkelnden Augen an, und Kiowa bereute seine Bemerkung sofort. »Ich habe Sie in dieser Angelegenheit nicht um Rat gebeten.« »Nein, Monsieur, das haben Sie nicht.« Als Glass schließlich erschöpft die Leiter zum Dachboden hochstieg, blieben noch knapp zwei Stunden bis Tagesanbruch. Doch die Aussicht auf ihre Abreise ließ ihn noch lange keinen Schlaf finden. Glass wurde von lautstarkem, wütendem Fluchen geweckt. Eine der Stimmen war die eines Mannes, der auf Französisch schimpfte. Glass verstand nicht, was er schrie, konnte sich aber ungefähr denken, als er begriff, was los war. Der Fluchende war La Vierge Catois, der gerade unsanft von seinem Bruder geweckt worden war. Dominique war die Eskapaden seines Bruders satt, und nachdem er durch den üblichen Tritt in die Rippen nicht wach geworden war, hatte er eine andere Taktik versucht. Er hatte ihm ins Gesicht gepinkelt. Diese Respektlosigkeit war der Auslöser für das Geschimpfe von La Vierge gewesen. Auch die Squaw, mit der La Vierge die Nacht verbracht hatte, war wütend auf Dominique. Sie duldete ja so manche Schamlosigkeit in ihrem Tipi oder ermunderte sogar dazu. Aber Dominique hatte ihre beste Decke besudelt, und das erboste sie. Sie kreischte wie eine zornige Elster. Als Glass aus der Hütte trat, war das Gebrüll in einen Faustkampf ausgeartet. Nackt wie ein antiker griechischer Ringer stand La Vierge vor seinem Bruder. Größenmäßig war La Vierge gegenüber seinem älteren Bruder im Vorteil. Sein Nachteil war jedoch, dass er drei Tage hintereinander gezecht hatte und obendrein so jäh geweckt worden war. Er konnte noch nicht wieder ganz klar sehen, und auch mit dem Gleichgewicht haperte es, was seine Kampfeslust aber in keiner Weise beeinträchtigte. Dominique, der mit dem Kampfstil seines Bruders vertraut war, stand ruhig da und wartete auf den unvermeidlichen Angriff. La Vierge senkte den Kopf und stürmte mit guturalem Gebrüll vorwärts. La Vierge legte die volle Wucht seines Angriffs in den Fausthieb, der seinen Bruder ins Gesicht treffen sollte und der dessen Nase wahrscheinlich im Brei verwandelt hätte. Doch Dominique wich lässig zur Seite aus. Da La Vierge sein Ziel komplett verfehlte, geriet er durch den eigenen Schwung ins Taumeln. Dominique trat ihm fest in die Kniekehlen. La Vierge knallte so hart auf den Rücken, dass ihm die Luft wegblieb. Er wandte sich einen Moment jämmerlich auf der Erde und rang keuchend nach Atem. Sobald er wieder Luft bekam, fluchte er erneut los und wollte sich hochrappeln. Dominique trat ihm fest in den Magen und La Vierge rang wieder nach Luft. »Ich habe gesagt, du sollst fertig sein, du elender Schwachkopf. In einer halben Stunde brechen wir auf.« Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, trat der La Vierge gegen den Mund, so das Unter- und Oberlippe aufplatzten. Sobald der Kampf vorbei war, verliefen sich die versammelten Zuschauer. Glass ging hinunter zum Fluss. Langevans Batard war an der Anlegestelle festgemacht. Die schnelle Strömung des Missouri zerrte am Tau. Wie schon der Name, Bastard, besagt, lag das Batard von der Größe her zwischen den von Voyageurs bevorzugten Frachtkanus. Es war kleiner als die großen Kanon de Maitre, bot aber mit seiner Länge von fast 30 Fuß genügend Platz. Als sie den Missouri hinunterfuhren, hatten Langevin und Professeur das Batard ganz allein steuern können, obwohl das Boot voll beladen war mit Fällen, die sie im Tauschhandel bei den Menden erworben hatten. Strom aufwärts wären bei voller Beladung zum Paddeln zehn Männer erforderlich gewesen. Jetzt war die Ladung leicht, ein paar Geschenke für die Menden und die Arikara. Dennoch, sie hatten nur vier Männer zum Paddeln und es würde eine schweißtreibende Fahrt werden. Toussaint Chabonneau saß auf einem Fass an der Anlegestelle und aß genüsslich einen Apfel, während Professeur das Kanu unter Langevans Aufsicht belud. Um das Gewicht der Ladung zu verteilen, hatten sie vom Bug zum Heck zwei lange Stangen auf den Kanuboden gelegt. Auf diese Stangen stellte Professeur die Ladung, die zu vier kleinen Ballen verschnürt war. Professeur sprach anscheinend kein Französisch und mitunterschied der Schotte auch kein Englisch zu sprechen. Langevin versuchte, diesen Mangel auszugleichen, indem er lauter sprach, was jedoch nicht viel nützte. Langevans ständiges Gestikulieren war dagegen äußerst hilfreich. Das blinde Auge des Schotten trug zu seiner düsteren Erscheinung bei. Ein berüchtigter Raufbold namens Oyster Joe hatte ihm das Auge in einem Saloon in Montreal aus dem Schädel gedrückt. Professeur hatte es wieder hineindrücken können, doch es war seitdem blind. Der starre Augapfel war verdreht, sodass es aussah, als würde Professeur ständig mit einem Angriff von der Seite rechnen. Er war nie dazu gekommen, sich eine Augenklappe zu besorgen. Um ihre Abfahrt wurde nicht viel Aufhebens gemacht. Dominique und Lavierge kamen zur Anlegestelle, jeder mit einem Gewehr und einer kleinen Tasche. Lavierge blinzelte gegen das gleißende Morgenlicht auf dem Fluss. Sein Haar war dreckverkrustet und von den geplatzten Lippen war ihm Blut aufs Hemd getropft. Dennoch sprang er Behände ins Boot, um seinen Platz am Bug einzunehmen, und in seinen Augen lag ein Funkeln, das nichts mit der Morgensonne zu tun hatte. Dominique nahm im Heck den Platz des Steuermanns ein. Lavierge sagte etwas und beide Brüder lachten. Langevente und Professeur setzten sich nebeneinander in die breite Mitte des Kanus, wo jeder auf einer Seite paddeln würde. Chabonneau suchte sich weiter vorne ein freies Plätzchen und Glas weiter hinten. Die vier Voyageurs nahmen ihre Paddel und drehten den Bug gegen die schnelle Strömung. Mit tiefen Schlägen paddelten sie los und das Batard bewegte sich stromaufwärts. Lavierge stimmte ein Lied an, die Voyageurs fielen ein. Le laboureux aime sa charrue, le chasseur son fusil, son chien, le musicien aime sa musique, maman kanno s'etment bien. Le musicien aime sa musique, maman kanno s'etment bien. Der Bauer liebt seinen Pflug, der Jäger seinen Hund, sein Gewehr. Der Musiker liebt seine Musik. Für mich ist mein Boot, mein Begehr. Bon voyage, mes amis, rief Kiowa. Bleibt nicht zu lange bei den Menden! Glas drehte sich um. Er blickte kurz zu Kiowa, der an der Anlegestelle seines kleinen Forsts stand und winkte. Dann schaute Glasstrom aufwärts, ohne sich noch einmal umzudrehen. Es war der 11. Oktober 1823. Seit ueber einem Monat hatte er sich von denen, die er suchte, entfernt. Ein strategischer Rueckzug, aber dennoch ein Rueckzug. Von nun an ging er zum Angriff ueber. Teil 2 29. November 1823 Die vier Paddel stießen vollkommen synchron ins Wasser. Die schlanken Blätter durchschnitten die Oberfläche, tauchten anderthalb Fuß tief ein und zogen dann kraftvoll nach hinten. Das Batar schob sich nach vorn, kämpfte gegen die starke Strömung. Dann hoben sich die Paddel aus dem Wasser. Einen Moment lang schien es, als würde der Fluss sich die gewonnene Strecke zurückholen, doch bevor es ihm gelang, stießen die Paddel erneut ins Wasser. Als sie im Morgengrauen losfuhren, hatte eine hauchdünne Eisschicht das ruhige Uferwasser bedeckt. Jetzt, einige Stunden später, saß Glass gegen eine Ruderbank gelehnt, ließ sich dankbar von der Vormittagssonne wärmen und genoss das nostalgische, schwebende Gefühl, das die Fahrt auf dem Wasser in ihm ausloeste. Gleich am ersten Tag nach ihrer Abfahrt von Fort Brasso hatte Glass sogar versucht zu paddeln. Schließlich war er von Haus aus Seemann, meinte er. Die Voyageurs lachten, als er das Ruder ergriff, was ihn zusätzlich anstachelte. Sein Irrtum wurde sofort offensichtlich. Die Voyageurs paddelten mit der beachtlichen Geschwindigkeit von 60 Schlägen pro Minute, so präzise wie eine Schweizer Uhr. Glass hätte selbst dann nicht mithalten können, wenn seine Schulter vollständig geheilt gewesen wäre. Er drosch einige Minuten aufs Wasser ein, bis ihm plötzlich etwas Weiches und Nasses gegen den Hinterkopf klatschte. Er drehte sich um und sah Dominique spöttisch grinsen. »Für Sie, Grünschnabel!« sagte er mit seinem starken französischen Akzent. Den Rest der Etappe hielt Glass kein Paddel in der Hand, sondern einen riesigen Schwamm, mit dem er laufend das Wasser ausschöpfte, das sich unten im Kanu sammelte. Es war eine Arbeit, die ihm kaum eine Pause gönnte, da das Batar ständig undicht war. Das Kanu erinnerte Glass an eine schwimmende Flickendecke. Die aus Stücken von Birkenrinde bestehende Außenhaut war mit feinen Kiefernwurzeln vernäht. Die Nähte waren mit Kiefernharz abgedichtet, das immer wieder aufgetragen werden musste, wenn sich undichte Stellen bildeten. Da Birke zunehmend schwer zu finden war, sahen die Voyageurs sich gezwungen, Löcher mit anderen Materialien zu flicken. Vielfach war Rohleder eingenäht und mit Harz bestrichen worden. Glass war erstaunt, wie zerbrechlich das Boot war. Ein heftiger Stoß genügte, um die Außenhaut zu durchlöchern und eine von Laviers Hauptaufgaben als Steuermann bestand darin, allem auszuweichen, was im Fluss trieb und gefährlich werden konnte. Immerhin war die Strömung im Herbst vergleichsweise sanft, beim Frühjahrshochwasser trieb mitunter ganze Bäume Strom abwärts. Bei allen Unzulänglichkeiten hatte das Batar einen Vorteil. Das Boot war zerbrechlich, aber dafür auch leicht, ein wichtiger Punkt bei ihrem mühsamen Kampf gegen die Strömung. Glass konnte die seltsame Zuneigung der Voyageurs zu ihrem Boot schon bald nachvollziehen. Es war eine Art Ehe, eine enge Verbindung zwischen den Männern, die das Boot vorwärts bewegten, und dem Boot, das die Männer trug, eine gegenseitige Abhängigkeit. Die Hälfte der Zeit murrten die Voyageurs über die Schwächen des Batar und die andere Hälfte der Zeit waren sie damit beschäftigt, es liebevoll zu hegen und zu pflegen. Zudem waren sie stolz darauf, wie ihr Boot aussah, mit seinem fröhlichen Federschmuck und den leuchtenden Farben. Auf den hohen Bug hatten sie einen Hirschkopf gemalt, mit einem Geweih, das sich herausfordernd Richtung Wasser neigte. Das Heck hatte La Vierge mit dem Hinterteil des Tieres geschmückt. Da hinten kommt eine gute Anlegestelle, sagte La Vierge von seinem Platz am Bug. Langevin spähte flussaufwärts, wo eine sanfte Strömung einer Sandbank streifte, blickte dann hoch, um den Stand der Sonne abzuschätzen. In Ordnung, ich würde sagen, das ist eine gute Pfeife. Allez meh! Die Pfeife hatte in der Welt der Voyageurs einen so hohen Stellenwert, dass sie ihnen als Maßeinheit diente. Eine Pfeife stand für die durchschnittliche Strecke zwischen ihren Rauchpausen. Auf einer Fahrt stromabwärts konnte eine Pfeife zehn Meilen bedeuten, bei stehendem Wasser fünf, aber bei der Plackerei dem Missouri hinauf waren sie froh, wenn sie zwei schafften. Schon bald verliefen die Tage nach einem festen Muster. Beim Frühstück in der blau-roten Stunde vor Tagesanbruch stärkten sie sich mit übrig gebliebenem Wildfleisch und Pfannkuchen und verjagten die morgendliche Kühle mit brühheißem Tee aus Blechtassen. Sobald es hell genug war, dass sie etwas sahen, waren sie auf dem Wasser. Sie schafften fünf bis sechs Pfeifen am Tag. Gegen Mittag machten sie gerade lange genug Rast, um Dörffleisch und ein paar Äpfel zu essen. Etwas Warmes gab es dann erst am Abend. Nach etwa zwölf Stunden auf dem Wasser suchten sie sich bei Sonnenuntergang einen Lagerplatz. Glas blieb dann noch eine gute Stunde Dämmerlicht, um zu jagen, während die Männer gespannt auf den einzelnen Schuss warteten, der seinen Erfolg verkündete. Nur selten kam er ohne Fleisch ins Lager zurück. Lavier sprang unweit vom Ufer ins knietiefe Wasser und passte auf, dass der empfindliche Boden des Barthard nicht über den Sand schabte. Er wartete an Land und band das Tau an einem großen Stück Treibholz fest. Langevin, Chabonneau und Dominique sprangen als Nächster aus dem Boot, Gewehre in den Händen und suchten mit den Augen das Ufer ab. Glas und Professeur gaben den anderen vom Kanu aus Deckung, bis sie an Land gewartet waren und folgten ihnen dann. Tags zuvor war Glas auf einen verlassenen Lagerplatz mit den Steinkreisen von zehn Tipis gestoßen. Sie wussten nicht, ob es Elktang mit seiner Schar war, aber die Entdeckung hatte sie nervös gemacht. Die Männer zogen Pfeifen und Tabak aus den Sack-au-Foe an ihren Gürteln und ließen einen brennenden Zweig aus dem kleinen Feuer, das Dominique gemacht hatte, herumgehen. Die beiden Brüder setzten sich in den Sand. Als Bugmann und Steuermann paddelten sie im Stehen und setzten sich daher gern hin, um zu rauchen. Die anderen waren froh über die Gelegenheit, sich die steif gesessenen Beine zu vertreten. Die zunehmende Kälte kroch Glas in die Wunden, wie ein Unwetter ein Bergtal hochkriecht. Jeden Morgen wachte er mit steifen und schmerzenden Gliedern auf und die vielen Stunden im Batard taten ein Übriges. Glas kostete die kurze Rast in vollen Zügen aus und schritt die Sandbank auf und ab, um das Blut in den schmerzenden Beinen wieder in Schwung zu bringen. Als er zurückging, sah er sich seine Reisegefährten an. Die Voyageurs waren auffällig ähnlich gekleidet, fast so, als hätte man ihnen allen die gleiche Uniform verpasst. Sie trugen rote Wollmützen mit Ohrenklappen und einem Zipfel, der seitlich herabhing. Lavierge hatte seine Mütze mit einer kecken Straußenfeder geschmückt. Als Hemden trugen sie lange Baumwollblusen in weiß, rot oder dunkelblau, die sie in die Hose gesteckt hatten. Jeder Voyageur hatte um die Talie eine bunte Scherpe gebunden, deren Enden an einem Bein herabbaumelten. Über der Scherpe hing der Sack au feu, wo sie die Pfeife und andere nützliche Dinge griffbereit aufbewahrten. Ihre Breeches waren aus geschmeidigem Hirschleder, damit sie im Kano die Beine bequem kreuzen konnten. Unter die Knie hatten sie ein Tuch gebunden, was sie ein bisschen wie eitle Dandys aussehen ließ. An den Füßen trugen sie Moccasins ohne Socken. Mit Ausnahme von Chabonot, der stets ein Gesicht machte wie drei Tage Regen, strahlten die Voyageurs von morgens bis abends ungetrübte Lebensfreude aus. Sie lachten bei jedem noch so kleinen Anlass. Sie konnten Stille nur schlecht vertragen und unterhielten sich unermüdlich und voller Leidenschaft über Weiber, Wasser und wilde Indianer. Sie flachsten in einem fort. Sich die Gelegenheit für einen derben Scherz entgehen zu lassen, galt als Charakterfehler, als ein Zeichen von Schwäche. Glass hätte gern mehr Französisch gekonnt, um ihr Geplänkel, dass sie alle so fröhlich stimmte, besser zu verstehen. Wenn die Unterhaltung dann doch einmal versiegte, stimmte irgendwer ein munteres Lied an, in das die anderen sofort einfielen. Was ihnen an musikalischer Begabung fehlte, machten sie durch unbändigen Enthusiasmus wett. Alles in allem, so dachte Glass, eine angenehme Art zu leben. Während sie rasteten, meldete sich nun Langevin mit seltenem Ernst zu Wort. Ab jetzt müssen wir nachts Wachen aufstellen, sagte er. Zwei Männer pro Nacht, halbe Schichten. Chabonneau blies eine lange Rauchwolke aus. Ich hab schon in Fort Brasot gesagt, ich übersetze. Ich halte nicht Wache. Na, ich lege jedenfalls keine Schicht mehr ein, damit er schlafen kann, sagte La Vierge mit Nachdruck. Ich auch nicht, sagte Dominique. Selbst Professor blickte bekümmert. Alle sahen Langevin erwartungsvoll an, doch der wollte sich den Genuss seiner Pfeife nicht durch Streitereien verderben lassen. Als er fertig geraucht hatte, stand er einfach auf und sagte, Allons Sie, wir verschwenden das Tageslicht. Fünf Tage später kamen sie zu der Mündung eines kleinen Bachs in den Fluss. Das kristallklare Wasser des Bachs verlor sich rasch im schlammigen Wasser des Missouri. Langevin sah zu dem Bach hinüber und überlegte, was sie tun sollten. Lass uns hier lagern, Langevin, sagte Chabonneau. Ich bin's leid, Schlamm zu trinken. Ich geb's dir nicht gern zu, sagte La Vierge, aber Chabonneau hat recht, von dem vielen Dreckswasser krieg ich Dünnpfiff. Auch Langevin verlockte die Aussicht auf sauberes Wasser. Aber er fand es bedenklich, dass der Bach am Westufer des Missouri lag. Er vermutete, dass Elkthang und seine Leute auf der Westseite des Flusses waren. Seit Glass, das gerade erst verlassenen Indianerlager entdeckt hatte, hielten sie sich ängstlich ans Ostufer, vor allem, wenn sie ein Nachtlager suchten. Langevin schaute nach Westen, wo der Horizont das letzte blutrote Stück Sonne verschluckte. Er schaute nach Osten, doch vor der nächsten Flussbiegung war keine Anlegestelle zu sehen. Also gut, uns bleibt nicht viel anderes übrig. Sie paddelten zum Ufer. Professor und La Vierge entluden das Kanu, das die Voyageurs dann an Land trugen. Sie kippten das Boot auf die Seite, wodurch ein zum Fluss hin offener, provisorischer Unterschlupf entstand. Glass suchte nervös die Anlegestelle ab, während er ans Ufer wartete. Der Sandstreifen erstreckte sich knapp 100 Schritt Strom abwärts bis zu einem natürlichen Wellenbrecher, aufgetürmte Felsbrocken, die mit Weiden und anderem Gestrüpp überwuchert waren. Treibholz und andere Dinge, die der Fluss mit sich führte, hatten sich hinter dem Wellenbrecher verfangen und zwangen den Fluss weg von der sanften Uferböschung. Hinter der Sandbank wuchsen die Weiden bis zu einem kleinen Pappelwäldchen, ein Anblick, der immer seltener wurde, je weiter sie nach Norden kamen. Ich hab Hunger, sagte Chabonot. Besorgen Sie uns ein leckeres Abend, es ein Jägersmann. Heute wird nicht gejagt, sagte Glass. Chabonot wollte widersprechen, doch Glass kam ihm zuvor. Wir haben noch reichlich Dörfleisch. Sie kommen auch mal einen Abend ohne Frischfleisch aus, Chabonot. Er hat recht, pflichtete Langevin ihm bei. Also aßen sie Dörfleisch mit gebratenem Maisbrei, den sie in einer Eisenpfanne über niedrigem Feuer zubereiteten. Sie scharrten sich um das Feuer. Nach Sonnenuntergang hatte sich der schneidende Wind gelegt, aber sie konnten trotzdem ihren Atem sehen. Der klare Himmel bedeutete eine kalte Nacht und bitteren Frost am nächsten Morgen. Langevin, Dominique und Lavierge zündeten ihre Tonpfeifen an und lehnten sich gemütlich zurück. Glass hatte seit dem Grizzly-Angriff nicht mehr geraucht, weil ihm davon die Kehle brannte. Professeur kratzte Maisbrei aus der Pfanne. Chabonot war eine halbe Stunde zuvor weggegangen. Dominique sang leise vor sich hin, als würde er mit offenen Augen träumen. Ich pflück die schöne Rosenknospe, ich pflück die schöne Rosenknospe, ich pflück sie Blatt für Blatt, fühl meinen Schoß mit ihrem Duft. Schön, dass du darüber singen kannst, Bruder, bemerkte Lavierge. Ich wette, du hast seit einem Jahr keine Rosenknospe mehr gepflückt. Eigentlich müssten sie dich Lavierge nennen. Ich bleib lieber durstig, als aus jedem Schlammloch am Missouri zu trinken. Mh, ein anspruchsvoller Mann. Man darf ja wohl noch gewisse Ansprüche stellen. Im Unterschied zu dir habe ich zum Beispiel eine Schwäche für Frauen mit Zähnen. Sie sollen mir ja nicht mein Essen vorkauen. Du würdest ein Schwein mit ins Bett nehmen, wenn es ein Cartoon-Rock anhätte. Ich bin sicher, Maman wäre mächtig stolz, wenn sie wüsste, dass du nur mit den Edelhuren in St. Louis schläfst. Maman nicht. Papa vielleicht. Sie lachten beide laut und bekreuzigten sich dann feierlich. Nicht so laut, zischte Langevin. Ihr wisst doch, wie weit das Wasser Stimmen trägt. Wieso bist du heute Abend so mürrisch, Langevin? fragte Lavierge. Chabonneau ist schon schlimm genug. Da hatte ich ja auf manchem Begräbnis mehr Spaß. Wir werden eins erleben, wenn ihr zwei weiter so rumbrüllt. Lavierge wollte sich von Langevin nicht den Abend verderben lassen. Wisst ihr was? Die Squaw und Fort Brasso hatte drei Brustwarzen. Was willst du mit drei Brustwarzen? fragte Dominique. Dir fehlt es einfach an Fantasie. Fantasie, ja? Wenn du ein bisschen weniger Fantasie hättest, dann täte dir vielleicht das Pinkeln nicht so weh. Lavierge suchte nach einer passenden Antwort, aber eigentlich war er das Geplänkel mit seinem Bruder leid. Langevin war offensichtlich nicht in Plauderlaune. Chabonneau war in den Wald verschwunden. Lavierge blickte Professeur an, mit dem sich, so viel er wusste, noch nie irgendwer länger unterhalten hatte. Schließlich fiel sein Blick auf Glass. Plötzlich wurde ihm klar, dass sie seit der Abfahrt von Fort Brasso noch gar nicht richtig mit Glass geredet hatten. Dann und wann hatten sie ein paar Worte mit ihm gewechselt, meistens darüber, wie er ihren Topf mit frischem Wild gefüllt hatte. Aber ein richtiges Gespräch hatte es nie gegeben. Erst recht keine von den weitschweifigen Unterhaltungen, wie Lavierge sie gern führte. Lavierge schämte sich plötzlich für seine schlechten Umgangsformen. Er wusste kaum mehr über Glass, als dass er einen Bärenangriff nur knapp überlebt hatte. Vor allem aber wusste Glass nur wenig über ihn. Und er würde doch sicher mehr wissen wollen. Außerdem wäre es eine gute Gelegenheit, sein Englisch zu üben, eine Sprache, die er nach seiner Überzeugung bereits vorzüglich beherrschte. »Hey, Grünschnabel!« Als Glass aufblickte, fragte er, »Wie kommen Sie?« Die Frage und der jähre Wechsel ins Englische überraschte Glass. Er räusperte sich. »Philadelphia!« Lavierge nickte und wartete auf eine Gegenfrage von Glass. Es kam keine. Schließlich sagte Lavierge, »Mein Bruder und ich, wir sind aus Kontrücker.« Glass nickte, sagte aber nichts. Offenbar, dachte Lavierge, wollte dieser Amerikaner aus der Reserve gelockt werden. »Wissen Sie, wie es kommt, dass wir alle Voyageurs geworden sind?« Glass schüttelte den Kopf. Dominique verdrehte die Augen, weil er wusste, dass sein Bruder wieder einmal zu einer seiner langweiligen Geschichten anhob. »Kontrecoeur liegt am Saint-Laurentz-River. Es gab mal eine Zeit vor hundert Jahren, da waren alle Männer in unserem Dorf arme Bauern. Von früh bis spät arbeiteten sie auf den Feldern, aber der Boden war schlecht, das Wetter zu kalt und sie fuhren nie eine gute Ernte ein. Eines Tages arbeitete eine schöne Jungfrau namens Isabelle auf einem Feld am Fluss. Plötzlich entsteigt dem Wasser ein Hengst, groß und stark, kohlrabbenschwarz. Er steht im Fluss und blickt das Mädchen an. Und sie hat große Angst. Als der Hengst sieht, dass sie weglaufen will, tritt er kräftig mit dem Huf ins Wasser und eine Forelle fliegt im hohen Bogen zu dem Mädchen. Sie landet genau vor ihren Füßen und … Laverge fiel das englische Wort nicht ein und er zappelte mit den Händen hin und her. Isabelle sieht dieses Petit Cadeau und freut sich sehr darüber. Sie hebt den Fisch auf und nimmt ihn mit nach Hause als Abendessen für die Familie. Sie erzählt ihrem Papa und ihren Brüdern von dem Pferd. Aber sie denken, das ist ein Scherz. Sie lachen und sagen ihr, sie sollen noch mehr Fische von ihrem neuen Freund mitbringen. Am nächsten Tag geht Isabelle wieder zur Arbeit auf dem Feld und wieder sieht sie den schwarzen Ängst. Jeden Tag kommt er ein bisschen näher und jeden Tag schenkt er ihr irgendetwas. An einem Tag einen Apfel, am nächsten ein paar Blumen. Jeden Tag erzählt sie zu Hause von dem Pferd, das aus dem Fluss kommt und jeden Tag lacht ihre Familie über die Geschichte. Eines schönen Tages schließlich kommt der Hengst ganz nah an Isabelle heran. Sie klettert auf seinen Rücken und der Hengst läuft zum Fluss. Sie verschwinden in der Strömung und wurden nie mehr gesehen. Während Laverge sprach, tanzten hinter ihm die Schatten und das Rauschen des Flusses klang wie eine murmelnde Bestätigung seiner Geschichte. Als Isabelle an dem Abend nicht nach Hause kommt, machen ihr Vater und ihre Brüder sich auf die Suche nach ihr. Auf dem Feld finden sie Spuren von Isabelle und sie finden die Spuren von dem Hengst. Sie sehen, dass Isabelle auf den Hengst gestiegen ist und sie sehen, dass das Pferd in den Fluss gelaufen ist. Sie suchen den Fluss in beide Richtungen ab, aber sie können das Mädchen nicht finden. Am nächsten Morgen beteiligen sich die Männer aus dem Dorf mit ihren Kanus an der Suche und sie geloben, dass sie die Arbeit auf ihren Höfen so lange unterbrechen und so lange auf dem Fluss bleiben werden, bis sie die arme Isabelle gefunden haben. Aber sie haben sie nie gefunden und seit dem Tag, Monsieur Glass, sind wir Voyageurs. Bis zum heutigen Tag suchen wir nach der armen Isabelle. Wo ist Chabonneau? fragte Langevin. Wo ist Chabonneau? entgegnete Laverge. Ich erzähle hier die Geschichte von einer verschwundenen Jungfrau und du denkst an einen verschwundenen alten Mann? Langevin erwiderte nichts. Er ist malade comme un chien, sagte Laverge mit einem Lächeln. Ich rufe ihn, mal sehen, wie es ihm geht. Er legte die hohlen Hände an den Mund und brüllte in das Wäldchen. Keine Sorge, Chabonneau, wir schicken dir Professeur, der hilft dir beim Hintern abwischen. Toussaint Chabonneau saß in der Hocke, den nackten Hintern diskret zu einem Strauchgewand. Er hockte schon eine ganze Weile so da, jedenfalls so lange, dass sich seine Oberschenkel allmählich verkrampften. Es ging ihm seit Fort Brasot gar nicht gut. Bestimmt hatte er sich an Kiowas beschissenem Essen vergiftet. Er konnte hören, wie Laverge im Lager über ihn spottete. Der Mistkarl ging ihm gehörig auf den Nerven. Ein Zweig knackte. Chabonneau fuhr hoch. Eine Hand langte nach seiner Pistole, die andere nach seinem Hosenbund. Beide Hände griffen daneben. Die Pistole fiel auf die dunkle Erde. Die Hose rutschte ihm runter bis zu den Knöcheln. Als er hektisch nach der Pistole tastete, brachten ihn seine Breaches ins Straucheln. Er schlug der Länge nach hin und schürfte sich das Knie an einem dicken Stein auf. Er grunzte vor Schmerz und dann sah er aus den Augenwinkeln einen großen Vapiti durchs Gehölz springen. Merde! Chabonneau hockte sich erneut hin, um sein Geschäft zu erledigen und verzog das Gesicht, als ihm von Neuem der Schmerz ins Bein schoss. Als er zurück ins Lager kam, war Chabonneau noch übellauniger als sonst. Er blickte Professor an, der gegen einen dicken Baumstamm lehnte. Der massige Schotte hatte den Bart voll mit Maisbrei. »Widerlich, wie der ist«, sagte Chabonneau. Lavier schaute von seiner Pfeife auf. »Ich weiß nicht, Chabonneau. So wie das Feuer den Brei an seinem Kinn leuchten lässt, das erinnert mich irgendwie an die Nordlichter.« Langevin und Dominique lachten, was Chabonneau noch mehr ärgerte. Professor kaute unbeirrt weiter, ohne zu merken, dass man sich über ihn lustig machte. Chabonneau sagte auf Französisch, »Hey, du schottischer Idiot! Verstehst du überhaupt ein Wort von dem, was ich sage?« Professor schaufelte weiter Brei in sich hinein, friedlich wie eine wiederkeulende Kuh. Chabonneau lächelte dünn. Er genoss es einmal unverhohlen, gehässig sein zu können. »Was ist eigentlich mit seinem Auge passiert?« Niemand schien sich um ein Gespräch mit Chabonneau zu reißen. »Schließlich«, sagte Langevin, »eine Schlägerei rausgerissen in Montreal.« »Sieht zum Davonlaufen aus. Macht mich ganz nervös, wie mich das verdammte Ding den ganzen Tag anglotzt.« »Blindes Auge kann nicht glotzen«, sagte Lavierge. Er mochte Professor mittlerweile ganz gern oder schätzte zumindest seinen geschickten Umgang mit dem Paddel. Eines jedenfalls wusste er genau. Chabonneau konnte er nicht leiden. Das Gemecker des alten Mannes war ihm schon nach der ersten Flussbiegung auf den Geist gegangen. »Ah, ich finde jedenfalls es glotzt«, beharrte Chabonneau. »Wirkt immer so, als würde es um die Ecke schielen. Splinzelt auch nie. Mir ist schleierhaft, wieso das verdammte Ding nicht austrocknet.« »Und wenn es sehen könnte. So ein berauschender Anblick bist du nun auch nicht gerade, Chabonneau«, sagte »ich hätte wenigstens eine Augenklappe tragen. Ich hätte nicht übel Lust, ihm eine dran zu nageln.« »Mach doch, dann hättest du wenigstens was zu tun.« »Ich bin nicht ein verdammter Engagé«, fauchte Chabonneau. »Du wirst noch froh sein, mich dabei zu haben, wenn die Ericara kommen, um sich deinen flotzerfressenen Skalb zu holen.« Der Übersetzer war jetzt fuchsteufelswild und Speichelquoll ihm aus den Mundwinkeln, während er sprach. »Ich war schon mit Louis und Clark unterwegs, als du noch in die Hose gemacht hast.« »Gott im Himmel, ich schwöre, wenn ich noch einmal eine von deinen alten Geschichten höre, jage ich mir eine Kugel in den Kopf. Und dann auch besser dir, dann wären alle froh.« »Ça suffit«, mischte Langevin sich ein. »Es reicht. Ich würde mich von eurem Elend erlösen, wenn ich euch nicht brauchen würde.« Chabonneau lachte triumphierend auf. »Aber eins sage ich dir, Chabonneau«, sagte Langevin. »Keiner von uns hier hat nur eine Aufgabe. Dafür sind wir zu wenige. Du übernimmst genau wie jeder andere auch mal die Drecksarbeit. Und du kannst gleich heute Nacht damit anfangen, mit der zweiten Wache.« Jetzt hatte Laviarche gut lachen. Chabonneau stapfte vom Feuer weg und murmelte grimmig etwas vor sich hin, während er seine Schlafmatte unter dem Batard ausrollte. »Wieso kriegt der heute Nacht das Batard?«, sagte Laviarche vorwurfsvoll. Langevin wollte etwas sagen, doch Dominique kam ihm zuvor. »Lass gut sein.« 5. Dezember 1823 Professeur wachte am nächsten Morgen mit zwei vorherrschenden Gefühlen auf. Er froh und er musste pinkeln. Seine dicke Wolldecke reichte ihm nur bis zu den Knöcheln, selbst wenn er sich auf der Seite zusammenrollte. Er hob den Kopf, um sich mit dem gesunden Auge umzusehen und stellte fest, dass sich auf der Decke raureif gebildet hatte. Die erste Andeutung des neuen Tags schimmerte schwach am östlichen Horizont, doch ein heller Halbmond hing noch immer hoch am Himmel. Alle Männer außer Chabonneau lagen schlafend wie Ratspeichen um die letzte Glut des Feuers. Professeur stand langsam auf, seine Beine waren steif von der Kälte. Es war kein Wind aufgekommen. Er warf ein Holzscheit aufs Feuer und ging Richtung weiden. Er hatte ein Dutzend Schritte gemacht, als er beinahe über jemanden gestolpert wäre. Es war Chabonneau. Professeurs erster Gedanke war, dass Chabonneau tot war, umgebracht während der Wache. Er wollte schon Alarm schlagen, als Chabonneau hochschoss und nach seinem Gewehr tastete, die Augen weit aufgerissen und verwirrt. Bei der Wache eingeschlafen, dachte Professeur. Das wird Langevin gar nicht gefallen. Professeurs dringendes Bedürfnis wurde dringender und so eilte er in Chabonneau vorbei zu den Weiden. Und dann passierte etwas, das Professeur nicht verstand. Er hatte auf einmal ein seltsames Gefühl und als er nach unten schaute, sah er den Schaft eines Pfeils aus seiner Brust ragen. Einen Moment lang dachte er, dass Laverge sich einen Scherz mit ihm erlaubt hatte. Dann kam ein zweiter Pfeil, dann ein dritter. Professeur starrte mit entsetzter Faszination auf die Federn an den schlanken Schäften. Plötzlich spürte er seine Beine nicht mehr und merkte, dass er nach hinten kippte. Er hörte, wie sein Körper schwer auf der gefrorenen Erde aufschlug. In dem kurzen Moment, bevor er starb, fragte er sich, warum tut es nicht weh? Chabonneau hörte Professeur auf die Erde fallen und drehte sich um. Der große Schotte lag auf dem Rücken mit drei Pfeilen in der Brust. Chabonneau hörte ein zischendes Geräusch und spürte ein Brennen, als ein Pfeil seine Schulter streifte. Merde! Er ließ sich instinktiv fallen und suchte die dunklen Weiden nach dem Schützen ab. Die schnelle Reaktion rettete ihm das Leben. Vierzig Schritt entfernt flammten in der Dunkelheit Gewehre auf. Ein Moment lang verrieten die Lichtblitze die Position der Angreifer. Chabonneau schätzte, dass es wenigstens acht Schusswaffen waren, außerdem eine Anzahl von Indianern mit Pfeil und Bogen. Er spannte den Hahn, visierte das ihm nächste Ziel an und feuerte. Eine dunkle Gestalt sackte zusammen. Weitere Pfeile kamen aus den Weiden geschwirrt. Er wirbelte herum und rannte zum Lager. Die Schüsse und Chabonneaus laute Flüche hatten die Männer geweckt. Die Salve der Arikara löste Chaos aus. Musketenkugeln und Pfeile regneten auf die verschlafenen Männer wie eiserne Hagelkörne. Langevin schrie auf, als eine Kugel von seiner ersten Rippe abprallte. Dominique spürte, wie ein Schuss seine Wadenmuskel durchschlug. Glass öffnete die Augen genau in dem Moment, als sich eine Handbreit von seinem Gesicht ein Pfeil in den Sand bohrte. Die Männer versuchten, den dürftigen Schutz des Kanus zu erreichen, als zwei Arikara-Krieger aus dem Wäldchen gestürmt kamen. Sie rannten mit schrillem Kriegsgeschrei auf das Lager zu. Glass und Lavier schielten inne, zielten mit ihren Gewehren. Sie feuerten fast gleichzeitig auf eine Entfernung von etwa zehn Schritt. Da sie keine Zeit hatten, sich abzusprechen oder auch nur einen Gedanken zu fassen, hatten sie dasselbe Ziel anvisiert. Einen großen Arikara mit Büffelhornhelm. Er stürzte zu Boden, als beide Kugeln ihn in die Brust trafen. Der andere Krieger rannte auf Lavierge zu. Er hatte seine Streitaxt gehoben und zielte damit auf den Kopf des Voyageurs. Lavierge hob sein Gewehr mit beiden Händen, um den Schlag zu parieren. Die Axt des Indianers traf den Lauf und beide Männer stürzten zu Boden. Der Arikara sprang als erster wieder auf. Mit dem Rücken zu Glass holte er erneut aus, um Lavierge den tödlichen Schlag zu versetzen. Glass fasste sein Gewehr mit beiden Händen und rammte den Kolben gegen den Hinterkopf des Indianers. Er spürte das widerliche Brechen von Knochen unter der metallenen Kolbenkappe. Der Arikara sackte vor Lavierge auf die Knie. Der war inzwischen auch aufgesprungen, schwang sein Gewehr wie ein Knüppel und erwischte den Indianer mit voller Wucht an der Schläfe. Der Krieger kippte zur Seite und Glass und Lavierge warfen sich hinter dem Kanu in Deckung. Dominique richtete sich kurz auf, um Richtung Weiden zu feuern. Langevin reichte Glass sein Gewehr, während er die andere Hand auf die Schussverletzung an seiner Seite presste. Du schießt, ich lade. Glass richtete sich auf, um zu feuern, suchte und traf sein Ziel mit kühler Genauigkeit. Wie schlimm bist du verletzt? fragte er Langevin. Nicht schlimm, oui, Professeur. Tod bei den Weiden, sagte Chabonneau sachlich, als er sich aufrichtete und schoss. Sie duckten sich hinter dem Kanu, während von den Weiden her weiterhin geschossen wurde. Die lauten Schüsse vermischten sich mit dem Surren von Kugeln und Pfeilen, die die dünne Haut des Batard durchschlugen. Du verfluchter Mischkerl, Chabonneau, schrie Lavierge. Du bist eingeschlafen, habe ich recht? Chabonneau achtete nicht auf ihn, sondern konzentrierte sich darauf, Pulver in die Mündung seines Gewehrs zu schütten. Ist doch jetzt egal, sagte Dominique. Los, wir bringen das verfluchte Kanu ins Wasser und verschwinden von hier. Hört zu, befahl Langevin. Chabonneau, Lavierge, Dominique, ihr drei tragt das Boot zum Wasser. Gebt vorher jeder noch einen Schuss ab, dann ladet euer Gewehr nach und legt es hier hin. Er zeigte auf den Boden zwischen ihm und Glass. Glass und ich geben euch mit der letzten Salve Deckung und kommen dann nach. Glass hatte aus dem Zusammenhang erschlossen, was Langevin wollte. Er blickte in die angespannten Gesichter. Niemand hatte eine bessere Idee. Sie mussten weg vom Ufer. Lavierge reckte sich kurz über den Rand des Kanus, um sein Gewehr abzufeuern, gefolgt von Dominique und Chabonneau. Glass richtete sich erneut auf und schoss, während die anderen nachluden. Sobald sie aus der Deckung kamen, verstärkten die Arikara das Feuer. Weitere Kugeln durchsiebten die Birkenrinde, doch die Voyageurs schafften es, zumindest fürs Erste, einen Sturmangriff zu verhindern. Dominique schmiss zwei Paddel auf den Haufen Gewehre. Vergiss die bloß nicht! Lavierge warf seine Waffe zwischen Glass und Langevin und packte die mittlere Ruderbank des Batard. »Los jetzt!« Chabonneau kroch zum Bug des Kanus, Dominique zum Heck. Langevin rief, »Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei!« Sie hoben das Batard mit einem Schwung über die Köpfe und liefen zum Wasser, das gut zehn Schritt entfernt war. Sie hörten aufgeregtes Geschrei und das Feuer wurde wieder stärker. Einige Arikara-Krieger kamen aus der Deckung. Glass und Langevin nahmen die Angreifer ins Visier. Ohne das Kanu konnten sie sich zum Schutz nur flach auf die Erde drücken. Sie waren höchstens fünfzig Schritt von den Weiden entfernt. Glass konnte deutlich das jungenhafte Gesicht eines Arikara sehen, der die Augen zusammenkniff und die Sehne seines kurzen Bogens spannte. Glass feuerte und der Junge fiel nach hinten. Glass schnappte sich Dominiques Gewehr. Langevins Waffe krachte neben ihm, als Glass den Hahn von Dominiques Gewehr spannte. Glass fand ein weiteres Ziel und drückte ab. Es funkte in der Pfanne, doch die Hauptladung zündete nicht. Verdammt! Langevin griff nach Chabonots Gewehr, während Glass die Pfanne von Dominiques Waffe mit frischem Pulver füllte. Langevin wollte schießen, doch Glass legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Heb dir einen Schuss auf!« Sie sammelten die Gewehre und Paddel ein und rannten ebenfalls zum Fluss. Die drei anderen hatten den Fluss erreicht und in ihrer Hast warfen sie das Kanu geradezu ins Wasser. Chabonot stürzte sich hinterdrein in den Fluss und versuchte verzweifelt hineinzuklettern. »Du kippst es um!« schrie Lavierge. Chabonots Gewicht auf dem Rand des Bootes brachte es heftig ins Schwanken, aber es blieb aufrecht. Er schwang die Beine über den Rand und legte sich flach auf den Boden, auf dem sich bereits Wasser sammelte, das durch die Einschusslöcher drang. Mit seinem Schwung hatte Chabonot das Batar vom Ufer weggestoßen. Die Strömung erfasste das Heck und drehte das Boot herum, zog es noch weiter Richtung Flussmitte. Das lange Tau trieb im Wasser wie eine Schlange. Die Brüder sahen Chabonot über den Bootsrand lugen. Im Wasser um sie herum ließen Kugeleinschläge winzige Geysire aufspritzen. »Schnapp dir das Tau!« rief Dominique. Beide Brüder hechteten nach dem Strick. Lavierge bekam ihn zu fassen und hatte Mühe, in dem fast hüfthohen Wasser wieder auf die Beine zu kommen. Er packte das Tau mit beiden Händen, es straffte sich und er hielt es mit aller Kraft fest. Dominique kämpfte sich schwerfällig durchs Wasser, um ihm zu helfen. Sein Fuß stieß hart gegen einen Stein auf dem Grund. Er stöhnte vor Schmerz auf und dann riss die Strömung die Beine unter ihm weg. Er tauchte völlig unter. Schließlich kam er wieder hoch, zwei Schritte von Lavierge entfernt. »Ich kann es nicht mehr halten!« schrie Lavierge. Dominique streckte schon die Hand nach der straffen Leine aus, als Lavierge plötzlich losließ. Entsetzt sah Dominique, wie das Tau übers Wasser glitt, hinter dem abtreibenden Batar her. Er wollte hinterher schwimmen, doch da bemerkte er den verwunderten Ausdruck in Lavierges Gesicht. »Dominique«, stammelte Lavierge. »Ich glaube, ich bin getroffen!« Dominique wartete zu seinem Bruder. Blut strömte aus einem großen Loch oben in seinem Rücken in den Fluss. Glass und Langevin erreichten genau in dem Moment den Fluss, als Lavierge getroffen wurde. Entsetzt sahen sie, wie er beim Einschlag der Kugel zusammenzuckte und das Tau losließ. Eine Sekunde lang dachten sie, Dominique könnte es noch erwischen, doch er versuchte es gar nicht, sondern wandte sich seinem Bruder zu. »Halt das Boot fest!«, bellte Langevin. Dominique achtete nicht auf ihn und Langevin schrie beinahe panisch »Chabonneau! Ich kann es nicht anhalten!«, schrie der zurück. Im Nu war das Boot fünfzig Fuß vom Ufer entfernt. Ohne Paddel hatte Chabonneau fraglos keine Möglichkeit, das Boot zu bremsen. Und er hatte zweifellos auch nicht die Absicht, es zu versuchen. Glass drehte sich zu Langevin um. Langevin wollte etwas sagen, als eine Musketenkugel in sein Hinterkopf drang. Er war tot, ehe sein Körper ins Wasser fiel. Glass schaute nach hinten zu den Weiden. Ein gutes Dutzend Arikara stürmte auf das Ufer zu. Mit einem Gewehr in jeder Hand hechtete Glass zu Dominique und Lavierge. Sie würden um ihr Leben schwimmen müssen. Dominique stützte Lavierge, versuchte verzweifelt den Kopf seines Bruders über Wasser zu halten. Glass warf einen Blick auf Lavierge, konnte aber nicht erkennen, ob der Mann noch lebte oder schon tot war. Völlig verstört und beinahe hysterisch brüllte Dominique irgendetwas Unverständliches auf Französisch. »Schwimm!« schrie Glass. Er packte Dominique am Kragen und als er ihn tiefer in den Fluss zog, entglitt ihm eins der Gewehre. Die Strömung erfasste die drei Männer und riss sie flussabwärts. Wieder regnete es Kugeln ins Wasser. Glass schaute sich um und sah die Arikara aufgereiht am Ufer. Mit einer Hand hielt Glass verzweifelt Lavierge fest und mit der anderen das Gewehr, das ihm geblieben war, während er wild mit den Füßen strampelte, um über Wasser zu bleiben. Auch Dominique strampelte und sie schafften es an den aufgetürmten Felsen vorbei. Lavierges Gesicht tauchte immer wieder unter. Beide Männer kämpften mit aller Kraft, um den verletzten Mann mitzuziehen. Dominique schrie etwas, doch dann klatschte ihm eine Stromschnelle ins Gesicht. Dieselbe Stromschnelle hätte Glass beinahe das Gewehr aus der Hand gerissen. Dominique begann, zum Ufer zu schwimmen. «Noch nicht!» beschwor Glass ihn. «Er ist weiter flussabwärts!» Dominique hörte nicht auf ihn. Seine Füße streiften den Grund und er ruderte hektisch Richtung Land. Glass wandte den Kopf. Die aufgetürmten Felsen stellten ein erhebliches Hindernis dar und weiter stromabwärts war das Ufer hoch und extrem steil. Dennoch, die Arikara würden höchstens ein paar Minuten brauchen, um diese Barrieren zu umgehen. «Wir sind noch zu nah!» rief Glass. Dominique reagierte nicht. Glass überlegte allein weiter zu schwimmen, doch stattdessen half er Dominique, Lavierge ans Ufer zu ziehen. Sie lehnten ihn mit dem Rücken gegen die steile Böschung. Seine Augen öffneten sich flatternd, doch als er hustete, spuckte er Blut. Glass rollte Lavierge auf die Seite, um die Wunde zu untersuchen. Die Kugel war ihm unter dem linken Schulterblatt in den Rücken gedrungen. Glass konnte sich nicht vorstellen, dass sie das Herz verfehlt hatte. Dominique gelangte schweigend zu demselben Schluss. Glass überprüfte das Gewehr. Das nasse Pulver machte es vorläufig unbrauchbar. Er blickte auf seinen Gürtel. Das Beil hing noch an Ort und Stelle, doch seine Pistole hatte er verloren. Glass blickte Dominique an. Was willst du machen? Sie hörten ein leises Geräusch und schauten Lavierge an, dessen Mundwinkel sich zu einem schwachen Lächeln verzogen hatten. Seine Lippen bewegten sich und Dominique nahm die Hand seines Bruders und hielt das Ohr dicht an seinen Mund. Im Flüsterton sang la Vierge »Tu es mon compagnon de voyage«. Dominique erkannte das vertraute Lied sofort, doch noch nie hatte es für ihn so todtraurig geklungen. Tränen stiegen ihm in die Augen und er sang mit sanfter Stimme mit »Tu es mon compagnon de voyage«. »Je veux mourir dans mon canot. Sur le tombeau près du rivage, vous renverrezcer mon canot.« »Wisst, mein Voyageur, Gefährte, gern sterbe ich in meinem Boot. Und übers Grab in kühler Erde legst du mir treu mein Boot.« Glass schaute zur Landzunge siebzig Schritt flussaufwärts. Zwei Arikara erschienen auf den Felsen. Sie hoben ihre Gewehre und brüllten los. Glass legte eine Hand auf Dominiques Schulter. Er wollte sagen »Sie kommen«, doch der Knall zweier Gewehre sagte genug. Die Kugeln schlugen dumpf im Ufer ein. »Dominique, wir können nicht hierbleiben.« »Ich lasse ihn nicht allein«, sagte er mit seinem starken Akzent. »Dann müssen wir eben alle drei wieder in den Fluss.« »Nein«, Dominique schüttelte nachdrücklich den Kopf. »Mit ihm können wir nicht schwimmen.« Glass schaute wieder zu den Felsen hinüber. Die Arikara kletterten jetzt darüber. »Haben keiner Zeit mehr.« »Dominique«, drängte ihn Glass. »Wenn wir hierbleiben, sterben wir alle.« Wieder knallten Schüsse. Einen quälenden Moment lang sagte Dominique nichts, sondern streichelte sanft die aschfahle Wange seines Bruders. Lavier starrte friedlich vor sich hin, einen trüben Schimmer in den Augen. Schließlich drehte sich Dominique zu Glass um. »Ich lasse ihn nicht allein.« Noch mehr Schüsse. In Glassbrust kämpften widerstreitende Instinkte. Er brauchte Zeit. Zeit, um zu überlegen, was er machen sollte. Zeit, um es zu rechtfertigen. Aber er hatte keine Zeit. Mit dem Gewehr in der Hand hechtete er in den Fluss. Dominique hörte ein zischendes Geräusch und spürte, wie sich eine Kugel in seine Schulter bohrte. Er hatte grässliche Geschichten gehört, wie die Indianer ihre Opfer verstümmelten. Er sah La Vierge an. »Ich lasse nicht zu, dass sie uns zerstückeln.« Er packte seinen Bruder unter den Armen und zog ihn in den Fluss. Eine weitere Kugel traf ihn in den Rücken. »Deine Angst, kleiner Bruder«, flüsterte er und ließ sich rücklinks in die einladenden Arme der Strömung sinken. »Von hier an schwimmen wir mit dem Strom.« 6. Dezember 1823 Glass hockte nackt neben dem kleinen Feuer, so nah an den Flammen, wie er es noch aushielt. Er streckte die Hände zur Hitze hin, wartete, bis er glaubte, gleich werde die Haut Blasen schlagen, und presste sich dann das heiße Fleisch auf Schultern und Oberschenkel. Für einen Moment drang die Wärme ein, doch sie konnte die Kälte von dem eisigen Wasser des Missouri nicht vertreiben. Seine Kleidung hing an Gestellen aus Stöcken auf drei Seiten um das Feuer. Die Hirschle der Breeches waren noch nass, aber sein Baumwollhemd war, wie er erleichtert feststellte, so gut wie trocken. Er hatte sich fast eine Meile mit der Strömung treiben lassen, ehe er ans Ufer geklettert und in das dichteste Gestrüpp gekrochen war, das er finden konnte. Der Boden war dort voller Spuren von Kaninchen. Er hoffte, dass kein größeres Tier ihrer Fährte folgen würde. Tief in seinem Versteck aus Weiden und Treibholz machte er sich wieder einmal an die nüchterne Bestandsaufnahme seiner Wunden und Habseligkeiten. Im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit war Blas über das Ergebnis kolossal erleichtert. Er hatte zahlreiche Prellungen und Abschürfungen von dem Kampf am Ufer und der Fluchtfluss abwärts. Er entdeckte sogar eine Verletzung am Arm, wo ihn offenbar eine Kugel gestreift hatte. Seine alten Wunden schmerzten in der Kälte, schienen aber ansonsten keinen Schaden genommen zu haben. Außer, dass er erfrieren könnte, eine durchaus reale Gefahr, war der Ericara-Angriff für ihn glimpflich verlaufen. Ein Moment lang hatte er wieder das Bild vor Augen, wie Dominique und Laverge an der Uferböschung lagen. Er verbannte es aus seinem Kopf. Was seine Ausrüstung betraf, so bedauerte er am meisten den Verlust seiner Pistole. Sein Gewehr war durchnässt, aber gebrauchsfähig. Er hatte sein Messer und seine Jagdtasche mit Feuerstein und Stahl. Er hatte sein Beil, mit dem er in einer flachen Grube Anzündholz zerkleinert hatte. Er hoffte, dass das Pulver trocken war. Er zog die Kappe vom Pulverhorn, schüttete ein bisschen auf die Erde und hielt ein brennendes Stöckchen daran. Es entzündete sich mit dem Geruch nach faulen Eiern. Seine Ledertasche mit seinem Ersatzhemd, der Decke und den Fäustlingen war verschwunden. In der Tasche hatte er auch seine selbst gemalte Karte gehabt, auf der er die Zuflüsse und Orientierungspunkte am oberen Missouri eingezeichnet hatte. Der Verlust war zu verschmerzen, denn er hatte sich alles gut eingeprägt. Er war also noch vergleichsweise gut ausgerüstet. Obwohl sein Baumwollhemd noch klamm war, beschloss er es anzuziehen. Der Stoff auf der Haut half immerhin, die Kälte in seiner schmerzenden Schulter ein wenig zu lindern. Glass hielt das Feuer den ganzen Tag über in Gang. Zwar bereitete ihm der aufsteigende Qualm Sorgen, doch noch mehr fürchtete er, durch die Kälte zu sterben. Um sich abzulenken, nahm er sein Gewehr, trocknete es über dem Feuer und schmierte es anschließend mit Fett aus dem kleinen Behälter in seiner Jagdhasche ein. Gegen Abend war auch seine restliche Kleidung trocken und sein Gewehr wieder einsatzbereit. Er überlegte, nur nachts weiterzuziehen. Irgendwo in der Nähe lauerten die Arikara, die das Lager angegriffen hatten. Es wurmte ihn, auf der Stelle zu hocken, obwohl sein Versteck gut war. Doch in der mondlosen Nacht würde er am unwegsamen Ufer des Missouri kaum die Hand vor Augen sehen. Ihm blieb keine Wahl, als bis zum nächsten Morgen zu warten. Als das Tageslicht schwand, nahm er die Sachen von den Gestellen und zog sich an. Als nächstes schaufelte er neben dem Feuer mit den Händen eine flache, viereckige Grube. Mit zwei Stöcken nahm er die glühend heißen Steine, die im Kreis um die Flammen lagen, und verteilte sie in der Grube, bedeckte sie dann mit einer dünnen Schicht Erde. Er legte so viel Holz aufs Feuer, wie er sich traute, und streckte sich dann auf den heißen Steinen aus. Mit den fast trockenen Hirschliederbreeches, den Steinen und dem Feuer, wurde ihm gerade so warm, dass er erschöpft einschlafen konnte. Zwei Tage lang schlich Glass den Missouri hoch. Eine Zeit lang schlug er sich mit der Frage herum, ob die Verantwortung für Langevans Arikara-Mission jetzt an ihn übergegangen sei. Schließlich beschloss er, dass dem nicht so war. Glass hatte sich gegenüber Brasot verpflichtet, die Abordnung mit Wild zu versorgen, eine Aufgabe, die er zuverlässig erfüllt hatte. Er wusste nicht, ob Elk Tang und seine Krieger die Haltung der übrigen Arikara vertraten. Es spielte auch keine Rolle. Der Hinterhalt machte deutlich, wie gefahrvoll es war, mit dem Boot den Fluss hochzufahren. Selbst wenn ein Teil der Arikara ihm gewisse Zusicherungen gäbe, er hatte ohnehin nicht vor, nach Fort Brasot zurückzukehren. Er hatte Dringenderes zu erledigen. Glass vermutete mit Recht, dass die Mandendörfer ganz in der Nähe lagen. Die Manden galten als friedlich, aber er war besorgt, welche Auswirkungen ihr neues Bündnis mit den Arikara haben könnte. Würden Arikara in den Mandendörfern sein? Wie mochten sie den Angriff auf die Voyageurs dargestellt haben? Glass sah keinen Grund, das herauszufinden. Er wusste, dass gut zehn Meilen oberhalb der Mandendörfer am Missouri ein kleiner Handelsposten namens Fort Talbot lag. Er beschloss, einen Bogen um die Manden zu machen und lieber Fort Talbot anzusteuern. Was er noch für seine Ausrüstung brauchte, eine Decke und ein paar Fäustlinge, konnte er sich dort besorgen. Am Abend des zweiten Tages nach dem Angriff beschloss Glass, dass er trotz der damit verbundenen Gefahren nicht länger aufs Jagen verzichten konnte. Er war ausgehungert und ein Fell wäre gut zum Tauschen. Er fand frische Vapiti-Fährten nicht weit vom Fluss und folgte ihnen durch ein Pappelwäldchen auf eine große Lichtung, die sich eine halbe Meile weit am Fluss entlang erstreckte. Ein kleiner Bach teilte die Lichtung in zwei Hälften und neben dem Bach graste ein großer Vapiti-Bulle einträchtig mit zwei Kühen und drei fetten Kälbern. Glass schlich sich langsam über die Lichtung. Er war fast in Schussweite, als irgendetwas den Bullen erschreckte. Alle sechs blickten in Glass' Richtung. Glass wollte gerade schießen, als er merkte, dass die Vapiti gar nicht ihn ansahen. Sie sahen hinter ihn. Glass warf einen Blick über die Schulter und sah drei Indianer auf Pferden aus dem Pappelwäldchen auftauchen. Sie waren eine Viertelmeile von ihm entfernt, aber er erkannte die spitzige Haartracht der Arikara-Krieger. Er sah, wie die Indianer auf ihn zeigten, und dann trieben sie ihre Pferde an und galoppierten auf ihn zu. Verzweifelt hielt er Ausschau nach irgendeinem Schutz. Bis zu den nächsten Bäumen waren es über 200 Schritt, so weit würde er es niemals schaffen. Der Weg zum Fluss war ihm abgeschnitten. Er könnte stehen bleiben und schießen, doch selbst wenn er traf, konnte er nicht schnell genug nachladen, um alle drei Reiter auszuschalten. In seiner Verzweiflung rannte er auf die fernen Bäume zu, ohne auf den Schmerz zu achten, der ihm das Bein hochjagte. Er hatte kaum dreißig Schritte zurückgelegt, als er vor Schreck wie angewurzelt stehen blieb. Ein weiterer Indianer kam aus dem Schutz der Pappeln vor ihm geritten. Er sah nach hinten. Die angreifenden Arikara hatten die Hälfte der Strecke hinter sich. Er schaute wieder zu dem neuen Reiter, der jetzt sein Gewehr anlegte. Der neue Reiter feuerte. Glass zuckte in Erwartung der Kugel zusammen, doch sie flog hoch über seinen Kopf hinweg. Er sah wieder zu den Arikara. Eines ihrer Pferde war zu Boden gegangen. Der Indianer vor ihm hatte auf die anderen drei geschossen. Jetzt kam der Schütze auf ihn zugaloppiert, und Glass erkannte, dass es ein Menden war. Er hatte keine Ahnung wieso, aber der Menden schien ihm helfen zu wollen. Glass drehte sich blitzschnell zu den Angreifern um. Die zwei verbliebenen Arikara blieben höchstens noch 150 Schritt entfernt. Glass spannte den Hahn seines Gewehrs und zielte. Zunächst versuchte er, einen der Reiter ins Visier zu nehmen, doch beide Arikara duckten sich tief hinter die Köpfe ihrer Pferde. Also zielte er auf eines der Pferde genau auf die Mulder am Halsansatz. Er drückte ab. Das Pferd brüllte und die Beine knickten unter ihm weg. Staub wirbelte auf, als das gestürzte Tier die Erde hochpflügte und der Reiter über seinen Kopf hinwegflog. Glass hörte das Trommeln von Hufen und blickte zu dem Menden hoch, der ihm bedeutete, aufs Pferd zu springen. Er schwang sich hinauf, und als er sich umschaute, sah er, wie der letzte Arikara sein Pferd zügelte und dann einen Schuss abfeuerte, der aber daneben ging. Der Menden trieb sein Pferd an und sie preschten auf die Bäume zu. Sobald sie im Schutz der Pappeln waren, wendete er das Pferd. Beide Männer sprangen herunter und luden ihre Gewehre nach. »Rees«, sagte der Indianer, das war der Kurzname für die Arikara, und zeigte in ihre Richtung. »Nicht gut«. Glass nickte, während er eine neue Ladung in den Lauf stopfte. »Menden«, sagte der Indianer und deutete auf sich. »Gute Freund«. Glass zielte auf die Arikara, aber der letzte Reiter hatte sich außer Schussweite zurückgezogen. Die zwei pferdlosen Indianer liefen rechts und links neben ihm her. Der Verlust von zwei Pferden hatte ihnen die Lust auf eine Verfolgungsjagd genommen. Der Menden hieß Mande Pachu. Er war den Vapiti-Fährten gefolgt und dabei zufällig auf Glass und die Arikara gestoßen. Mande Pachu hatte bereits von dem weißen Mann mit den Narben gehört. Erst am Vortag war der Übersetzer Schabono in den Mandendorfern eingetroffen. Schabono, der den Menden durch seine Zeit bei Louis und Clark gut bekannt war, hatte die Geschichte vom Arikara-Angriff auf die Voyageurs erzählt. Mato Tope, ein Menden-Häuptling, war wütend auf Elktang und seine abtrünnige Bande gewesen. Genau wie der Händler Cairova Brasso wollte Häuptling Mato Tope, dass der Missouri für den Handel offen war. Er konnte Elktangs Zorn zwar verstehen, doch die Voyageurs hatten eindeutig keine bösen Absichten gehegt. Laut Schabono waren sie sogar mit Geschenken und einem Friedensangebot gekommen. Mato Tope hatte genau so einen Vorfall befürchtet, als die Arikara auf der Suche nach einer neuen Heimat aufgetaucht waren. Die Menden waren zunehmend auf den Handel mit dem Weißen Mann angewiesen. Seit Leavenworth Angriff auf die Arikara waren keine Boote mehr aus dem Süden gekommen und nach diesem neuen Vorfall würde der Fluss weiter geschlossen bleiben. Mato Topes Zorn hatte sich rasch in den Mandendorfern herumgesprochen. Der junge Mandepachu sah in der Rettung von Glash eine Gelegenheit, die Gunst des Häuptlings zu gewinnen. Mato Tope hatte eine hübsche Tochter, um deren Zuneigung Mandepachu warb. Er stellte sich vor, wie er mit seiner neuen Trophäe durchs Dorf ritt, den Weißen Mann bei Mato Tope ablieferte und alle im Dorf an seinen Lippen hingen, während er seine Geschichte erzählte. Der Weiße Mann schien jedoch zu ahnen, was er vorhatte, denn er wiederholte beharrlich dieselben zwei Wörter. Fort Talbot! Glash saß hinter Mann de Pacho auf dem Pferd und betrachtete ihn mit großem Interesse. Er hatte schon viele Geschichten gehört, aber noch nie einen Mandern aus Fleisch und Blut gesehen. Der junge Krieger trug das Haar wie eine Krone, eine zurechtgemachte Mähne, der er offensichtlich viel Zeit widmete. Ein langer, mit Kaninchenfellstreifen umwickelter Pferdeschwanz fiel ihm auf den Rücken. Oben auf dem Kopf waren die Haare offen und an den Seiten ergossen sie sich, mit Fett gebändigt, wie Wasser hinunter zum Kinn, wo sie stumpf abgeschnitten waren. Eine Locke mitten auf der Stirn war ebenfalls mit Fett eingeschmiert und gekämmt worden. Große Zinnohrringe baumelten von drei großen Löchern in seinem rechten Ohr. Ein Halsband aus weißen Perlen stach von der bronzefarbenen Haut ab. Widerwillig beschloss Mann de Pacho, den Weißen Mann zum Fort Talbot zu bringen. Es war nicht weit, gerade mal ein Drei-Stunden-Ritt. Außerdem könnte er im Vor vielleicht irgendetwas erfahren. Es gab Gerüchte über einen Vorfall mit den Arikara in Fort Talbot. Vielleicht würde das Vor Matotope gern eine Nachricht zukommen lassen. Nachrichten zu überbringen war eine große Verantwortung. Matotope wäre sicherlich erfreut, wenn Mann de Pacho ihm nicht nur von dem Weißen Mann erzählen, sondern obendrein die wichtige Nachricht überbringen würde. Und seine Tochter wäre ganz bestimmt beeindruckt. Es war fast Mitternacht, als die dunklen Umrisse von Fort Talbot plötzlich in der nächtlichen Weite vor ihnen aufragten. Das Vor warf kein Licht auf die Ebene und Glass stellte überrascht fest, dass er nur hundert Schritt von den Palisaden entfernt war. Sie sahen im Vor etwas aufblitzen und hörten gleichzeitig den scharfen Knall eines Gewehrs. Eine Musketenkugel zischte knapp über ihre Köpfe hinweg. Das Pferd scheute und Mann de Pacho hatte Mühe, es wieder zu zügeln. Glass legte so viel Kraft in die Stimme wie möglich und rief wütend, »Nicht schießen! Wir kommen in freundlicher Absicht!« Eine Stimme aus dem Wachtturm antwortete argwöhnisch, »Wer seid ihr?« Glass sah einen Gewehrlauf schimmern und die dunklen Umrisse von Kopf und Schultern eines Mannes. »Ich bin Hugh Glass von der Rocky Mountain Fur Company!« Er wünschte, seine Stimme wäre kräftiger, aber er konnte kaum laut genug rufen, um sich über die kurze Entfernung verständlich zu machen. »Wer ist der Wilde?« »Er ist ein Menden! Er hat mich vor drei Eurikara-Kriegern gerettet!« Der Mann auf dem Turm brüllte etwas und Glass konnte Bruchstücke einer Unterhaltung hören. Drei weitere Männer mit Gewehren tauchten an den Palisaden auf. Glass hörte Geräusche hinter dem schweren Tor. Eine Luke im Tor öffnete sich, und sie spürten, wie sie erneut in Augenschein genommen wurden. Durch die Luke forderte eine andere Stimme Barsch, »Kommt näher, damit wir euch besser sehen können!« Mandepacho trieb das Pferd an und zügelte es vor dem Tor. Glass stieg ab und sagte, »Seid ihr aus einem bestimmten Grund so schießwütig?« Die Barsche Stimme sagte, »Mein Teilhaber wurde letzte Woche vor diesem Tor von Reese umgebracht.« »Na, und uns beiden ist keiner, Eurikara.« »Konnten wir ja wohl kaum wissen, wenn ihr da im Dunkeln rumschleicht.« Im Gegensatz zu Fort Brasso wirkte Fort Talbot wie unter Belagerung. Die Palisaden waren zwölf Fuß hoch und erstreckten sich über rund dreißig Schritt auf der Längsseite und zwanzig Schritt auf der Querseite. Zwei einfache Wachtürme standen sich an zwei Ecken diagonal gegenüber. Von dort aus waren alle vier Palisadenwände zu überschauen. Einer der Wachtürme, der vor ihnen, hatte ein einfaches Dach, das offensichtlich den Zweck hatte, eine großkalibrige Drehbasse vor der Witterung zu schützen. Bei dem anderen war das Dach nicht fertiggestellt. Eine Koppel grenzte an einer Seite anders vor, doch es graste kein Vieh darin. Glass wartete, während die Augen in der Luke ihn weiter musterten. »Was wollen Sie?« fragte die barsche Stimme. »Ich bin auf dem Weg nach Fort Union. Ich brauche ein paar Sachen für meine Ausrüstung.« »Na, wir haben nicht viel, das wir entbehren können.« »Ich brauche keinen Proviant oder Pulver. Bloß eine Wolldecke und Fäustlinge und schon bin ich wieder weg.« »Sie scheinen nicht viel dabei zu haben, was Sie eintauschen könnten.« »Ich kann einen Wechsel unterschreiben über einen großzügigen Preis im Namen von William Ashley. Die Rocky Mountain Fur Company wird im Frühjahr ein paar Leute stromabwärts schicken. Die werden den Wechsel einlösen.« Es folgte eine lange Pause. Glass fügte hinzu. »Und Sie werden einen Handelsposten, der einem ihrer Männer geholfen hat, mit Wohlwollen betrachten.« Wieder eine Pause. Dann schloss sich die Luke. Sie hörten, wie sich ein schwerer Balken bewegte und das Tor schwang ächzend auf. Wie sich herausstellte, gehörte die barsche Stimme einem Wicht von einem Mann, der hier offenbar das Sagen hatte. Er stand da mit einem Gewehr in den Händen und zwei Pistolen am Gürtel. »Nur Sie! Keine dreckigen Rothäuter in meinem Vor!« Glass blickte Mande Pachu an und fragte sich, wie viel der Mändern wohl verstand. Glass setzte an, etwas zu sagen, ließ es aber und ging dann durch das Tor, das hinter ihm zuschlug. Zwei baufällige Gebäude standen im Inneren des Fohrs. Aus einem drang schwaches Licht durch die eingefetteten Häute, die als Fenster dienten. Das andere war dunkel, und Glass vermutete, dass es als Lager benutzt wurde. Die hinteren Wände der Gebäude bildeten die Rückwand des Fohrs. Die Vorderseiten gingen auf einen kleinen Hof, in dem es streng nach Dungroch. Die Verursacher des Gestanks waren an einem Pfosten angebunden. Zwei räudige Maultiere, vermutlich die einzigen Tiere, die die Arikera nicht hatten stehlen können. Außerdem befanden sich auf dem Hof eine große Apparatur zum Pressen von Fällen, ein Amboss auf einem Pappelstumpf und ein schiefer Stapel Feuerholz. Fünf Männer standen vor dem Gebäude, in dem Licht brannte, und der kleine Mann ging zu ihnen. Das schwache Licht fiel auf Glass' Gesicht, und er spürte die neugierigen Blicke, die auf ihn gerichtet waren. »Kommen Sie rein, wenn Sie wollen.« Glass folgte den Männern und betrat eine enge Schlafbaracke. An der hinteren Wand brannte ein qualmendes Feuer in einem einfachen Kamin aus Lehm. Das einzig Angenehme in dem säuerlich riechenden Raum war die Wärme, die sowohl vom Feuer als auch von den anderen Männern erzeugt wurde. Der kleine Mann setzte an, etwas zu sagen, als sein Körper von einem tiefen, feuchten Husten geschüttelt wurde. Ein ähnlicher Husten hatte anscheinend die meisten der Männer befallen, und Glass fürchtete, sich anzustecken. Als der kleine Mann schließlich aufhörte zu röcheln, sagte er, »Wir haben nicht genug Essensvorräte, um davon was abzugeben.« »Ich hab doch gesagt, ich brauche nichts zu essen,« sagte Glass. »Einigen wir uns auf einen Preis für eine Wolldecke und Fäustlinge, und schon bin ich wieder weg.« Glass deutete auf einen Tisch in der Ecke. »Geben Sie das Häutungsmesser noch dazu.« Der kleine Mann warf sich in die Brust, als wäre er beleidigt. »Wir wollen wirklich nicht knausrig sein, Mister. Aber die Rees sind daran schuld, dass wir uns hier verschanzen. Die haben uns unser ganzes Vieh gestohlen. Letzte Woche sind fünf Krieger vor unser Tor gekommen, als ob sie was tauschen wollten. Wir machen das Tor auf, und sie fangen an zu schießen. Haben mein Teilhaber kaltblütig abgeknallt.« Als Glass nichts sagte, fuhr der Mann fort. »Seitdem wagen wir uns nicht mehr raus, um zu jagen oder Holz zu schlagen. Sie werden also verstehen, dass wir mit unseren Vorräten sparsam umgehen.« Er blickte Glass die ganze Zeit an, als wartete er auf eine Bestätigung. Doch Glass gab ihm keine. Schließlich sagte Glass, »Wenn ihr einen weißen Mann und einen Mänderner schießt, wird das eure Schwierigkeiten mit den Rees nicht lösen.« Der Schütze, ein dreckiger Mann ohne Vorderzähne, meldete sich zu Wort. »Ich hab bloß einen Indianer gesehen, der mitten in der Nacht da draußen rumgeschlichen ist. Woher sollte ich wissen, dass ihr zu zweit auf dem Pferd sitzt?« »Ihr könntet euch angewöhnen, genauer hinzugucken, bevor ihr schießt.« Der kleine Mann schaltete sich wieder ein. »Ich sag meinen Männern, wann sie schießen sollen, Mister. Die Rees und die Menden haben für mich schon immer gleich ausgesehen. Außerdem schließen sie sich gerade zusammen zu einem einzigen großen Stamm von Dieben. Ich erschieße lieber den Falschen, als dem Falschen zu trauen.« Die Worte sprudelten jetzt aus dem kleinen Mann heraus wie Wasser aus einem gebrochenen Damm, und er wedelte beim Sprechen mit einem knochigen Finger. »Ich habe dieses vor mit eigenen Händen gebaut, und ich habe eine Handelsgenehmigung vom Gouverneur von Missouri. Wir lassen uns von hier nicht vertreiben, und wir schießen auf jede Rothaut, die wir ins Visier kriegen. Und wenn wir diese Dreckschweine von Mördern und Dieben alle abknallen müssen, dann ist mir das scheißegal.« »Mit wem wollen Sie denn noch Handel treiben?«, fragte Glass. »Das überlassen Sie mal schön uns, Mister. Das hier ist erstklassiges Gebiet. Die Armee wird bald hier sein und diesen Wilden zeigen, wo es lang geht. Dann wimmelt es hier nur so von Weißen, die an diesem Fluss Handel treiben. »Was haben Sie selbst gesagt?« Glass trat hinaus in die Nacht, und das Tor knallte hinter ihm zu. Er atmete tief aus und sah, wie sein Atem in der kalten Luft zu einem weißen Nebel wurde, der im frostigen Wind verwehte. Er sah Mandepachu auf seinem Pferd am Fluss. Der Indianer hörte das Tor zuschlagen, blickte sich um und kam auf ihn zugeritten. Glass nahm das neue Häutungsmesser, schnitt einen Schlitz in die Wolldecke, steckte den Kopf hindurch und trug die Decke wie einen Umhang. Er schob die Hände in die Fäustlinge aus Pelz, blickte zu dem Manden hoch und fragte sich, was er sagen sollte. Was konnte er schon sagen? Ich muss mich jetzt um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Er konnte nicht jedes Unrecht richten, was ihm begegnete. Schließlich gab er Mandepacho das Häutungsmesser. Uncle, sagte Glass. Der Manden blickte fragend Glass an. Der wandte sich ab und ging davon. Strom aufwärts in die Nacht. 8. Dezember 1823 John Fitzgerald ging zu seinem Posten ein Stückchen flussabwärts von Fort Union. Pick stand schnaufend da, blies große Atemwolken in die eisige Nachtluft. Ich bin dran, sagte Fitzgerald schon beinahe freundlich. Wann bist du so guter Laune, wenn du Wache schieben musst? fragte Pick und trottete dann zurück zum Lager, froh über die vier Stunden Schlaf, die er noch bis zum Frühstück haben würde. Fitzgerald schnitt sich einen dicken Prim Tabak ab. Die satte Würze füllte seinen Mund und beruhigte seine Nerven. Er wartete lange, bis er ausspuckte. Die Nachtluft brannte ihm in der Lunge, doch Fitzgerald machte die Kälte nichts aus. Die Kälte war eine Folge des vollkommen klaren Himmels und Fitzgerald brauchte einen klaren Himmel. Ein Dreiviertelmond warf helles Licht auf den Fluss. Genug Licht, wie er hoffte, um das Weite zu suchen. Eine halbe Stunde nach Wachwechsel ging Fitzgerald zu dem Weidendickicht, wo er sein Diebesgut versteckt hatte. Ein Packen Biberpelze, die er stromabwärts eintauschen wollte. Zwanzig Pfund Dörrfleisch in einem Jutesack, drei Pulverhörner, hundert Bleikugeln, ein kleiner Kochtopf, zwei Wolldecken und natürlich die Anstead. Er trug seine Vorräte ans Wasser und wandte sich dann stromaufwärts, um das Kanu zu holen. Während er am Ufer entlang schlich, fragte er sich, ob Käpt'n Henry jemanden hinter ihm herschicken würde. Dieser blöde Idiot. Fitzgerald hatte noch keinen Mann gekannt, der so vom Pech verfolgt wurde wie Henry. Unter Führung des Käpt'ns waren die Männer der Rocky Mountain Fur Company stets nur einen Schritt vom Unglück entfernt. Ein Wunder, dass wir nicht schon alle tot sind. Sie hatten nur noch drei Pferde, was das Gebiet ihrer Fallenstelle auf ein paar wenige Gewässer in der Gegend beschränkte, die längst leergejagt waren. Henrys zahlreiche Versuche, bei den Indianern Pferde einzutauschen oder in vielen Fällen ihre gestohlenen Pferde zurückzukaufen, waren allesamt gescheitert. Für 30 Mann jeden Tag etwas zu essen aufzutreiben, erwies sich inzwischen auch als äußerst schwierig. Die Jäger hatten seit Wochen keine Bisons mehr gesehen und die Brigade ernährte sich nun fast ausschließlich von zähem Antilopenfleisch. Der Tropfen, der für Fitzgerald das Fass endgültig zum Überlaufen brachte, war ein Gerücht, das Stubby Bill ihm in der Woche zuvor zugeflüstert hatte. Der Käpt'n überlegt, mit uns den Yellowstone hochzugehen, zu Überresten von Lisas altem vor am Big Horn. Fitzgerald wusste nicht, wie weit es zum Big Horn war, aber er wusste, dass er in die entgegengesetzte Richtung wollte. Das Leben in der Wildnis hatte sich zwar als angenehmer entpuppt, als er bei seiner Flucht aus St. Louis erwartet hatte, doch mittlerweile war er das schlechte Essen, die Kälte und die Unannehmlichkeiten, die es mit sich brachte, wenn 30 übelriechende Männer in einem Fohr zusammengefärscht waren, gründlich satt. Hinzu kam die nicht unerhebliche Gefahr, getötet zu werden. Er vermisste den Geschmack von billigem Whisky und den Geruch von billigem Parfum. Und mit 70 Dollar in Goldmünzen, die Prämie dafür, dass er bei Glass geblieben war, dachte er ständig ans Glücksspiel. Nach anderthalb Jahren hatte sich in St. Louis bestimmt alles wieder beruhigt, vielleicht sogar auch weiter südlich. Er hatte vor, das herauszufinden. Zwei Einbäume lagen umgedreht auf dem langen Uferstreifen unterhalb des Fohrs. Fitzgerald hatte sie sich einige Tage zuvor gründlich angesehen und war zu dem Ergebnis gelangt, dass das kleinere der beiden besser gearbeitet war. Außerdem brauchte er ein kleines Boot, das er allein steuern konnte, auch wenn die Strömung ihn vorantragen würde. Leise kippte er das Kanu um, legte die beiden Paddel hinein und zog es über den Sand bis ans Wasser. Jetzt das andere. Bei der Planung seiner Flucht hatte Fitzgerald überlegt, wie sich das zweite Kanu untauglich machen ließe. Er hatte schon überlegt, ein Loch in das Holz zu bohren, bis ihm eine einfachere Lösung einfiel. Er ging zu dem zweiten Kanu und zog die Paddel hervor, die darunter verstaut waren. Ein Kanu in der Paddel ist nutzlos. Fitzgerald schob sein Kanu ins Wasser, sprang hinein und brachte das Boot mit zwei Paddelschlägen in die Strömung. Das Wasser erfasste das Kanu und zog es mit. Kurz darauf steuerte er zurück ans Ufer, lud seine gestohlenen Vorräte ein und lenkte das Boot dann wieder hinaus in die Strömung. Minuten später war Fort Union hinter ihm verschwunden. Captain Henry saß allein in seinem muffigen, engen Quartier, dem einzigen abgetrennten Schlafraum im Fort Union. Außer der Ungestörtheit, die ihm vor ein seltenes Gut war, hielten sich die Annehmlichkeiten in Grenzen. Nur wenig Wärme und Licht drangen durch einen Durchgang aus dem Nebenraum herein. Henry saß in der kalten Dunkelheit und fragte sich, was er machen sollte. Fitzgerald selbst war kein großer Verlust. Henry hatte dem Mann seit dem ersten Tag in St. Louis nicht über den Weg getraut. Das verschwundene Kanu war zu verschmerzen. Immerhin hatte er ihnen nicht die restlichen Pferde gestohlen. Der Diebstahl eines Ballenfälle war ärgerlich, aber weiß Gott keine Katastrophe. Der größte Schaden war nicht der Verlust des Mannes, sondern die demoralisierende Wirkung seiner Flucht auf die Männer, die geblieben waren. Mit seinem Schritt hatte er klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, was alle dachten. Die Rocky Mountain Fur Company war gescheitert. Er war gescheitert. Also, was jetzt? Henry hörte den Riegel an der Barackentür aufgehen. Kurze, schwere Schritte schlurften über den Lehmboden auf sein Quartier zu. Dann tauchte Stubby Bill im Durchgang auf. Murphy und seine Trapper sind zurück, meldete Stubby. Haben Sie Fälle dabei? Nein, Captain. Überhaupt keine? Nein, Captain. Und Captain, das ist noch nicht alles. Was denn noch? Sie haben auch keine Pferde mehr. Captain Henry brauchte einen Moment, um die Nachricht zu verdauen. Sonst noch was? Stubby überlegte eine Sekunde und sagte dann, Ja, Captain. Anderson ist tot. The Captain sagte nichts mehr. Stubby wartete, bis das Schweigen ihm unangenehm wurde und ging dann. Captain Henry blieb noch einige Minuten im Dunkeln sitzen, bis er schließlich eine Entscheidung traf. Sie würden Fort Union verlassen. 15. Dezember 1823 Die Mulde bildete einen fast ringsum geschlossenen Kessel in der Prärie. Auf drei Seiten schützten niedrige Hügel die Senke vor den unerbittlichen Winden. Die Hänge leiteten Feuchtigkeit zur Mitte hin, wo ein paar Weißdornbäume Wache standen. Zusammengenommen boten Hügel und Bäume einen beträchtlichen Schutz. Die Mulde lag knapp 50 Schritt von Missouri entfernt. Hugh Glass saß im Schneidersitz an einem kleinen Feuer, dessen Flammen an dem mageren Kadaver eines Kaninchens leckten, der auf einen Weidenstock gespießt war. Während er wartete, dass das Kaninchen gar wurde, rang unvermittelt das Geräusch des Flusses in sein Bewusstsein. Es war seltsam, dass es ihm jetzt auffiel, dachte er. Schließlich folgte er dem Flusslauf schon seit Wochen. Dennoch nahm er das Wasser auf einmal so deutlich wahr, als wäre es eine neue Entdeckung. Er richtete den Blick vom Feuer auf den Fluss. Er fand es eigenartig, dass die sanfte Strömung überhaupt ein Geräusch machte, oder auch der Wind. Ihm kam der Gedanke, dass nicht das Wasser oder der Wind Geräusche erzeugten, sondern vielmehr alles das, was ihnen im Weg lag. Er wandte sich wieder dem Feuer zu. Glass spürte den vertrauten Schmerz im Bein und setzte sich anders hin. Seine Wunden erinnerten ihn ständig daran, dass er zwar genas, aber eben doch nicht genesen war. Die Kälte verstärkte die schmerzenden Beine und Schulter. Inzwischen ging er davon aus, dass seine Stimme wohl nie wieder so klingen würde wie früher. Und natürlich war sein Gesicht eine ständige Erinnerung an die Begegnung mit dem Grizzly am Grant. Aber es war nicht alles schlecht. Der Rücken tat ihm nicht mehr weh. Und er konnte ohne Schmerzen essen, worüber er sehr froh war, während ihm der Duft des bratenden Fleisches in die Nase stieg. Glass hatte das Kaninchen kurz zuvor im schwindenden Tageslicht geschossen. Er hatte seit einer Woche keine Spur von Indianern gesehen. Und als das fette Kaninchen ihm über den Weg hoppelte, war die Aussicht auf ein schmackhaftes Abendessen einfach zu verlockend. Eine Viertelmeile flussaufwärts von Glass war John Fitzgerald auf der Suche nach einer günstigen Anlegestelle gewesen, als er den Knall des Gewehrschusses ganz in der Nähe hörte. Verdammt! Er paddelte rasch näher ans Ufer heran, um seine Fahrt zu verlangsamen. Während sein Kanu in der Gegenströmung schaukelte, hielt er, auf der Stelle paddelnd, in dem dämmerigen Licht Ausschau nach dem Schützen. Zu weit nördlich für Arikara. Cinnabon? Fitzgerald wünschte, er könnte besser sehen. Wenig später flackerte ein Lagerfeuer auf. Er konnte die in Hirschleder gekleidete Gestalt eines Mannes ausmachen, aber nichts Genaueres erkennen. Er vermutete, dass es ein Indianer war. Ein Weißer würde sich wohl kaum so weit nach Norden trauen, schon gar nicht im Dezember. Sind es mehr als einer? Es wurde rasch dunkler. Fitzgerald wog die Möglichkeiten, die er hatte, gegeneinander ab. Er konnte auf keinen Fall bleiben, wo er war. Wenn er hier für die Nacht an Land ging, würde der Schütze ihn wahrscheinlich am nächsten Morgen entdecken. Er überlegte sich, an ihn heranzuschleichen und ihn zu töten, verwarf den Plan aber gleich wieder, weil er nicht wusste, ob er es nur mit einem Mann oder mit vielen zu tun hatte. Schließlich traf er eine Entscheidung. Er würde versuchen, unbemerkt an dem Unbekannten vorbeizufahren. Er würde abwarten, bis es dunkel war und hoffen, dass das Feuer die Aufmerksamkeit des Schützen und möglicher anderer vom Wasser ablenken würde. Das Licht des Vollmonds würde ausreichen, um das Kanu zu steuern. Fitzgerald zog den Bug des Einbaums leise auf den weichen Sand am Ufer und wartete fast eine Stunde, bis der westliche Horizont den letzten Rest Tageslicht verschluckt hatte. Der Schein des Lagerfeuers war jetzt deutlich zu erkennen, ebenso die Umrisse des darüber gebeugten Mannes, der anscheinend mit der Zubereitung seines Abendessens beschäftigt war. Jetzt! Fitzgerald überprüfte die Anstead und seine beiden Pistolen, legte die Waffen griffbereit ins Boot. Dann schob er den Einbaum vom Ufer und sprang an Bord. Mit zwei Paddelschlägen manövrierte er das Kanu in die Strömung. Dann benutzte er das Paddel als Steuerruder und tauchte es mal auf der einen, mal auf der anderen Seite ins Wasser, ließ das Boot aber ansonsten einfach treiben. Hugh Glass zog am Hinterlauf des Kaninchens. Das Gelenk war locker und mit einer Drehung riss er das Bein ab. Er biss herzhaft in das saftige Fleisch. Fitzgerald versuchte, sich möglichst weit weg vom Ufer zu halten, doch die Strömung verlief unmittelbar daneben. Das Feuer kam jetzt rasend schnell näher. Fitzgerald versuchte, den Fluss im Auge zu behalten und gleichzeitig zu dem Mann hinüber zu spähen, der mit dem Rücken zu ihm am Feuer saß. Er konnte einen Umhang aus einer Hudson Bay-Decke erkennen und etwas, was aussah wie eine Wollmütze. Eine Wollmütze? Ein weißer? Fitzgerald blickte wieder auf den Fluss. Ein riesiger Felsbrocken ragte plötzlich aus dem Wasser, knapp zehn Fuß vor ihm. Fitzgerald stieß das Paddel tief in den Fluss und zog es mit aller Kraft durchs Wasser. Dann hob er es heraus und stemmte es gegen den Felsen. Der Einbaum drehte sich, aber nicht genug. Er schabte mit einem kratzenden Geräusch am Felsen vorbei. Fitzgerald paddelte wie der Teufel. Sinnlos, jetzt noch leise sein zu wollen. Glass hörte ein Platschen und dann ein langes Schaben. Instinktiv griff er nach seinem Gewehr, drehte sich zur Missouri um und huschte aus dem Lichtkreis des Feuers. Mit flinken Schritten schlich er auf den Fluss zu, während seine Augen sich an das Dunkel gewöhnten. Er suchte das Wasser nach der Quelle des Geräusches ab. Er hörte das Platschen eines Paddels und sah in 100 Schritt Entfernung ein Kanu. Er hob das Gewehr, spannte den Hahn und nahm die dunkle Gestalt eines paddelnden Mannes ins Visier. Sein Finger bewegte sich im Abzugsbügel. Er zögerte. Glass sah keinen Sinn darin zu schießen. Wer immer da im Kanu saß, er suchte anscheinend das Weite. Jedenfalls war er in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Was immer der fliehende Mann vorhatte. Für Glass schien er keine große Bedrohung darzustellen. In seinem Einbaum paddelte Fitzgerald mit unverminderter Kraft weiter, bis er um eine Flussbiegung herum war, gut eine Viertelmeile vom Lagerfeuer entfernt. Er ließ das Boot noch ungefähr eine Meile weiter treiben, lenkte es dann ans gegenüberliegende Ufer und suchte nach einer geeigneten Anlegestelle. Schließlich zog er das Kanu aus dem Wasser, kippte es um und breitete seine Schlafmatte darunter aus. Er kaute auf einem Stück Dörrfleisch, während er erneut über den Mann am Feuer nachdachte. Verdammt seltsame Stelle für einen Weißen im Dezember. Fitzgerald legte das Gewehr und die beiden Pistolen neben sich, ehe er sich unter seiner Wolldecke zusammenrollte. Der helle Mond tauchte seinem Lagerplatz in fahles Licht. Die silbernen Beschläge der Anstead funkelten wie Spiegel in der Sonne. Captain Henry hatte endlich eine Glückssträhne. So viele gute Dinge waren in so rascher Folge, passiert, dass er es kaum fassen konnte. Zunächst einmal leuchtete der Himmel seit zwei vollen Wochen ununterbrochen indigo-blau. Dank des guten Wetters hatte die Brigade die 200 Meilen von Fort Union zum Bighorn River in sechs Tagen geschafft. Bei ihrer Ankunft stand das verlassene Fort noch genauso da, wie Henry es in Erinnerung hatte. 1807 hatte ein schlauer Händler namens Manuel Lisa an der Mündung des Bighorn in den Yellowstone River einen Handelsposten errichtet, den er Fort Manuel nannte und als Stützpunkt für Handel und die Erkundung bei der Flüsse nutzte. Lisa unterhielt besonders gute Beziehungen zu den Crow und den Flathead, die mit den Gewehren, die sie Lisa abkauften, gegen die Blackfoot Krieg führten. Die Blackfoot wiederum wurden erbitterte Feinde der Weißen. Ermutigt durch seine bescheidenen geschäftlichen Erfolge gründete Lisa 1809 die St. Louis Fur Company. Einer der Geldgeber für das neue Unternehmen war Andrew Henry. Henry führte einen Trupp von 100 Trappern zu den Three Forks. Auf dem Weg den Yellowstone hoch hatte Henry in Fort Manuel Station gemacht. Er erinnerte sich an die strategisch günstige Lager, an Wild in Hülle und Fülle und reichlich Wald zum Schlagen von Bauholz. Henry wusste, dass Fort Manuel seit über zehn Jahren verlassen war, doch er hoffte aus den Resten einen neuen Posten aufbauen zu können. Der Posten befand sich in einem deutlich besseren Zustand, als er erwartet hatte. Der Zahn der Zeit hatte an dem Gebäude genagt, aber das Holz war größtenteils noch brauchbar. Das würde ihnen das Fällen und Heranschleppen von Bäumen, also wochenlange Schwerstarbeit, ersparen. Auch Henrys Erfahrungen mit den Indianerstämmen in der Gegend wirkten sich, zumindest für den Anfang, günstig aus. Er schickte einen Trupp unter Führung von Alistair Murphy los und überschüttete seine neuen Nachbarn, vor allem die Flathead und Crow, mit Geschenken. Henry stellte fest, dass er, was die Beziehungen zu den Indianern anging, der Nutznießer des diplomatischen Geschicks seiner Vorgänger war. Beide Stämme schienen recht froh über die Wiederbelebung des Postens, immerhin waren sie gewillt, Handel zu treiben. Besonders die Crow besaßen Pferde in Hülle und Fülle. Murphy erwarb 72 Tiere bei ihnen. Von den nicht weit entfernten Bighorn Mountains sprudelten zahlreiche Bäche, und Captain Henry arbeitete einen Plan aus, wie sich seine wiederberittenen Trappe am ertragreichsten einsetzen ließen. Zwei Wochen lang rechnete Henry jeden Augenblick damit, dass das Pech ihn wieder einholte. Dann erlaubte er sich ein ganz klein wenig Optimismus. Vielleicht ist das Glück ja doch von Dauer. Dem war nicht so. Hugh Glass stand vor den Überresten von Fort Union. Das Tor selbst lag flach auf der Erde. Captain Henry hatte die Angeln mitgenommen. Auch das Innere des Fohrs bot einen würdelosen Anblick. Sämtliche Metallscharniere waren entfernt worden. Vermutlich wollte man sie am nächsten Zielort wiederverwenden. Baumstämme waren aus den Palisaden herausgerissen worden. Offenbar hatten sich primitive Plünderer hier nach Henrys Aufbruch Brennholz geholt. Ein halbherziger Versuch, das Fohr niederzubrennen, hatte dazu geführt, dass die Wand einer Schlafbaracke schwarz verkohlt war. Der Schnee im Hof war von dutzenden Pferdehufen zertreten. Ich jahre ein Phantom. Wie viele Tage war er bis zu diesem Augenblick gegangen? Gekrochen. Er dachte zurück an die Lichtung bei der Quelle am Grand River. Welchen Monat war das gewesen? August? Was haben wir jetzt? Dezember? Glass kletterte die einfache Leiter zum hölzernen Wachtturm hoch und ließ von oben den Blick über das ganze Tal schweifen. Eine Viertelmeile entfernt sah er als rostroten Klecks eine Herde Antilopen, die im Schnee nach Salbei scharrten. Gänse setzten gerade in einem großen Pfau zur Landung auf dem Fluss an. Ansonsten war nirgends ein Zeichen von Leben zu sehen. Oh, sind sie. Er kampierte zwei Nächte im Vor. Da er es nicht fertig brachte, den Ort, den er nach so vielen Mühen erreicht hatte, gleich wieder zu verlassen. Doch sein wahres Ziel war natürlich kein Ort. Es waren zwei Männer und seine Rache. Von Fort Union aus folgte Glass dem Flusslauf des Yellowstone. Er konnte nur mutmaßen, welchen Weg Henry eingeschlagen hatte, zweifelte aber, dass der Käpt'n eine Wiederholung seines Fehlschlags am oberen Missouri riskieren würde. Damit blieb nur der Yellowstone. Er war dem Yellowstone fünf Tage gefolgt, als er eine Anhöhe oberhalb des Flusses erklomm. Er blieb von Ehrfurcht ergriffen stehen. Die Bighorn Mountains ragten vor ihm auf, verbanden den Himmel mit der Erde. Ein paar Wolken hingen um die höchsten Gipfel, was die Illusion einer sich endlos in die Höhe erstreckenden Wand noch verstärkte. Glass tränten die Augen von dem grellen Sonnenlicht über dem Schnee, aber er konnte den Blick nicht abwenden. Nichts in seinen zwanzig Jahren in der Prärie hatte ihn auf solche Berge vorbereitet. Käpt'n Henry hatte häufig von den gewaltigen Bergen der Rockies erzählt, doch Glass hatte vieles davon für die üblichen Ausschmückungen in Lagerfeuergeschichten gehalten. Dabei waren Henrys Schilderungen, so dachte Glass jetzt, jämmerlich gewesen im Vergleich zur Wirklichkeit. Der Käpt'n war ein gradlinig denkender Mann, und er hatte die Berge hauptsächlich als Hindernisse beschrieben, als Barrieren, die es zu überwinden galt, um den Osten und den Westen durch einen Strom von Waren zu verbinden. Mit keinem Wort hatte er das andächtige Gefühl von Kraft erwähnt, das Glass nun beim Anblick dieser Gipfel erfüllte. Natürlich konnte er Henrys eher praktisch begründete Reaktion nachvollziehen. Das Gelände in den Flusstälern war schon schwierig genug. Die Anstrengungen, die es erfordern würde, Fälle über solche Berge zu transportieren, erschien Glass fast unvorstellbar. Seine Ehrfurcht vor den Bergen wuchs mit jedem Tag, den der Yellowstone River ihn näher an sie heranführte. Ihre gewaltige Masse war ein Maßstab für die Ewigkeit. Anderen mochte es vielleicht bang ums Herz werden angesichts von etwas, was so viel größer war als sie selbst. Glass jedoch spürte etwas Heiliges, das von den Bergen herabfloss wie Weihwasser, eine Unsterblichkeit, die seine alltäglichen Qualen belanglos wirken ließ. Und so ging er Tag für Tag weiter auf die Berge am Ende der Ebene zu. Fitzgerald stand vor der mehr schlecht als recht errichteten Palisade und ließ sich von dem kleinen, hustenden Mann auf der Brustwehr über dem Tor ausfragen. Fitzgerald hatte die Lüge während der langen Tage im Kanu geübt. Ich bringe für Captain Henry von der Rocky Mountain Fur Company eine Botschaft nach St. Louis. Rocky Mountain Fur Company? Der kleine Mann schnaubte. Wir hatten neulich erst einen von euch hier. Wollte in die andere Richtung. Ungehobelter Bursche. Kam mit einer Rotor zu Pferd hier an. Aber wenn sie von seinem Unternehmen sind, können sie ja seinen Wechsel einlösen. Fitzgerald spürte, wie sich ihm der Magen zusammenzog und sein Atem schneller ging. Was am Fluss? Er hatte Mühe, seine Stimme ruhig klingen zu lassen. Den muss ich am Fluss verpasst haben. Wie hieß er denn? Das weiß ich nicht mehr. Wir haben ihn mit ein paar Sachen ausgerüstet und weg war er. Wie sah er aus? Also, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Das Gesicht voller Narben, als hätte ein wildes Tier ihn zerfleischt. Was? Am Leben, dieser verdammte Hund. Fitzgerald tauschte hastig zwei Fälle, gegen Dörrfleisch ein und fuhr dann schnell weiter. Jetzt begnügte er sich nicht mehr damit, den Einbaum mit der Strömung treiben zu lassen, sondern half mit dem Paddel nach. Nichts wie weg. Glass mochte zwar in die andere Richtung unterwegs sein, aber Fitzgerald hatte keinerlei Zweifel, welche Absichten der alte Mistkerl verfolgte. 31. Dezember 1823 Gegen Mittag fing es an zu schneien. Die dunklen Wolken hatten sich ganz langsam genähert und die Sonne so allmählich verhüllt, dass Henry und seine Männer es kaum bemerkt hatten. Es gab für sie auch keinen Grund zur Sorge. Die Arbeiten am Vor waren abgeschlossen, sodass es jetzt bestens dafür gerüstet war, den Naturgewalten zu trotzen. Außerdem hatte Captain Henry eine Silvesterfeier angekündigt und dann hatte er mit einer Überraschung aufgewartet, die seine Männer in helle Begeisterung versetzte. Alkohol. Henry hatte zwar in vielerlei Hinsicht versagt, aber er wusste um die Macht von Anreizen. Sein Gebräu bestand aus Hefe und Felsenbirnen und hatte einen Monat lang in einem Fass gegoren. Das Ergebnis schmeckte wie Säure. Keiner der Männer konnte das Zeug trinken, ohne vor Schmerz das Gesicht zu verziehen, und keiner von ihnen ließ sich die Gelegenheit entgehen. Es machte fast sofort betrunken. Henry hatte für seine Männer noch eine zweite Belohnung. Er konnte ganz anständig Geige spielen, und zum ersten Mal seit Monaten war er ausreichend gut gelaunt, um sein abgenutztes Instrument zur Hand zu nehmen. Die quietschende Fiedel und das betrunkene Gelächter heizten die ausgelassene Stimmung in der engen Schlafbaracke an. Man amüsierte sich zu einem Großteil auf Pigs Kosten, dessen fettleibige Gestalt ausgestreckt vor dem Kamin lag. Ganz offensichtlich vertrug Pig nicht so viel Alkohol, wie sein Körperumfang vermuten ließ. »Sieht aus wie tot«, sagte Black Harris und trat ihm mitten in den Bauch. Sein Fuß verschwand kurz in Pigs Speckschichten, ansonsten blieb der Tritt ohne Wirkung. »Also, wenn er tot ist«, sagte Patrick Robinson, ein schweigsamer Mann, den die meisten Trapper vor dem Genuss von Henrys Selbstgebranntem noch nie reden gehört hatten, »schulden wir ihm ein anständiges Begräbnis.« »Zu kalt«, sagte ein anderer Trapper, »aber wir könnten ihm ein ordentliches Leichentuch verpassen.« Diese Idee stieß auf allgemeine Begeisterung. Zwei Decken wurden geholt, zusammen mit einer Nadel und einem dicken Faden. Robinson, ein geschickter Schneider, machte sich daran, Pigs Körpermasse fest in die Decken einzunähen. Black Harris hielt eine bewegende Predigt und einige Männer sprachen jeder ein paar Trauerworte. »Er war ein guter Mann und ein gottesfürchtiger Mann«, sagte einer. »Herr, wir übergeben ihn dir in seinem jungfräulichen Zustand, ohne dass je ein Stück Seife ihn berührt hätte.« »Falls er dir nicht zu schwer ist«, sagte ein anderer, »so flehen wir dich an, ihn ins Himmelreich emporzuheben.« Ein lauter Streit lenkte von Pigs Trauerfeier ab. Alistair Murphy und Stubby Bill hatten eine Meinungsverschiedenheit darüber, wer von beiden der bessere Pistolenschütze sei. Murphy forderte Stubby Bill zu einem Duell heraus, was Captain Henry rasch unterbannt. Er gestattete allerdings ein Wettschießen. Stubby Bill schlug zunächst vor, sie sollten jeder eine Blechtasse vom Kopf des anderen schießen. Doch trotz seines betrunkenen Zustands kam ihm der Gedanke, dass so ein Wettbewerb zu einem gefährlichen Widerstreit der Interessen führen könnte. Also einigten sie sich schließlich darauf, Pick eine Blechtasse vom Kopf zu schießen. Da sowohl Murphy als auch Stubby Bill mit Pick befreundet waren, hatten beide einen entsprechenden Anreiz, sich Mühe zu geben. Sie lehnten Pigs ins Leichentuch eingenähten Körper im Sitzen gegen die Wand und stellten ihm eine Tasse auf den Kopf. Die Männer machten in der Mitte der langen Baracke eine Gasse frei, mit den Schützen am einen Ende und Pick am anderen. Captain Henry versteckte zur Auslosung eine Musketenkugel in einer Hand und ließ Murphy wählen. Der hatte Glück und kam als Zweiter dran. Stubby Bill zog die Pistole aus seinem Gürtel und überprüfte das Pulver in der Pfanne. Er trat von einem Bein aufs andere, bis er sich schließlich seitlich zum Ziel hinstellte. Er winkelte den Arm so an, dass die Pistole kerzengerade Richtung Dach zeigte. Sein Daumen spannte den Hahn mit einem dramatischen Klicken, das einzige Geräusch in der angespannten Stille. Nachdem er eine Weile so verharrt hatte, senkte er in einem langsamen, anmutigen Bogen die Pistole in Schussposition. Dann zögerte er. Als er Pick mit der Waffe gegenüberstand, wurden die Auswirkungen eines Fehlschusses plötzlich greifbar. Stubby Bill mochte Pick. Sehr sogar. Es ist doch Irrsinn. Er spürte, wie ihm eine Schweißperle den kurzen Rücken hinunterlief. Jetzt erst nahm er an den Rändern seines Gesichtsfeldes die Männer wahr, die sich rechts und links von ihm drängten. Er atmete schwer, sodass sein Arm sich auf- und abbewegte. Pistole fühlte sich plötzlich schwer an. Er hielt die Luft an, um den Arm ruhig zu halten, doch davon wurde ihm flau und schwindelig. Er floss nicht zu tief. Schließlich hoffte er das Beste und drückte ab, schloss die Augen, als das Pulver aufflammte. Die Kugel schlug in die Holzwand Hinterpick, mehr als einen Fuß über der Blechtasse auf dem verhüllten Kopf des dicken Mannes. Die Zuschauer brachen in Gelächter aus. »Toller Schuss, Dabby!« Murphy trat vor. »Du denkst zu viel!« Mit einer einzigen geschmeidigen Bewegung zog, zielte und feuerte er. Der Schuss krachte und die Kugel durchschlug die Blechtasse knapp oberhalb von Picks Kopf. Die Tasse flog gegen die Wand und fiel dann scheppernd neben Pick auf den Boden. Auch wenn keiner der beiden Schüsse Pick tötete, bewirkte der zweite doch immerhin, dass Pick wach wurde. Das knubbelige Leichentuch brach in wilde Verrenkungen aus. Die Männer bejubelten den Schuss, krümmten sich vor Vergnügen beim Anblick des sich windenden Tuchs. Plötzlich durchstach eine lange Messerklinge den Stoff von innen und schnitt einen Schlitz hinein. Zwei Hände tauchten auf und rissen das Leichentuch auf. Als nächstes kam Picks fleischiges Gesicht zum Vorschein, seine im Licht blinzelnden Augen. Noch mehr Gelächter und Spötelein. Als ob ein Kalb geboren wird. Der Knall der Schüsse passte zum Anlass der Feier und schon bald zogen alle Männer ihre Pistolen und feuerten in die Decke. Dunkler Pulverdampf füllte den Raum und einige Stimmen riefen herzhaft. »Frohes neues Jahr!« »Hey, Käpt'n«, sagte Murphy, »wir sollten die Kanone abfeuern.« Henry erhob keine Einwände, wenn auch nur um die Trappe aus der Baracke zu schaffen, ehe sie sie völlig zerstörten. Unter Jubelgeschrei öffneten die Männer der Rocky Mountain Fur Company die Tür, traten hinaus in die dunkle Nacht und stolperten zusammen zum Wachturm. Sie waren verblüfft über den heftigen Schneesturm. Aus den paar Flocken am Nachmittag war dichtes Gestöber mit wirbelnden Winden geworden. Der Schnee war fast einen Fuß tief, noch tiefer, wo sich Schneewehen gebildet hatten. Wären sie nüchtern gewesen, hätten die Männer ihrem Glück gedankt, dass ihnen einen solchen Sturm während der Arbeit am Vor erspart hatte. Dadessen dachten sie einzig und allein an die Kanone. Die Vierpfund Haubitze war eher ein riesiges Gewehr als eine Kanone und nicht für das Bollwerk eines Vors gedacht, sondern für den Bug eines Kielbootes. Sie stand auf einem Drehbahngestell in der Ecke des Wachturms und deckte zwei Seiten des Vors ab. Das Eisenrohr maß knapp drei Fuß und hatte drei Verstärkungsringe, zu wenige, wie sich herausstellen sollte. Ein großer Kerl namens Paul Hawker hielt sich anscheinend für den geborenen Kanonier. Er behauptete sogar, im Krieg von 1812 Artillerist gewesen zu sein. Die meisten der Männer zweifelten daran, räumten allerdings ein, dass Hawker erfahren klang, als er lautstark den Befehl zum Laden gab. Hawker und zwei andere Männer kletterten die Leiter zum Wachturm hoch. Die übrigen blieben unten und begnügten sich damit vom einigermaßen sicheren Hof aus zuzuschauen. »Kanoniere auf eurer Posten!« brüllte Hawker. Hawker mochte sich damit vielleicht auskennen. Seine Untergebenen taten es jedenfalls nicht. Sie glotzten ihn verständnislos an, warteten auf eine zivile Erklärung. Hawker zeigte auf einen der beiden und sagte im Flüsterton, »Du schnappst dir das Pulver und irgendwas zum Füllen.« Er zeigte auf den anderen und sagte, »Du läufst mit dem Zündstock zum Feuer und zündest ihn an.« Dann nahm er wieder militärische Haltung an und rief, »Achtung! Kanone laden!« Unter Hawkers Anleitung schüttete der erste Pulver in ein Maß, das für diesen Zweck im Wachturm aufbewahrt wurde. Hawker kippte die Messingmündung der Kanone gen Himmel und die Männer füllten das Pulver ein. Als nächstes schoben sie einen faustig zusammengeballten Lappen als Füllung hinein und stopften die Ladung mit dem Ladestock im Verschlussblock der Kanone fest. Während sie auf die Rückkehr des Mannes mit dem Zündstock warteten, packte Hawker die in ein Öltuch eingewickelten Zünder aus. Drei Zoll lange Gänsefederkiele, randvoll mit Schießpulver und an beiden Enden mit einem Klecks Wachs versiegelt. Einen davon legte er in das Zündloch am Verschluss der Kanone. Wenn der brennende Zündstock an den Federkiel gehalten wurde, schmolz das Wachs und entzündete das Pulver in dem Kiel, wodurch wiederum die Hauptladung im Verschlussblock gezündet wurde. Der Mann mit dem brennenden Zündstock kam jetzt die Leiter hochgestiegen. Der Zündstock war ein langer Stock mit einem Loch am Ende. Eine dicke Schnur, die mit Salpeter eingerieben war, damit sie brannte, war durch das Loch gefädelt. Hawker blies auf die Glut am Ende des Zündstocks, und sein Gesicht leuchtete in ihrem Schein bedrohlich rot auf. Theatralisch wie ein Westpoint-Kadett brüllte er, A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A kaum lauter als ein Händeklatschen. »Was zum Teufel war das denn?« rief jemand vom Hof über Pfiffe und höhnisches Gelächter hinweg. »Wieso schlagt ihr nicht einfach auf einen Topf?« Hocker starrte seine Kanone an, entsetzt, dass diese zur Schaustellung männlicher Kraft so kläglich gescheitert war. Das musste richtiggestellt werden. »Es war bloß eine Aufwärmübung«, rief er nach unten. Dann befahl er zackig, »Kanoniere auf eure Posten!« Die beiden Kanoniere blickten Hocker zweifelnd an, denn auch sie fürchteten jetzt um ihren Ruf. »Betwegen euch, ihr Idioten!« fauchte Hocker. »Dreifache Ladung!« Mehr Pulver würde helfen, aber vielleicht lag es auch an der zu geringen Füllung. Mehr Füllung, so Hockers Überlegung, würde mehr Widerstand erzeugen und eine lautere Explosion. Den werden die Ohren wegfliegen. Sie schütteten die dreifache Ladung in die Mündung. »Was würde sich als Füllung eignen?« Hocker zog seine Lederjacke aus und stopfte sie ins Kanonenrohr. »Noch mehr!« Hocker blickte seine Gehilfen an. »Herr mit euren Jacken!« sagte er zu ihnen. Die starrten ihn sichtlich erschrocken an. »Es ist kalt, Hocker! Nun gebt mir schon eure verdammten Jacken!« Die beiden Männer gehorchten widerwillig und Hocker stopfte unter Gejohle vom Hof auch ihre Jacken in die Kanone. Schließlich war das gesamte Rohr mit festgestopftem Hirschleder gefüllt. »Achtung!« brüllte Hocker und ließ sich wieder den brennenden Zündstock reichen. »Feuer!« Er zündete, und diesmal gab es einen gigantischen Knall. Das Hirschleder sorgte in der Tat für zusätzlichen Widerstand, und die Kanone sprengte sich selbst in tausend glorreiche Stücke. Einen großartigen Moment lang erhellte das Feuer der Explosion den Nachthimmel. Dann verhüllte eine gewaltige, beißende Rauchwolke den Wachturm. Die Männer zogen die Köpfe ein, als Schrapnelle sich ins Holz der Palisaden bohrten und im Schnee versanken. Die Explosion schleuderte Hockers Kanonierer nach unten in den Hof. Einer brach sich den Arm, der andere zwei Rippen. Sie hätten vielleicht nicht überlebt, wenn sie nicht beide in einer tiefen Schneewehe gelandet wären. Als der peitschende Wind den Rauch vom Wachturm wegtrieb, richteten sich alle Augen nach oben und suchten nach ihrem tapferen Artilleristen. Eine Weile sagte keiner ein Wort, bis der Käpt'n... »Hawker!« rief. Ein langer Moment verstrich. Schließlich hatte der Sturm auch die letzten Rauchwolken vertrieben. Sie sahen eine Hand über dem Rand der Brustwehr auftauchen. Eine zweite Hand erschien, und dann Hawkers Kopf. Sein Gesicht war von der Explosion kohlrabenschwarz. Der Hut war ihm vom Kopf gerissen worden, und Blut lief aus beiden Ohren. Selbst mit den Händen an der Brustwehr schwankte er hin und her. Die meisten Männer rechneten jeden Moment damit, dass er tot umkippte. Stattdessen brüllte er »Frohes neues Jahr, ihr dreckigen Hurensöhne!« Lauter erleichterter Jubel erfüllte die Nacht. « Untertitelung vom ZDF, 2020» »Frohes